Tschechien, uralte Geschichten, unendliche Natur, einsame Dörfer, zwiedichtige Ecken und Menschen sowie das graue Wetter dieser Jahreszeit schaffen eine unvergleichlich mystische Atmosphäre, die uns in unserer Suche nach verlassenen Orten auf den Spuren der Vergangenheit und als Zeugen des Verfalls nur noch weiter bestärkt und die richtige Stimmung für ein einmaliges Abenteuer aufgebaut hat. Erlebt mit dieser ersten Folge den Start einer unglaublich spannenden Videoreihe, begleitet mich an unvergleichliche Orte und durch filmreife Erfahrungen. Freut euch auf die kommenden Videos und ich wünsche viel Spaß bei unserer Tschechien-Tour. Nun war es also soweit. Die Tschechien-Tour sollte starten. Mit dabei mein guter Freund Leon, mit dem ich schon so einige spannende Projekte gestartet habe. Gerade im Bereich der paranormalen Untersuchungen ergänzen wir uns in meinen Augen perfekt und ich bin dankbar, ihn für ein solches Vorhaben an meiner Seite zu wissen. Außerdem Teil der Tour, Taco, den ich bereits in den Katakomben von Paris kennenlernen durfte, ein waschechter Abenteurer und eine herzensgute Seele, gleichermaßen immer mit einem lustigen Spruch auf Lager, ist er mir während dieser Tour aus gutem Grund ans Herz gewachsen. Und der vierte im Bunde ist Dave, dessen Idee und Planung das ganze Projekt erst in die Wege geleitet haben. Ein Lost Place Profi und wahnsinnig lebenswerter Mensch, der uns mit seiner lockeren Art neben all der Anspannung immer wieder zum Lachen gebracht hat. Ein perfektes Team setzt sich zusammen und macht sich bereit für dieses Projekt. Und dann ging es los in Richtung Tschechien. Also Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem neuen Video. Ich befinde mich gerade mitten auf dem Land in einem kleinen Dorf in der Dunkelheit. Ich bin nicht alleine, ich bin hier zusammen mit Leon, Taco und Forrest Dave. Und für uns geht es jetzt in eine wirklich spannende Location. Wir wissen nicht viel, außer, dass es irgendetwas mit religiösen Gemeinschaften zu tun haben soll. Und ja, wir hoffen, dass wir einen Eingang finden. Wir müssen wirklich aufpassen. Die Nachbarn sind direkt anliegend. Und ja, wir machen uns jetzt auf den Weg. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Drückt uns die Daumen und los geht's. Hier ist wirklich ein mega ranzigen Eingang, der voll ist mit Spinnnetzen, Leute. Boah, das ist gar nicht schön. Ich hasse Spinnen. Hier ist wirklich ein mega ranzigen Eingang, der voll ist mit Spinnnetzen, Leute. Boah, das ist gar nicht schön. Ich hasse Spinnen. Leute, wir sind angekommen in der ersten Location. Und ich würde sagen, diese Spinnenweben und Netze sprechen schon für sich. Guckt euch das bitte an. Wie unheimlich zugewachsen mit Spinnenweben das hier alles ist. Hier oben sitzt schon ein richtig großes Exemplar. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich vermute mal, aufgrund der ganzen Spinnenweben schon fast nicht zu sehen. Leute, das hier ist wirklich der Innenbegriff eines Horrorhauses. Es sieht hier so unheimlich aus. Hier direkt am Eingang findet sich schon eine kleine Küchenzeile und noch komplett eingerechnet. Es ist noch alles da. Hier vorne die Schublade. Mal guckt rein. Alte Streichhölzer, Besteck. Es ist noch alles da. Da vorne im nächsten Raum sind die Jungs. Ich gehe jetzt hier mal nach rechts. Hier ein altes Waschbecken. Guckt euch die alten Aufhängevorrichtungen hier an. Noch alles eingerichtet. Kleines Badhandtuch. Hier ein weiterer Teil der Küche. Hier der alte Herd. Guckt euch an, was hier alles noch zu finden ist. Hier ist noch alles da. Und was mir gerade schon ins Auge fällt, ein Kalender mit einem Pferd drauf und das Jahr 1993. Könnt ihr das sehen? Unglaublich, sich vorzustellen, dass dieses Haus hier eventuell seit 30 Jahren leer steht. Leute, guckt mal hier. Alte Gurkengläser, Konserven. Alles noch da. Sieht schon wirklich alles völlig verschimmelt und vergammelt aus. Und Leon hat mich gerade schon darauf angesprochen. Hier hinter mir wartet ein Kühlschrank, in dem sich scheinbar noch Reste finden lassen. Boah, Leute. Guckt euch das an. Ist jetzt in dem Sinne keine Schleichwerbung, aber guckt euch dieses Glas an. Wer würde das noch essen? Und Leute, im nächsten Raum wartet schon die nächste Überraschung. Hier eine alte Sitzecke mit uralten, verstaubten, dreckigen Sofas. Da das alte Puzzle drauf. Hier der Tisch. Und wenn man nach rechts schaut, ein uraltes Klavier, das hier einsam und verlassen in diesem Haus steht. Und wohl nie wieder von seinem Besitzer bespielt werden wird. Ja, macht schon wieder traurig, sowas zu sehen. So ein großes, schönes Instrument. Und keiner mehr da. Spiel, was hier liegt. Wenn man sich vorstellt, dass hier damals die Menschen gesessen haben und dieses Spiel vielleicht auch gespielt haben. So weißt du? Okay, es ist ein Puzzle. Aber trotzdem, da ist zum Beispiel auch Monopoly. Monopoly, du weißt nicht. Wir haben sicherlich mal alte Leute gewohnt. Die hatten vielleicht mal Enkelkinder. Hier haben mit denen Monopoly gespielt oder gepuzzelt. Ja. Und das liegt hier jetzt alles. Leute, hier liegen alte Steine auf dem Klavier verteilt. Wir müssen wirklich aufpassen. Wir sind mitten in einem kleinen Dorf. Die Nachbarhäuser sind direkt neben uns. Und trotzdem, ich probiere es aus. Tatsächlich. Es lässt sich noch spielen. Leute, hier findet sich gerade eine Ansammlung von unzähligen religiösen Schriften, Symbolen und Sammelgegenständen. Es hat schon was wirklich Unheimliches. Weil man eben gar nicht weiß, was die Hintergründe dazu sind. Hier das große Kreuz. Ihr könnt es wahrscheinlich aufgrund der Taschenlappe nicht so gut erkennen. Aber das sind alles religiöse Schriften, die hier in einer riesigen Kommode gesammelt werden. Leon ist da hinten gerade auch am Observieren. Und wenn man sich jetzt hier die Treppe ins obere Stockwerk anguckt, dann ist jede Treppenstufe einfach nur gepflastert mit Seiten aus diesen religiösen Schriften. Guckt euch das mal an. Die ganzen Wappen, Zeichnungen und Logos. Sieht wirklich unheimlich aus. Wir wissen nicht so richtig, was wir hier für ein Haus gefunden haben. Was die Geschichte dieses Hauses ist, die Vergangenheit. Boah, das sind so unheimliche Geräusche. Die Jungs sind gerade im oberen Stockwerk und man hört hier wirklich jeden Balken, jede Diele. Und es kommt die ganze Zeit irgendwas an Schmutz und Dreck von der Decke heruntergeprasselt. Und man macht sich gerade Sorgen, dass die Jungs gleich einbrechen. Sehr, sehr, sehr platt oder was auch immer das ist. Hier steht was von Visionen. Hier werden Visionen schriftlich festgehalten. Und man sieht, dass es auch mit einer Schreibmaschine 1981 geschrieben worden ist. Wie krass ist das denn? Also hier muss ja irgendjemand gewohnt haben, der dann anscheinend Visionen hatte und diese halt dann auch schriftlich festgehalten hat. Das hat so viel mehr Tiefe, das Haus, als man jetzt beim Reingingen gedacht hat. Ja, what the hell. Also das habe ich auch noch nie erlebt bei einem Lost Place. Boah, das sieht so gruselig aus. Aber echt, das musst du dir mal durchlesen. Diesen SEA-Brief, den hat sie also anscheinend ja an die Mitglieder der Sekte, würde ich jetzt vermuten, rausgeschickt. So oft wie das hier rumliegt. Und ja, ihr seht hier Visionen Oktober. Hier sind alle Visionen festgehalten. Also es wird ja noch richtig abgespaced hier. Leute, in diesen Raum werde ich wahrscheinlich nicht gehen, denn das ist der Raum, der direkt über dem Wohnzimmer liegt und gefühlt auf jeden Fall nachgibt, wenn man hier jetzt rüberläuft. Alex, komm mal bitte. Kannst du das mal runternehmen? Ja. Das müssen wir uns mal angucken. Alter, das ist so eine ganz uralte Akte irgendwie. Und schlag mal auf. Guck mal, handgeschrieben und da oben auch schon wieder Prophezeiungen. Was ist das? Das scheint richtig professionell gewesen zu sein. Ich kann heute leider nicht zum Treffen kommen. Susi geht es gesundheitlich. Irgendwelche religiösen Treffen veranstaltet und so richtig so eine kleine Gruppe oder Sekte gehabt. Guck mal, es ist ja auch alles voll damit. Guck mal, es ist ja auch alles voll damit. Was steht auf diesem Blatt dahinter? Dieses, dieses Prophezeiungen. Da haben wir den Namen, Sekretariat. So heiß hießen die, Orden of the Mystic Light. Alter, wie viel man hier noch rausfindet. Fünf Frauen blicken in die Zukunft. 1883, ein neues Jahr beginnt. Voll Hoffnung. Ey, wie krass ist das denn? Ey, wer weiß, die Hundeleine, die wir da gerade gesehen haben. Vielleicht war genau das die Hundeleine. Ja. Ich kann das gerade echt nicht richtig fassen, ne? Hier kann man wieder so viel... Hier ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, wie so ein Herbeblatt oder was. Alter, nein, oder? Das sind Fragebogen. Ja. Das sind Fragebogen, um in diese Sekte aufgenommen zu werden. Guck dir das mal an. Zu welchem der anderen Planeten unseres Sonnensystems fühlen sie sich am meisten hingezogen? Oder hier, auf welchen Gebieten des Okkultismus haben sie bereits gearbeitet? Alter. Guck mal, da vorne das Buch. Katalog, Heises, Urania, astrologische Parfums, okkulte Räucherstoffe. Wenn du hier dieses Regal durchsuchst, du wirst alles finden, was irgendwie hier zu dieser Geschichte gehört. Also ich bin gerade sprachlos. Das ist das Sekretariat von einer kleinen Sekte. Das stand da hinten. Was? Was ist das denn? Ich bin gerade echt komplett sprachlos. Was ist das für eine Location? Das ist hier so unheimlich. Das ist ein uraltes Ouija-Brett gefunden. Selbst gebastelt. Das ist so crazy. Leute, das hat gerade Dave einfach mal hier aus dem Müll rausgezogen. Das ist so was wie ein handgemachtes Ouija-Brett. Du hast hier einmal das komplette ABC-Zahlen von 1 bis 10. Hier steht noch Nein. Und hier stand bestimmt mal Ja. Leute, hier findet sich ein umgebauter Fernseher. Ja, man guckt hier von der Rückwand dort vorne der Bildschirm. Da sieht man noch die Verkabelung. Und dieser Fernseher wurde damals, also er ist wirklich uralt, guckt euch das mal an. Der wurde damals umfunktioniert zu einem kleinen Regal oder sowas wie einem Altar. Wenn man sich jetzt hier die Innenverkleidung mit den grünen Tüchern anguckt. Direkt daneben so ein uralter Fahrsimulator. Aber auch hier finden sich wieder irgendwelche Zeichen, Symbole und Schriften. Wahrsagerbücher. Es ist unglaublich, was sich hier alles findet. So viele kleine Details. Alles voll. Hier in diesem Regal standen wir eben gerade schon. Man kann wirklich nicht genug Zeit verbringen. Und man wird niemals alles entdecken. Leute, auch hier finden sich wieder Jahreszahlen 1991. Leute, guckt euch diesen alten Schlüssel hier an. Und uns ist gerade so ein unheimliches Detail aufgefallen. Innerhalb dieses Raumes, in dem der Altar und das Ouija-Brett liegen, guckt man sich die Tür an. Und an der Tür finden sich unzählige Kratzspuren. Guckt euch an, wie das aussieht. Als hätte man hier die Tür abgeschlossen. Und irgendetwas hat versucht, von innen nach draußen zu kommen. Und hier alles an der Tür aufgekratzt. Wie unheimlich ist das? Es entstehen immer mehr Vorstellungen und Theorien, was hier einst mal passiert sein könnte. Was sich hier für Situationen abgespielt haben. Wer weiß. Vielleicht wirklich Rituale. Vielleicht war das hier ein Bestrafungsraum, in dem man eingesperrt wurde. Weil man sich nicht rechtens verhalten hat. Zumindest nicht nach Regeln dieser Vereinigung oder Sekte. Dann musste man vielleicht sich vor den Altar setzen und beten. Die Tür wurde abgeschlossen und man wurde hier vielleicht für längere Zeit nicht rausgelassen. Und einige sind dabei mehr oder weniger durchgedreht. Haben hier versucht, sich durchzukratzen. Es ist alles wirklich, wirklich unheimlich. Der Ort verschlägt einem hier absolut die Sprache. Aber Leute, wir sind nicht alleine. Wir haben hier heute einen kleinen Freund gefunden. Ja, hallo? Also Leute, wir sind wieder zurück in der Sicherheit am Auto. Und freuen uns, diesen Ort hinter uns lassen zu können. Denn der war wirklich unheimlich. Wenn euch das Ganze gefallen hat, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Wie fandet ihr diesen Ort? Hättet ihr euch da reingetraut? Wie lange hättet ihr es da ausgehalten? Für uns geht es jetzt weiter. Und wir sind gespannt, was diese Nacht noch für uns bereithält. Bevor das Video weitergeht, wollte ich euch noch etwas fragen. Ich weiß, dass einige von euch im Schicht- und Nachtdienst arbeiten. Und die meisten von euch kommen nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause, fallen aufs Sofa oder ins Bett und freuen sich, meine Videos zu schauen. Aber habt ihr an einigen Tagen auch das Problem, einfach zu müde zu sein, nicht in die Gänge zu kommen und keine Energie zu haben? Mir persönlich geht das häufig auch so. In meinem Studium habe ich genau solche Tage und dementsprechend bin ich extrem froh, das hier zu kennen. Vielen wird das schon ein Begriff sein, aber für die neuen Zuschauer und auch die, die es noch nicht ausprobiert haben, möchte ich das Ganze euch einfach einmal näher bringen. Diese Dose stammt von meinem Partner Holy Energy. Und mit Holy unterstützt euch ein deutsches Unternehmen mit gesünderen Alternativen zu den handelsüblichen Energy-Sorten in eurem Alltag. Ihr bekommt dabei eine ganze Reihe an wirklich leckeren Geschmacksrichtungen, die ihr euch dank der Pulverform selbst anmischen und portionieren könnt. Der größte Vorteil dabei ist aber, dass das Ganze ohne Zucker und die ganzen schädlichen Inhaltsstoffe wie die üblichen Marken im Supermarkt auskommt. So werdet ihr mit gutem Gewissen eure Müdigkeit los und habt dabei noch etwas wirklich Leckeres zu trinken. Holy bietet neben den Energy-Sorten noch eine Vielzahl an leckeren Eisteesorten an, die ich persönlich richtig gerne mag. Wenn ihr also auch gerne mal etwas Süßes trinkt und dabei nicht auf das ungesunde Angebot im Supermarkt zurückgreifen wollt, dann ist das eine perfekte Möglichkeit für euch. Wer das Ganze einfach mal ausprobieren möchte, der kann sich bei Holy ein Probierpaket sowohl vom Energy-Drink als auch von den Eisteesorten bestellen, wo ihr euch durch alle Sorten durchprobieren könnt. Mit meinem Code XanderStories5 spart ihr als Neukunden bei eurer ersten Bestellung noch einmal 5 Euro und mit dem Code XanderStories spart jeder 10% Rabatt auf die gesamte Bestellung. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und jetzt geht's weiter mit dem eigentlichen Video. Also angekommen im Inneren des Hauses und schon wieder bietet sich ein Anblick voller Spinnenweben. Hier ist alles voll. Sieht wirklich richtig ungemütlich aus. Und wenn man reinkommt, gibt es hier einen kleinen Blick in eine riesige angebaute Scheune voller Gerümpel. Die schauen wir uns vielleicht am Ende nochmal an. Ein viel interessanter. Scheint der Wohnbereich zu sein. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Da ein alter Besen, eine alte Mistgabel. Hier noch eine Kommode. Und hier. Oh ja, Leute. Hier geht's in den ersten Wohnraum. Guckt euch das Bett an. Alter, Leute. Wie sieht's hier bitte aus? Das sieht hier aus wie eine Filmkulisse. Der Kinderwagen. Guckt euch das an. Der alte Koffer. Der Tisch ist förmlich noch gedeckt. Hier steht das Geschirr. Noch ein altes Buch. Wir blättern es mal um. Sankt Michaels Kalender. Hört ihr das? Die Jungs sind schon im oberen Stockwerk. Das alte Dreirad hier auf dem Fensterbrett. Am Bett stehen sogar noch die alten Schuhe. In die andere Richtung. Eine riesige Holzkommode und Vitrine. Noch völlig eingerichtet. Stehen noch alle Gläser drin. Leute, hier der alte Herd. Dort in der Ecke noch der Wäscheständer. Da hängen noch zwei Handtücher drauf. Und auch hier ein paar Schuhe. Abgestellt und nie wieder getragen. Hier hinten noch ein Raum. Boah, Leute. Guckt euch die Tapeten an. Mit der Blumenverzierung. Das Kreuz in der Ecke des Raumes. Hier die alte Lampe. Auch hier wieder ein Tisch. Mit Stuhl. Hier die Küchenzeile, würde ich fast sagen. Und einer kleinen Kommode. Auch die Kommode ist noch eingerichtet. Leute, es ist wirklich Wahnsinn. Hier das Waschbecken. Ganz altmodisch. Hier mit dem Spiegel. Die Seife liegt hier noch. Wenn man hier aus dem Raum wieder zurückkommt, bietet sich auf der anderen Seite ein völlig anderer Anblick. Hier sieht es aus, als wären hier mal Renovierungsarbeiten gestartet worden. Die dann aber auch wieder abgebrochen worden sind. Hier riecht es sogar noch nach Farbe. Aber hier den Spinnenweben nach zu urteilen und der Verfärbung dort vorne. Demnach scheinen auch diese Arbeiten schon wieder lange zurückzulegen. Hier sieht es schon wieder ganz anders aus. Ein ganz anderer Stil. Es verwirkt sich jetzt hier hinter der Tür. Hier, ich wollte gerade sagen, sieht nämlich aus wie Toiletten. Sind es auch. Aber der Stil passt absolut gar nicht in dieses Haus. Wieder zurück im Hauptzimmer. Hängt hier eine uralte Tasche. Und hier habe ich gerade schon gesehen, einfach eine alte Heimwerkstatt. Sieht super unheimlich aus. Guckt euch mal die riesigen Segen an. Sowas sieht man jetzt auch nicht alle Tage. Mit der riesigen Werkbank. Und auch hier wieder alles voller Spinnenweben. Sieht aus wie eine Filmkulisse. Leute, was ist das hier für ein Ort? Alles noch da. Das ganze Werkzeug. Irgendwann wurde das einfach mal benutzt. Und jetzt liegt es da einsam und verlassen im Schrank. Wir wagen jetzt einen Blick ins obere Stockwerk. Denn hier geht es die Treppe hinauf, wo die Jungs auch schon unterwegs sind. Ich weiß gar nicht, in welches Zimmer ich zuerst gehen soll. Ich schaue mal hier in die Richtung. Denn hier spricht mich schon dieser geöffnete Kleiderschrank an, in dem auch noch Kleidung hängt. Hier nebenan Kleiderbügel, Kartenspiel, Bettwäsche, Kerzen. Ja, und ein altes Bett. Das geht sogar noch einen Stockwerk höher. Wir bleiben aber erst mal auf diesem und schauen uns um. Das versteckt sich hier hinter der Tür. Boah, ein noch mal größeres Zimmer. Wir sind jetzt direkt über dem Wohnzimmer von eben. Hier noch ein alter Schrank. Hier auch mit Holzschnitzereien. Und auch hier ein weiterer Raum, der jetzt allerdings schon leer ist. Ist das Fenster offen? Kommt der Windzug durch? Hier sogar eine kleine Mausefalle. Diese ganzen kleinen Details, selbst die sieht so uralt aus. Guckt euch das Ding mal an. Wahnsinn. Man kommt hier aus dem Staunen überhaupt nicht mehr raus. Ich bin gespannt, was wir noch so entdecken. Bevor ich hier nach oben gehe, habe ich gesehen, dass es hier in diese Richtung auch noch geht. Ja, hier sind wir im oberen Bereich der Scheune. Leute, was stehen hier für Gerätschaften? Guckt euch das an. Oh, da hinten. Eine Katze, die sich gerade erschreckt hat. Die zweite Katze, diesmal eine schwarze. Wir haben auch schon im Haus eben gerade eine Katze entdeckt. Leute, da hinten das Rad. Ich weiß gar nicht, was hier alles für Gerätschaften zu entdecken sind. Aber ich gehe mal zu den Jungs nach oben. Oh Leute, guckt euch diesen Treppenaufstieg an. Leute, Taco hat es gerade in der Hand. Wir haben hier einfach Schwarzpulver in einer Uhr gefunden. Musketpulver steht halt drauf. Hier sieht man auch den Schützen mit der Waffe. Ganz, ganz seltsam. Wir fragen uns gerade, wofür das hier benutzt wurde. Vielleicht hat man hier auch gejagt. Und mit einer ganz alten Waffe. Mit Freundlader, mit Vorderlader. Sicherlich eventuell könnte das sein. Im Hintergrund läuten die Kirchenglocken des anliegenden Dorfes. Das könnte wieder nicht atmosphärischer sein. Hier noch ein alter Schlitten. Wir sind jetzt gerade im obersten Stockwerk auf dem Dachboden. Hier steht noch alles rum. Da hinten noch zwei Schlitten. Hier ein uraltes Fahrrad. Wahnsinn. Es legte sich eine seltsam anmutende Atmosphäre vergangener Zeiten über unsere Erkundung. Und wir waren gespannt auf der Suche nach weiteren kleinen Details, sodass man Stunden in diesen Gebäuden hätte verbringen können. Doch wir hatten noch so einiges an Strecke vor uns. Denn in Tschechien angekommen waren wir noch lange nicht. So begaben wir uns wieder nach draußen und ließen dieses Haus in der Dunkelheit hinter uns zurück. Unwissend darüber, was uns diese Nacht noch bevorstehen sollte. Leute, guckt euch an, wie eingewachsen dieses Haus ist. Es steckt in einem tiefen Dornröschenschlaf. Also Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sind schon mitten in der Nacht. Vor uns liegt eine wirklich undenkbar unheimliche Location. Wir sind noch nicht drin gewesen. Ich bin gerade hier mit Leon noch direkt vor dem Eingang. Dave und Taco sind schon drin, haben unsere Rucksäcke angenommen. Denn dieser Ort soll für uns heute unser Schlafplatz sein. Leute, guckt euch an, wie eingewachsen dieser Balkon da oben ist. Komplett von den Ranken eingenommen. Man kann das Dach kaum noch erkennen. Die schlängeln sich wirklich an der ganzen Hauswand entlang. Man kann fast kaum was von der Hausfassade erkennen. Also angekommen im Inneren des Gebäudes, bietet sich einem hier wieder ein Bild. Absoluten Verfalls gleichzeitig, aber auch eine Zeitkapsel und Zeitreise in die Vergangenheit. Wie man es sich kaum vorstellen kann. Ich zeige es euch einfach. Viel muss man gar nicht sagen. Hier sitzt gerade eine große Motte. Da fuhr gerade ein Auto direkt. Ja, das war aber recht schnell. Meinst du? Ist das nicht angehalten? Nein, ich glaube es klingt nur so. Wegen dem Schall bei den Bäumen und so. Also Leute, ab und zu, obwohl wir es wirklich mitten in der Nacht haben, kommt doch nochmal ein Auto auf dieser einsamen Landstraße vorbei. Doch wir widmen uns jetzt hier dem Interieur dieses Hauses. Ich werde wahrscheinlich diesen Tisch vorsichtshalber komplett zensieren müssen. Denn hier liegen Kontoauszüge und persönliche Bescheide und Briefe. Vom Amtsgericht sehe ich da gerade irgendwelche Rechnungen. Hier stehen überall Namen drauf. Alle persönlichen Dokumente und was auch immer man hier noch findet. Anzeigen vorliegend auch. Rentenanpassungsmitteilung. Anzeigen? Ja, alleine drei Anzeigen gibt es hier auf dem Tisch. Ach so. Guck mal hier, Amtsgericht. Und so was liegt hier einfach offen rum. Ja. Wir haben jetzt hier gerade unser Equipment als allererstes abgelegt und wollen uns das Haus von innen anschauen, bevor es dann in unsere Vorbereitung zum Overnight geht für unsere Übernachtung. Hier, Leute, noch eine uralte Eierpackung. Hier steht noch alles rum. Der Kühlschrank steht offen. Ist glücklicherweise allerdings leer. Ja, hier noch die uralte Nähmaschine. Boah. Boah, Leute. In jedem Raum sieht es noch schlimmer aus. Guckt euch mal an, wie alt das alles ist. Ich bin jetzt hier, ja, im Stall, in der Scheune, im Schuppen. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Das sieht hier aus wie in einem alten Hexenhaus. Guckt euch mal den Besen an. Die Atmosphäre hier ist wirklich, wirklich unheimlich. Ich bin jetzt gerade ganz alleine. Die Jungs sind im anderen Teil des Gebäudes. Und jetzt stellt euch mal vor, dass wir hier heute Nacht schlafen werden. Allerdings ist geplant, im oberen Stockwerk das Lager aufzuschlagen. Und wir hoffen, dass da der Zustand etwas besser ist als hier unten. Denn hier wütet der jahrzehntelange Verfall schon ewig. An der Stelle weise ich euch noch einmal auf die Hintergrundgeschichte zu diesem Haus hin. Ich bin jetzt gerade in genau dem Raum, in dem die ehemalige Hausbesitzerin verstorben ist. Und begebe mich gerade mit den letzten Schritten in Richtung des Sofas, auf welchem sie angeblich verstorben sein soll. Es fühlt sich gerade sehr, sehr falsch an, hier zu sein. Trotzdessen kommen wir natürlich mit größtem Respekt und Ehrfurcht vor diesem Gebäude und dem Schicksal, was dahinter steht. Aus dem Wohnzimmer geht es hier in den ehemaligen Eingangsbereich. Die Tür ist allerdings verbarrikadiert und völlig zugewachsen. Okay, okay, das hatten wir so gesehen. Schaut euch mal dieses uralte Radio hier hinten an. Das ist mir tatsächlich so damals gar nicht aufgefallen. Was, ey? Okay, kennt ihr das, wenn ihr wirklich ein zweites Mal in den Lost Place geht und euch da noch andere Sachen erfallen, die ihr beim ersten Mal gar nicht gesehen habt? Okay, das ist das große Schlafzimmer hier. Alter Schwede. Das ist einfach mächtig, mächtig, unheimlich, das Ganze. Einfach nur creepy. Lauf ganz links. Naja, nichts. Weil die ist rechts komplett weg, ja. Die ist komplett weg. Ja, okay. An den Raum erinnere ich mich hier auch noch. Das ist wahrscheinlich so die Werkstatt gewesen. Da stehen noch ein paar alte Fahrräder und so. Krass, 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 ey. Geht's, geht's, geht's? Was war mal denn hier? Wow. Oh, Leute, ey. Wenn ich diesen Flur schon wieder sehe. Diese einzelnen Schlafzimmer. Und das Krasse ist, wie gesagt, wir haben ja vorhin gerade eine Urwächserin getroffen, die hier gerade drin war, die hier wirklich als Kind diese Frau kannte. Und die hat gemeint, dass die gar keine Kinder hatte. Also da frage ich mich, warum hier überall so viele Schlafzimmer sind. Hier noch so ein großes Bett. Ja, es hat... Moment, hier geht's noch in ein weiteres Zimmer. Okay. Ah, das ist dieses Durchgangszimmer hier. Das hatten wir damals auch entdeckt. Hier sind noch komplett die Klamotten drin. Puh. Sehr stark, oder? Ja. Steht denn da noch so? Echt? Das habe ich gar nicht gehört. Okay, wechsel zur Nachtsichtkamera, weil die schleichen jetzt gerade im Garten rum. Du kannst die ruhig abstellen. Die sind wieder vom Gelände runter. Hier ist ein offenes Fenster. Ja, Leute. Ihr habt es gerade im Zusammenschnitt gesehen. Es ist leider alles schief gelaufen. Unser Overnight-Spot für diese Nacht ist ins Wasser gefallen, denn die Polizei hat uns aus dem Gebäude rausgeholt. Zum Glück waren es zwei sehr freundliche Beamte, denen wir erklärt haben, dass wir nichts Böses im Sinn haben. Und nur unsere Aufnahmen machen wollten, die beide gesagt haben, wenn wir das Haus jetzt verlassen, sind wir im Reinen und wir lassen uns ziehen. Und genau das haben wir getan. Und jetzt stehen wir vor der Frage, was machen wir? Wir haben uns jetzt wirklich tief in der Nacht. Wir haben keinen Plan, wo es jetzt hingeht, denn wir wollten eigentlich erst morgen früh nach Tschechien weiterfahren und hier in diesem Haus übernachten. Wir haben jetzt aber keine Möglichkeit, im Auto zu schlafen, weil wir einfach viel zu viele sind und keinen Platz im Auto haben. Also, mal sehen, wo es uns jetzt noch hinführt. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Doch dieses Video nimmt einen ganz anderen Lauf als eigentlich geplant. Ja Leute, es hat uns jetzt hoch in die Berge bis kurz vor die tschechische Grenze geführt. Ihr seht es, hier liegt Schnee, es ist eiskalt und wir marschieren gerade den Berg hinauf in absoluter Dunkelheit zu einem angeblich verlassenen Berghotel, welches jetzt alternativ und sehr sehr spontan unser Overnight-Spot sein soll. Also, wir sind jetzt leise und versuchen reinzukommen. Echt? So ganz geheuer ist es mir nicht. Ja, mir auch nicht. Ist auch die Frage, sind das alles nur Tacos-Kusspuren? Ich denke. Ja. Alter, der Blick morgen früh. Alter, jetzt sieht man es noch nicht, ne? Aber morgen wird richtig früh. Das ist so schön bei hin geblieben. Boah, 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 boah. Das ist die nächste Malte. Was liegt hier noch? Neues Testament. Jede Location hier mit religiösem Bezug. Hier liegt ein neues Testament rum. Es gibt einfach eine Bibel. Ich bin sehr gespannt. Reinspazieren. Komplett offen. Schuhe aufklopfen. Schuhe aufklopfen. Das gibt es nicht. Jetzt wird die Frage geben. Gehen wir nach oben? Die Spinnen hier. Das ist ein richtig gutes Zeichen. Guck dir die Spinnen an. Warte, warte, warte. Geh unten durch. Das ist unser Alarm. Geh uns gleich nach oben an. Alter. Wir gucken uns das morgen in Ruhe an. Wir gehen uns direkt nach oben. Und suchen uns einen Schlafplatz. Guck mal. Warte. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das ist ein bisschen zu sein. Das wir hier morgens rausgeholt werden. Wenn, dann haben wir es auf Kamera. Ich werde das Ding hier hin. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Jetzt. Ich sehe nichts. Das ist echt cool. Auch mal so hell nachts. Ja. So Leute, die Betten sind gemacht. Wir liegen hier gerade. Ich bin mit Leon in einem Doppelzimmer. Nebenan sind der gute Day von Taco. Und ja. Also viel mehr Gemütlichkeit geht eigentlich gar nicht mehr in einem Lost Place. Ich würde sagen, wir haben uns das hier schön gemacht. Wir freuen uns morgen früh auf den Sonnenaufgang. Dort vorne haben wir einen richtig guten Blick. Den zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Und wir verabschieden uns jetzt in die Nachtruhe. Die wir jetzt sonst auch eigentlich echt verdient haben. Weil, was wir heute schon wieder alles erlebt haben. Ja. Verrückt. Viel zu viel. Super Arbeit. Die Tour hat im Prinzip noch nicht mal angefangen. Weil wir sind noch gar nicht in Tschechien. Ja. Guten Morgen Leute. Wir haben ausgeschlafen. Dort hinten liegt Leon noch. Ich würde euch jetzt gerne den Ausblick zeigen. Allerdings. Ja. Seht einfach mal selbst. Es ist ein so dichter Nebel aufgekommen. Ich bin vorhin schon einmal kurz aufgewacht. Da kam der Sonnenaufgang raus. Und es sah wirklich richtig cool aus. Jetzt finde ich, hat es aber auch auf jeden Fall was. Weil dieser Nebel. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie weit man hier eigentlich gucken könnte. Und wie hoch wir sind. Denn wir wissen noch gar nicht so recht, in was für einem Gebäude wir hier eigentlich geschlafen haben. Gestern Nacht sind wir ja Hals über Kopf hier reingestürzt. Und haben uns dann in die Betten gelegt. Ohne so richtig uns mal umzuschauen. Aber das wollen wir jetzt machen. Und dabei nehme ich euch jetzt mit. Ich bin sehr gespannt, was wir hier so finden werden. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, was wir hier sehen. Ich bin sehr gespannt. Ja Leute, eben noch im obersten Stockwerk sind wir jetzt ganz im Erdgeschoss angekommen. Haben unsere Sachen abgestellt. Um jetzt nochmal ohne Gepäck das Gebäude zu erkunden. Der Raum hier ist identisch aufgebaut zu dem, in dem wir übernachtet haben. Und wir sind jetzt wirklich ganz unten. Hier ein Fahrstuhl außer Betrieb. Und jetzt werden wir uns dieses riesige Gebäude anschauen. Die Jungs sind gerade auch schon auf dem Weg. Aber ich denke mal hier unten, das Stockwerk wird genauso aufgebaut sein wie oben. Wir sind ja hier in einem Teil des Hauses noch genau demselben, in dem wir auch vier oder fünf Stockwerke weiter oben geschlafen haben. Dementsprechend sehen die Räume hier alle so aus. Hier ist noch ein größeres Zimmer. Guck mal hier. Hier ist wirklich noch Kissen, Bettdecke, alle Möbel da. Das Badezimmer ist größer. Boah, sieht richtig gut aus. Leute, der Dave hat mir gerade erzählt, dass dieser Raum hier wirklich ganz besonders ist. Guckt euch diesen grünen Schimmel an den Wänden an. Moos an der Wand. Dieser Verfall. Guckt mal an, was da für ein Schimmel an dem Holz dran ist. Wahnsinn. Hätte man jetzt überhaupt nicht erwartet. Weil ja einige Räume, ich meine wir haben ein paar Stockwerke weiter oben, friedlich geschlafen. Und hier sieht es einfach so aus. Aber auch hier das Bett gemacht. Das Badezimmer. Warte, hier ein Blick nach draußen. Da liegt der Schnee. Dort oben der Wald. Der Berg erstreckt sich noch ein ganzes Stück weiter in die Höhe. Und wir müssen wirklich aufpassen, denn direkt angrenzend ist eine Anlage an Ferienhäusern, die definitiv bewohnt sind. Deshalb wollten wir auch gestern Nacht hier nicht mehr mit den Lampen an den Fenstern vorbeilaufen. Mal schauen. Hier steht ein altes White Vault. Guckt mal hier hin. Warte, die Tür. Die Tür klennen zwar. Irgendwas macht hier seltsame Geräusche. Wie tropft es irgendwo? Das sieht hier aus wie ein ehemaliger Konferenzraum. wenn hier vielleicht auch Dienstreisen stattgefunden haben viele Hotels haben ja solche Räume hier strahlt das Licht herein draußen reflektiert der Schnee die langsam hinter dem Nebel hervorkommende Sonne ich wage jetzt trotzdem mal einen Blick nach draußen Leute, guckt euch mal an, was das für eine Atmosphäre ist da vorne noch der leichte Nebel über den Bäumen der Schnee, die Vögel, die hier langsam hin und her fliegen da seht ihr mal, wie groß das Gebäude ist wir waren im allerhöchsten Stockwerk und jetzt hier unten einfach so ein großer Konferenzsaal da vorne geht es weiter ich gucke jetzt hier links mal rein ja, hier geht es weiter da der alte Fernseher guckt euch das mal an was das für ein Riesenteil ist der ganze Kasten das kommt gar nicht rüber hier mal meine Lampe und Hand als Vergleich hier ein uralter Beamer ja, und unzählige Tische und Stühle in diesem lichtdurchfluteten Raum wenn wir weitergehen das sieht hier schon eher nach Essenssaal aus dort hinten mit den Sitzecken kann man sich vorstellen, dass hier vielleicht vor gar nicht allzu langer Zeit mal Menschen Frühstück gegessen haben in diesem Hotel jetzt fällt es irgendwie schwer allerdings ist der Zustand ja wirklich noch so gut kein Vandalismus Garderobe Telefon mit C Chef Schalter die Tür ist verschlossen wir gucken mal auf die andere Seite bevor wir weitergehen ich weiß nämlich nicht, ob wir da nicht mehr zurückkommen Guck mal Leute Holz, Osterhasen Krankenhaus ist das vielleicht gemeinnützige Arbeit gewesen das hier gebastelt wurde ja hier sind sie drin ja, hier ist die Rückseite von dem, was wir gerade gesehen haben die Tür war verschlossen hier sind WC-Anlagen es ist allerdings hier wieder dunkel weil hier keine Fenster sind ja wartet dieser Wickelraum guckt euch das mal an hier so ein eigener Raum zum Wickeln allerdings verglast die Geräusche da vorne Leute, das tropft nicht jetzt hat es aufgehört das kann doch nicht sein das ist nämlich eine automatische Türöffnung und ich schätze das war der Bewegungsmelder der die ganze Zeit ausgeschlagen hat jetzt vielleicht aber konstant aktiviert bleibt weil ich jetzt hier im Raum bin ich gehe mal wieder zurück mal sehen, ob er wieder anfängt zu klicken das ist jetzt ein bisschen seltsam das hat hier wirklich die ganze Zeit Geräusche gemacht und jetzt hört es auf ich gehe mal hier hinten lang da kommen wir auch in den selben Bereich sieht für mich aus wie ein weiterer Teil des Essenssaals allerdings hier mit riesiger Bar guckt euch an wie das aussieht hier das ist das Hotel hier hier alte Sitzecke der Kamin boah Leute es hört nicht auf hier alte Zapfanlage Getränke das hier gehörte bestimmt mal zum Frühstücksbuffet Leute guckt mal wie die Sonne da draußen rauskommt was das für ein Ausblick ist da kommen wir auch gleich hin gucken wir hier mal weiter hier ist noch eine Bar hier sieht es aber richtig übel aus hier wurde sämtliches Essen Müsli Cornflakes alles zusammengekippt und zu einem riesigen gammelnden Haufen vereint dahinter die Theke die ganzen Gläser man kommt hier aus dem Gucken gar nicht mehr raus hier ist ja wirklich noch alles da alles hinterlassen hier ist gerade Leon in der Küche hier riecht es noch komplett nach hier riecht es ja komplett nach frittierten Pommes oder so wenn man aus der Küche von dort hinten weiterkommt findet man hier etwas was für mich schon gar nicht mehr nach Hotelbereich aussieht sieht schon irgendwie ein bisschen privater aus guckt mal hier die Zimmerschlüssel hier liegen sie alle verteilt da ist wieder ein Zugang zum Treppenhaus und hier rechts rum boah ja das wird hier die Verwaltung gewesen sein hier ist alles noch da von wann ist der Kalender 2018 draußen steht ein Einkaufswagen ist ein bisschen verdächtig oh guckt euch dieses Wetter an dieser Nebel man sieht nichts dieser Nebel der alles in Dunkelheit hüllt und wenn wir hier lang gehen meine nächste Bar und das Highlight bisher ist dieser Essenssaal mit einem unglaublichen Ausblick ihr könnt es vielleicht schon erahnen wir befinden uns ja hier mitten auf dem Berg und wenn ich hier die Schritte weiter gehe guckt euch mal bitte an was man hier für einen Ausblick hat die Sonne kommt langsam durch den dichten Nebel und man kann bis hinten in die Ferne schauen und es geht eigentlich noch weiter wir hoffen immer noch darauf dass der Nebel sich ganz lichtet dass man nachher mal mit der Drohne euch zeigen kann wie es hier eigentlich aussieht aber dieser Ausblick hier aus dem Essenssaal dort unten stehen Pferde auf einer kleinen Koppel und ewige Weite da unten sieht man Taco der sich gerade den Außenpool anguckt auch das steht uns noch bevor oh Leute hier eine große Terrasse es ist doch verrückt können wir hier durchgucken hier sieht man einen Teil des Hotels da liegen irgendwelche Spiele verteilt da tropft es aber auch schon von der Decke hier der Kinderpunsch als wäre er vor kurzem noch getrunken worden hier sind noch Zimmer wir gehen mal weiter runter da steht es schon ausgeschildert Leute Hallenbad da gehen wir gleich hin was findet sich hier das sieht mir eher nach hier steht Werkstatt Vorsicht Hund Raum für die Skischule nee Skischuhe boah was ist das denn guckt euch das mal an das ist hier ein ehemaliger Veranstaltungsraum das ist doch eine Bühne oder hier steht noch ein alter Tischkicker einsam und verlassen die Scheibe ist schon total dreckig vergilbt und beschlagen hier die Bühne was ist das hier noch boah guckt euch mal den riesen Käfer an der da sitzt könnt ihr den erkennen ich glaube nicht hier ist alles voll von den Dingern was ist das denn was ist denn das für ein Raum ich hätte jetzt fast auf Kegelbahn getippt aber hier ist ja gar keiner ausgelegt aber vom Raum her wird es passen da hinten auch als wenn da die Schuhausgabe gewesen ist aber hier ist alles voller großer toter Käfer wahrscheinlich wird es wirklich mal eine Kegelbahn gewesen sein das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen es würde hier total in diesen Raum passen und die Holzverkleidung die Bahnen wurden vielleicht wieder rausgenommen was könnte das sonst gewesen sein so ein länglicher Raum den baut man doch nicht einfach so auch hier mit dieser Rezeption als wären hier die Schuhe gelagert worden hier im nächsten Raum wartet schon eine weitere Überraschung alte Weihnachtsdekoration guckt euch den riesigen Weihnachtsmann an hier die gelernten ja wird aber auch mal Heizungskeller und gleichzeitig auch Wäscheraum gewesen sein also hier mit mehreren Funktionen Leute ich weiß gar nicht Waschküche ja hier sind riesige Waschmaschinen hier wurde die Hotelwäsche gemacht hier liegt auch noch einiges ich gehe mal wieder zurück in die andere Richtung weil wir wollten ja eigentlich ins Hallenbad ihr seht schon man geht nur eine Abzweigung weiter um den Raum zu erkunden und landet am ganz anderen Ende des Hotels weil man immer mehr findet aber wir gehen jetzt mal wieder zurück dorthin wo wir eben waren durch den großen Veranstaltungsraum hier wieder zurück steht es schon wieder ausgeschildert Hallenbad hier irgendwelche ja Heizungsräume wieder Hallenbad außer Betrieb bitte keine Gläser an den Pool mitnehmen Hallenbad mit Straßenschuhen bitte nicht betreten also hier geht es ins Hallenbad durch die Tür oder wo da lang Beauty and Wellness Oase hier steht es gehen wir mal durch hier kommt so ein leicht kalter Windzug durch wie es hier aussieht schon wieder ganz anders hier die Verzierung hier so ein privates Badezimmer auch wieder mit Wandmalereien große Badewanne und eine Dusche hier war bestimmt mal Wasser drin und dann hier überall weitere Malereien an der Wand da hinten geht es auch nochmal in ein anderes Treppenhaus ja guckt euch das hier mal an was ist das denn hier riesiges Bild sieht aus wie von Bob Ross gemalt ist auch genau die Maltechnik nur eben an einer Tapete und hier unten ein Teller aus Muscheln Kerzen so ein bisschen die Fenster mit den Vorhängen zugehangen eine Küche oh hier riecht es ganz ekelhaft haben wir hier noch hier seht ihr noch mal wieder den Ausblick wir sind jetzt wahrscheinlich direkt unter dem Essensraum den wir eben hatten so groß hätte ich das jetzt gar nicht erwartet krass ne hier tropft es auch wieder Leute guckt euch mal hier das stillgelegte Schwimmbecken an riesiges Hallenbad hier tropft es auch überall von der Decke nee das kommt da vorne durch hey Leute das hat hier Dimensionen die man gestern Abend überhaupt nicht erahnen konnte klar wir haben schon gesehen dass das ein großes Gebäude ist aber dass wir hier noch so viel finden hier muss es ja mal so schön gewesen sein echt schade dass dieses Hotel nicht mehr in Betrieb ist aus welchen Gründen auch immer da hinten noch diese Brücke die so über die Ecke des Pools geht und hier draußen boah hier tropft es überall ich will gar nicht so nah an die Scheiben rangehen da draußen ist nämlich noch ein Außenswimmingpool da haben wir doch Taco eben von oben gesehen mal sehen ob wir da auch nochmal einen Ausgang finden auf jeden Fall kam man ursprünglich hier dann über die Veranda nach drinnen und dann ins Hallenbad also hier das Treppenhaus was wir gerade schon gesehen haben Leon hat gesagt hier geht es nochmal in einen Saunabereich da steht es auch bordeuörtlich an der Tür rechts rum boah guckt euch das mal an die Kessel guckt euch den mal an wie riesig das alles ist aber klar für so ein großes Gebäude machen wir hier die Tür mal auf Tatsache hier geht es in die Erlebnisdusche ist ein Erlebnis boah guck mal hier die ehemalige Dekoration wenn das Tier aus dem Brunnen rauskommt Trinkquelle heißt es hier ist das hier noch okay der Raum ist leer und in dem Bereich Ruheraum wahrscheinlich genauso wie der andere boah hier die Spinnenweben guckt euch das mal an überall ja hier ist der Verfall natürlich schon echt heftig da tropft es wieder von der Decke die Farbe ist komplett grün an der Wand ja und hier geht es nochmal in den Saunabereich allerdings draußen wir sind jetzt durch diese Tür gekommen und sind jetzt in der kalten frischen Tagesluft hier tröpfelt es vom Dach das sieht schon gar nicht gut aus wahrscheinlich wird das hier alles auf kurz oder lang zusammenbrechen Leon ist da gerade im Saunabereich hier links rum noch ein alter Außenpool den haben wir eben von oben gesehen und hier taut langsam der Schnee ab es tropft hier an allen Ecken und hier scheint die Sauna zu sein sogar richtig groß guckt euch mal an wie groß das hier ist da öffnet sich den Aufguss und hier auf der anderen Seite noch eine etwas kleinere Sauna aber auch die ist ganz schön groß und jetzt ist es auch in der Sauna eiskalt hier nochmal ein Blick an eine andere Zapfquelle hier die uralte Cola verrückt Leute also wir sind auf dem Rückweg zum Auto das Hotel haben wir hinter uns gelassen hier rechts geht es runter den Hang mit Schnee bedeckt und wir machen uns jetzt auf den Weg uns kurz noch zu stärken bevor es dann offiziell auf Tschechien-Tour geht endlich überqueren wir die tschechische Grenze und stürzen uns in unser großes Abenteuer welches uns tief in die endlosen Weiten dieses mystischen Landes führt und nach einem ganzen Tag auf der Straße waren wir bei einbrechender Dunkelheit allein durch den Anblick der Umgebung schon in der richtigen Stimmung für die Tschechien-Tour auch die Nacht hindurch fuhren wir also zu unserem ersten Halt und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video und damit Freunde auch nochmal ein persönliches Willkommen zu diesem Video der Start einer unglaublich spannenden Tour wir sind jetzt gerade im tiefsten Tschechien wir haben die Grenze von südlicher Seite heute passiert und sind den gesamten Tag bis zum Sonnenuntergang hindurch durch Tschechien gefahren um an dieser ersten Location anzukommen sie ist hoffentlich vielversprechend wir sind gerade einmal mit dem Auto dran vorbei und es sah wirklich unheimlich aus wir sind absolut im Nichts also das meine ich wirklich ernst wir sind im absoluten Nichts um uns rum ist der tiefste Wald den man sich vorstellen kann wir gehen hier gerade eine Landstraße entlang haben das letzte zwielichtige Dorf schon vor Ewigkeiten hinter uns gelassen und vor uns liegt nur noch die Dunkelheit und dieses einsame Holzhaus im Wald unheimlicher könnte es nicht sein der Start dieser Tour ist absolut passend die Jungs gehen gerade vor mir dort hinten seht ihr sie vielleicht da blitzen die Lichter auf und direkt vor ihnen liegt das Haus in welches wir uns jetzt begeben werden also viel Spaß mit dem ersten Teil der Tschechien-Tour und los geht's hier kann man durchgucken ich fürchte es ist leer ist auch komplett leer oder? okay 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 das ist ja nichts hier mit dem Komplett also was zu essen oder will? dann rede ich mich auf die Schleude an der Tür neuer scheiße ey da ist einer drin aber das Schloss nicht von außen pstt ey hier ist zwar grünscheiß die Location das war wirklich langweilig so wie wir sehen da war hier ist ja nichts drin aber irgendwie ist es trotzdem voll gruselig das ist sobald du erwartest jetzt schon wieder dass wirklich irgend so ein richtig komischer Typ wieder zurück kommt ja ich höre auf ein Auto was irgendwie da grad dreht oder so ja das sieht nicht gut aus das ist ein neuer Schloss dran ja ewig aufgeformen die Scheiße das ist echt ey Leute das können wir uns nicht vorstellen wir sind wirklich zwei Stunden hier hingefahren ey ich sag das ist so ein Dachboden ey da spüren oder da liegen die Leichen auf dem Dachboden das hat keinen Sinn hier ne ich würde auch sagen einen Blick nach oben wie es da oben aussieht seht ihr auf Daves Kanal ja hier sind nicht zwei noch ne ne komm abgang ja ja man hat hier auf der Seite hier irgendwo Lichter im Wald gesehen hier unten siehst du da ja ja stimmt da leuchtet was sieht auch so elektronisch aus so Kerzen oder so da chillt irgendwer ja was da ist irgendwas da leuchtet leuchtet da einfach mal voll das Meer nur so zwischendurch da sitzt einer und macht Feuer oder so da sitzt ein kleines Licht ja zwei Leute sitzen auch und machen Feuer mitten im Wald sie haben nichts ey alter was ist hier los alter das ist so gut das ist genau so wie in diesem Video von was ich bei Xander gesehen habe ja wir sitzen einfach hier mitten im Wald sitzen einfach zwei Typen am Lagerfeuer oder zwei Menschen auf jeden Fall es war kein Lagerfeuer die waren mit so Kerzen so kleine Kerzen ja Kerzen? weiß ich nicht ich dachte das war ein kleines Feierchen ne ne ich glaube ne ne das war immer zwei verschiedene aber auch ohne Auto hier und so ne jetzt 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 was ist alles also das ist ein Grab was das ist ein Grab das ist einfach ein Grab was wo Kerzen brennen aber die sind ja frisch angezündet ne ja ja warum ist da einfach ein Grab mitten im Wald und Kerzen leuchten da ist bestimmt mal wer von der Straße abgekommen und da genau gegen den Baum geklatscht ja Alter das ist ein zweiter Fahrrad ja man das ist ganz komisch hier ohne Scheiß ey Alter stell dir doch vor da käme jetzt noch so einer aus dem Wald gesprintet Leute wir sind gerade wieder in einer Situation das wirklich markante an Tschechien ist dass wirklich hinter jeder Ecke in jedem Dorf genau solche Gebäude stehen wo man sich sicher ist das ist ein Lost Place und dann brennt doch ein kleines Licht ich weiß nicht ob ihr was erkennen könnt ich mach mal das Fenster runter aber auf den ersten Blick sieht das doch aus so die Straßenlaterne das ist die hier das ist ja ja aber unten war ein Licht ja ne stimmt da ist wirklich Licht aber hier war auch unten Licht drin im unteren Stockwerk stimmt da oben läuft die Fernseher Leute seht ihr das? Fernseher oder so was ist das denn hier? das Ding sieht komplett los aus hier ist auch ja ist auch gewohnt ich könnte froh sein dass ich da jetzt nicht so rumgegangen die müssen wir aufpassen die müssen wir aufpassen die müssen wir aufpassen ich hätte nur sollen können jetzt nicht los also diese Situation hat wieder einmal die wirklich unheimliche und seltsame Atmosphäre in Tschechien verdeutlicht die sich bei uns schon den ganzen Tag auf unserer Fahrt breitgemacht hat denn man fährt durch die Dörfer und ist jedes Mal wieder verwundert aber hier kann man notfalls auch pennen das sah schon wieder gerade interessant aus also auf jeden Fall fährt man an Häusern vorbei bei denen man sich wirklich sicher ist dass sie verlassen und unbewohnt sind und im letzten Moment kurz bevor wir dabei sind schon hin zu gehen sieht man dann doch eine kleine Lampe leuchten richtig richtig unheimlich aber daran sieht man auch einfach es sind wirklich arme Gegenden durch die wir teilweise hier kommen zu dazu kommt halt im Kern ja gut das ist bei uns immer bewusst oder? nicht gut raus weg abhauen erstmal wieder Der wird man so. Der wird man so. Okay, jetzt ist er. Habt ihr es gehört? Ich hab von da ein Geräusch gehört, von dem Haus. Der hat auch grad wieder einmal Licht an und dann direkt wieder ausgemacht. Stream kannst du vergessen hier, wirklich. Ja, du kannst es auch vergessen, grad hier mit Overnight und so. Also die sind alle aufmerksam gerade. Die kennen sich auch bestimmt, vielleicht telefonieren die schon. Also ich würd sagen, dass so schlimm es auch ist, lass uns hier woanders hin. Ja, aber lass erstmal dem Ganzen Zeit geben. Können wir auch. Ich seh es auch nicht. Ich glaube auch, dass es da ist. Du kannst ja komplett durch die Bäume gucken. Ja, kommt da weiter. Leute, ihr könnt jetzt nichts sehen, aber wir schleichen uns gerade über ein großes Feld von der Rückseite auf das Schulgebäude zu. Denn auf allen Seiten sind Nachbarn, die hinter ihren Vorhängen gucken, weil die uns sehen können. Und wir können jetzt nur ohne Licht über das Feld, haben das Auto auch an einem ziemlich unpassenden Ort abgestellt. Und versuchen jetzt hier irgendwie einen Zugang zu finden. Allerdings ist das Gebäude von der Rückseite stark eingewachsen. Und wie gesagt, es sind hier überall Nachbarn drumherum. Guck mal, siehst du. Die haben nochmal Licht ausgemacht. Ist das nicht der Fernseher vielleicht? Ich glaub, die haben den Fernseher gerade aber noch drunter gemacht. Weil man hat gerade noch gesehen, es geht da Licht an. Ja, ey, komm, lass weg. Man hat gerade gesehen, wie sich jemand so aufs Sofa gelegt hat. So richtig niedrig. Ja, und jetzt da draußen Licht angegangen. Und da kommt ja das Hundegerät. Ey, die passen gerade so auf. Es ist gar keine gute Idee, ne? Es hat geknackt, als wäre jetzt jemand draußen. Nicht, dass die gleich sich zusammentun und uns da oben beim Auto auflauern oder so. Erstmal noch drücken zurück. Okay. Mach mal Licht aus. Steht da auch wer am Fenster? Ja. Okay. Aber ich glaube nicht unsretwegen. Komm mal rein. Mit dem Ding. Ich hoffe es. Da hinten ist irgendwo Licht. Was für eine Straßenlaterne? Das sieht so gruselig aus, ey. Das ist alles zugeschlossen. Kompländer ist dir da entgerissen. Ey, ich hab ja trotzdem absolut ein beschissenes Gefühl. Ich hab auch ein gut, ungutes Gefühl. Schlafsack oder sowas. Nee. Das da hinten sieht aus wie ein Tier. Kannst du in deinem Haus. Ach du Scheiße. Oder? Leuchte nochmal hin. Nee. Ist irgendwas, was da liegt drin. Alter, was ist denn das? Denk das noch. Was sind die Leute? Hä? Das sieht komisch aus. Das ist einfach nur Müll. Ich glaub das täuscht. Ich glaub auch, dass es nur Müll ist. Alter, die Tafeln. Komplett voll geschrieben. Okay, nicht so da hinleuchten. Komm. Hallo. Ich hab jetzt echt gedacht, ich hätte die Kamera mal zuschauen. Also Leute, wie ihr mitbekommen habt, stellt es sich als extrem schwierig heraus, hier einen geeigneten Schlafplatz zu finden. Wir sind immer noch unter Beobachtung. Aus jedem Fenster kann man unsere Lichter sehen. Wir müssen wirklich höllisch aufpassen. Und zu allem Überfluss ist dieses Gebäude wirklich in einem extrem schlechten Zustand. Und wirklich, wirklich unheimlich. Also wir wissen noch nicht, ob wir hier wirklich zur Ruhe kommen und schlafen können. Aber wir haben aktuell keine andere Option. Wir müssten jetzt noch stundenlang durch die Nacht fahren. Also, ich nehme euch weiterhin mit auf unserer Suche. Mal schauen, wie es ausgeht. Leute, hier haben wir einen Raum gefunden, der uns jetzt ein ziemlich ungutes Gefühl gibt. Hier auf dem Boden eine Matratze. Und in der Ecke ein Schrank voller alkoholischer Getränke. Und hier riecht es auch wirklich noch, als wären die relativ frisch. Hier riecht es richtig, also Alkohol. Ja, also wir wissen nicht, ob hier eventuell heute Nacht noch jemand zurückkommt. Das sieht auf jeden Fall überhaupt nicht gut aus. Also hier ist tatsächlich ein Haftstand am besten, kommt mal rein. Einziges Problem ist halt, wir sind nur durch die Tiere ausgesetzt. Hier liegt auch teilweise an den Ecken mal so Krot oder so rum. Ja, das war schwer ein Paradies hier, wie das aussieht. Ja, kommt mal rein und dann können wir mal zusammenkleinern. Ich hätte so hier ein bisschen freier machen müssen, weil sie hier. Ja. So Leute, wir sind jetzt wieder auf dem Dachboden angekommen. Diesmal aber vollgepackt mit unseren Schlafsachen. Denn wir sind wohl oder übel gezwungen hier zu übernachten und werden jetzt unser Lager aufschlagen. Also Dave ist da hinten noch eine Wildkamera installieren, zusammen mit Bewegungsmelder. Und hier haben wir jetzt unser Lager aufgeschlagen. Die Jungs liegen da schon. Und wer hätte gedacht, dass man an einem so unheimlichen Ort dann doch so ein gemütliches Schlaflager aufrichten kann. Aber ich denke, mit den richtigen Leuten macht man sich das überall gemütlich. Also schaut unbedingt bei den Jungs vorbei. Wir werden jetzt hier unsere Nacht verbringen. Machen uns jetzt noch was zu essen. Werden noch mal ein bisschen quatschen. Und dann hoffen, dass die Nacht ruhig verläuft und hier nichts passiert. Wir hatten unsere erste Nacht in Tschechien also tatsächlich erfolgreich und unbeschadet überstanden. Nachdem wir unsere Sachen zusammengepackt haben, erkundeten wir das Gebäude nun auch noch einmal bei Tageslicht. Und dabei zeigte sich in den vielen Räumen noch viel deutlicher der Verfall und die trostlose Stille im Inneren dieser großen Schule, in der schon seit Ewigkeiten kein Betrieb mehr herrscht. Schwer vorstellbar, wie hier einst unzählige Schulkinder ihren Alltag bestritten haben und das Gebäude jetzt seit Jahrzehnten sich selbst überlassen bleibt, während es langsam verfällt. Als könnte man der Schule beim Sterben zusehen, steht sie wie aus einem Horrorfilm in unsere Welt projiziert am Straßenrand ländlicher Region Tschechiens und bot uns trotz aller anfänglichen Widrigkeiten Schutz für eine Nacht. Ein unwohles Gefühl hatten wir aufgrund der unheimlichen Atmosphäre aber trotzdem und so waren wir froh, wieder am Auto anzukommen und unsere weitere Route zu planen. Doch im Nachhinein wirkte das Ganze beinahe wie die Ruhe vor dem Sturm, denn vorbereiten konnten wir uns auf das, was als nächstes folgen sollte, definitiv nicht. In dieser Folge gehört das heimgesuchteste Gebäude in ganz Tschechien für eine ganze Nacht uns allein. Wir bekommen die Schlüssel für Burg Huska und schließen uns ganz allein in einem der berüchtigsten Spukorte Europas ein, um dort nach Geistern und paranormalen Phänomenen zu suchen. Begleitet uns auf eine einmalige Erkundung einer uralten Burg, die komplett eingerichtet tief in den tschechischen Wäldern als Tor zur Hölle bekannt ist und Geschichten zufolge auf eben jenem Durchgang zur Hölle gebaut wurde, um unsere Welt vor den schrecklichen Wesen und Gefahren aus den Tiefen der Hölle zu schützen. Ein Video in Spielfilmlänge, vollgepackt mit spannenden Erlebnissen einer unglaublichen Geisterjagd und wirklich unheimlichen Aufnahmen, dass ihr auf keinen Fall verpassen dürft. Macht euch bereit und begleitet uns auf ein Abenteuer, das ihr so noch nicht gesehen habt. Ich bin noch nie an einem Ort, der so viel Negatives und Unheimliches ausgestrahlt hat. Ja, da ist wir am Zaun. Das klang, glaub ich, geht das still. Bastard! Hau ab! Alter! Richtig scheiße gleich ab, ich sag euch ehrlich, mein Herz bocht richtig krass gerade. Tief verborgen in den tschechischen Wäldern liegt einer der berüchtigsten Spukorte Europas. Die Burg Huska. Als monumentales Gebäude in massiver Form in den uralten Fels gebaut, überragt sie das Umland und wirkt angesichts der Geschichten, die man sich über sie erzählt, schon von Weitem wie eine Warnung an jeden, der sich ihr versucht zu nähern. Doch im Gegensatz zu gewöhnlichen Burgen bezieht sich das im Falle der Burg Huska nicht auf potenzielle Angreifer oder Eroberer, welche die Burg einnehmen wollen, sondern auf jeden Menschen, dem sein Leben lieb ist. Strategisch gesehen nimmt die Burg einen äußerst ungünstigen Platz ein, da sie sich fernab jeglicher Handelswege und in einem für das Jagen viel zu dichten Wald befindet. Es gibt Burgen in der Nähe in weitaus besserer Lage, sie ist nicht einmal an Wasser angebunden, was für ihre Versorgung essentiell gewesen wäre und das Leben im Inneren stark erschweren würde. Doch genau hierum geht es. Die Burg sollte nie bewohnt werden. Doch warum wurde sie dann gebaut? Betrachtet man das Gebäude dann aus der Nähe, fällt vielleicht auf, dass die Burg über keinerlei Verteidigungsanlagen nach außen besitzt, was für Burgen ihrer Zeit völlig ungewöhnlich ist. Und das hat auch einen Grund. Sie waren nach innen gerichtet. Denn der einzige Grund des Baus dieser Burg war nicht etwa dort irgendwelche Schätze zu sichern und sich vor Angreifern zu schützen, sondern um die Außenwelt vor dem zu bewahren, was sich im Inneren befindet und zu verhindern, dass was auch immer dort im Inneren lauert, nach draußen gelangt. Erste Aufzeichnungen zur Burg Huska finden sich im Jahr 1316. Man vermutet allerdings, dass ihre Anfänge wahrscheinlich noch knapp weitere 100 Jahre zurückreichen. Während sich Europa historisch gesehen im Übergang ins Spätmittelalter befindet, erzählt man sich nun nördlich des gerade erst zur Königsstadt ernannten Prag Geschichten über unheimliche Begegnungen und Sichtungen übernatürlicher Wesen und Geschöpfe in einem großen Wald. Das Gelände soll Schauplatz von paranormalen Phänomenen und seltsamen Anomalien sein. Und all das habe seinen Ursprung an einem Felsen im Wald. Denn auf diesem Felsen entdeckt man einen gewaltigen Riss, der ein unendlich tiefes Loch aufwarf, in welchem die Menschen dieser Gegend den Zugang zur Unterwelt, das Tor zur Hölle vermuteten. Weshalb die seltsamen dämonischen Gestalten von dort in unsere Welt treten konnten. Jeder Versuch, das Loch zuzuschütten, scheiterte, da es einfach zu tief war. Also entschied man sich dazu, eine steinerne Kapelle auf das Loch zu bauen, um es damit zu verschließen. Und widmete sie dem Erzengel Michael, der die Armeen Gottes gegen die dunklen Heere der Hölle führe. Um die Kapelle herum wurde zur Verstärkung dann eine massive Burg errichtet, um das Tor in die Unterwelt vollständig zu verschließen. Und von da an erzählte man sich nun Geschichten über schreckliche Schreie, die man unter der Kapelle hören kann. Und man war sich sicher, dass dieser Ort im Reich des Teufels liegt. Im Laufe der Geschichte überstand die Burg diverse Einnahmen verschiedener Zeitepochen. So experimentierte hier im 17. Jahrhundert ein schwedischer Söldnerführer mit schwarzer Magie. Und im Zweiten Weltkrieg besetzte die SS des Nationalsozialistischen Deutschlands die Burg, angeblich um dort ihren fanatischen Forschungen des Okkultismus nachzugehen. Diese und viele weitere Vorhaben fußten alle auf den unheimlichen Geschichten und der Legende um die Burg Huskar. Und bis heute berichten Besucher von Geistererscheinungen und seltsamen Erlebnissen. Die Bewohner der Dörfer im Umkreis fürchten das Gebäude noch immer. Und mittlerweile hat die Burg über die tschechischen Grenzen hinaus immer mehr an Bekanntheit gewonnen. So erreichten die Geschichten auch uns. Also sollte Huskar das Hauptziel unserer Tschechentour werden. Und wir setzten uns mit dem heutigen Besitzer in Verbindung, um ihn in unser Vorhaben einzuweihen. Und tatsächlich erhielten wir die Möglichkeit die Burg eine gesamte Nacht für uns zu haben und schlossen uns im Inneren ein. Und was wir dort alles erlebt haben, das erfahrt ihr jetzt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Also, das Tor ist verschlossen und hinter uns liegt der heimgesuchteste Ort in ganz Tschechien, den wir diese gesamte Nacht für uns haben. Es könnte nicht mystischer sein, dort vorne liegt er im Nebel vergraben. Es wird immer dunkler, die Nacht bricht langsam herein, der Nebel verschluckt das gesamte Gebäude und wir begeben uns jetzt mal für unsere Erkundung. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Ich bin unglaublich gespannt, was dieses Gebäude für uns bereithält. Also, nun haben wir auch das Haupttor verschlossen und ich nehme euch mit ins Innere der Burg. Als allererstes trifft man hier auf den Innenhof. Unter freiem Himmel hängen hier rundherum Wappen an den Geländern. Ich lasse erstmal die Atmosphäre auf euch wirken. Also, ihr habt es in der Einleitung erfahren, es ist ein uraltes Gebäude aus dem Mittelalter. Und nun stehe ich inmitten des Innenhofes, dieses Spukortes. Guckt euch an, wie der Regen dort oben auf den Innenhof herunterprasselt. Es ist eine unglaublich mystische Atmosphäre. Ich bin so gespannt, was wir hier entdecken werden. Es gibt unzählige Räume, die sich hier für uns bereithalten. Also, ich würde sagen, wir verlassen den Innenhof und begeben uns hier zu einem ersten Treppenaufstieg. Den nehmen wir jetzt einfach mal ins nächste Stockwerk. Hier riecht es unglaublich nach altem Holz. Und vorne eine alte Truhe und ein Fenster zum Innenhof. Nur draußen seht ihr den Nebel. Langsam wird es dunkler. Und wir begeben uns weiter ins Innere der Burg. Also, ich sehe es gerade schon im Augenwinkel. Nach rechts erwartet uns ein unglaublicher Raum. Leute. Die gesamte Wand ist geschmückt mit erlegten Tieren und Jagdtrophäen. Da hinten setzt sich das Ganze fort. Sieht unglaublich, unheimlich aus. Hier sogar ein Bär. Ja, ich weiß gar nicht, was ich so recht sagen soll. Dieser Raum hier, das kriegt mir jetzt schon den Atem. Und es ist der erste Raum, den ich in dieser Burg betreten habe. Leute, guckt mal hier. Sogar eine kleine Tonfigur. Der Burg steht hier am Fuße der Treppe. Hier direkt daneben eine massive Kommode. Hier mit altem Geschirr, was hier eingerichtet ist. Ja, ihr merkt es vielleicht. Ich weiß gar nicht, was ich so recht sagen soll. Aber dieser Ort und vor allem dieser Raum spricht wahrscheinlich auch schon für sich. Unglaublich bedrückende Atmosphäre mit den ganzen Jagdtrophäen. Hier hängt alles an der Wand. Und hier finden sich dann schon wieder Details, Bezüge zum Teufel und der Hölle. Ganz passend zu diesem Ort. Auch an dieser Seite beim Kaminholz ein weiterer Teufel. Ich bin sehr gespannt, wie viel von solchen Details wir hier an diesem Ort finden werden. Leute, guckt euch bitte dieses Reh an. Man sagt ja, dass dieser Ort und der Wald, der ihn umgibt, ein Ort der Anomalien und Abnormalitäten ist. Und ich könnte mir gerade sehr gut vorstellen, dass genau dieses Reh in eben solchen Wald geschossen wurde. Denn auch dieses Reh trägt auf seinem Haupt etwas wie eine Abnormalität. Das Geweih ist völlig verwachsen. Guckt euch das mal an. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ganz ungewöhnlich. Ich würde sagen, der Weg führt uns weiter hinaus aus dem Saal durch diesen kleinen Flur. Vorbei an ungewöhnlichem Mobiliar, gebaut aus Hirschgewein. Hier zwei Stühle mit Tisch. Hier eine Glasvitrine. Dort vorne geht es zurück zum Innenhof, allerdings hier auf dieser Etage. Einen Rundgang, den werden wir uns vielleicht noch ansehen. Ich gehe mal weiter in den nächsten Raum, der schon wieder unglaublich aussieht. Wieder zu allen Seiten an den Wänden, Jagdtrophäen, die hier hängen. Die Jagdtrophäen an der Wand, Tierfälle und Teppiche auf dem Boden. Dieser Ort spricht wirklich Bände. Es könnte nicht atmosphärischer sein. Auch hier der Jagdbezug sogar am Geschirr zu erkennen. Auf den Tassen überall Wildtiere zu sehen. Wahnsinn. Hier habe ich noch ein unheimliches Detail entdeckt, denn dieser kleine Schrank steht vor einer Tür. Als wenn man diese Tür nicht öffnen soll. Irgendwie unheimlich. Was mag wohl dahinter sein? Es kann kein großer Raum sein, weil hier haben wir schon das Fenster und die Außenwand. Gehen wir mal aus diesem Raum in den nächsten. Ich habe gerade noch von den Tierfällen gesprochen. Und hier hört es überhaupt nicht mehr auf. Einfach alles voll. Hier auch. Hier sind irgendwelche mittelalterlichen Waffen ausgelegt. Helme, Wappen, Schwerter an der Wand und auch dort weitere Wappen. Guckt euch mal diesen Thron an. Und hier in diesem Raum Wandmalereien. Hier wird es deutlich kälter. Boah, wie das aussieht. Guckt euch mal an, wie groß diese Bilder sind. Ich finde auch so alte, hohe Fenster wirklich beeindruckend. Sieht immer total schön aus. Draußen hört man entweder den Regen oder den Wind. Ja, da sieht man so ein bisschen die Blätter im Wind wehen. Es wird langsam stürmisch draußen. Es soll heute Nacht auch gewittern. Also auch das könnte nicht passender sein. Also ich bin jetzt gerade mit dem Dave hier. Wir sind nochmal im Eingangsbereich. Und Taco hat gerade schon gesagt, draußen ist der Nebel richtig dicht geworden. Guckt euch das mal an. Man kann nichts sehen. Ich mache die Lampe aufs Maximum und ich leuchte im Prinzip gegen die Wand. Der Nebel ist so dicht, es nieselt. Und wir sind gerade auf Mission, noch unsere Essensvorräte aus dem Auto zu holen, bevor ich die Erkundung fortsetze. Aber wir wollen das Ganze schon mal in Sicherheit wissen. Denn die Nacht ist völlig eingebrochen. Und hier seht ihr nochmal das Gebäude von außen. Ich mache mal das Licht wieder dunkler. Leute, es sieht aus wie im Film. Also ich bin wieder im großen Saal mit den Jagdtrophäen. Ich habe mich jetzt meiner Jacke entledigt und setze mit euch gemeinsam die Erkundung fort. Vor mir liegt jetzt ein Treppenaufstieg in ein weiteres verwinkeltes Stockwerk. Da oben sieht man es schon. Mal sehen. Wir gehen mal die Treppe hinauf. Also hier unten kann man nochmal in den Saal blicken. Wir gucken nochmal durchs Fenster. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Nur mal von hier oben rein zu gucken. Und jetzt die Treppenstufen weiter nach oben. Mal sehen. Ein riesiger Saal mit gedeckter Tafel, unzählige Stühle und auch zu den Seiten hin. Hier kleine gedeckte Tische. Ich habe gerade was gehört. Ein leichtes Zischen oder so. Ganz entfernt hört man Wasser. Im Innenhof am Regenrimm runterpresseln. Hier der Kamin. Da hat man mal eine Glasscheibe vorgesetzt. Hier so ein Bild mit Muscheln eingearbeitet. Und nochmal einen Blick von dieser Seite auf die Tafel und den großen Saal. Gehen wir mal weiter. Hier steht eine Tür offen. Ich denke mal hier geht es wieder zum Innenhof. Ihr könnt es vielleicht ein bisschen erkennen. Da unten brennt Licht. Das ist der Innenhof. Und diesen Treppenaufgang hätte man auch nehmen können. Hier würde man dann wieder aus anderer Richtung zurück zum großen Saal kommen. Gehen wir weiter. Denn hier wartet ein riesiger Saal auf mich. Zur linken ein alter Flügel. Und zur rechten öffnet sich hier ein großer Saal. Bis dort hinten mit Parkettfußboden. Die alten Möbel, Sofas und Stühle stehen hier am Rande. Hinten noch ein großer Schrank. Am anderen Ende des Saales. Findet sich hier ein weiterer Raum. Auch dieser hier wieder prunkvoll eingerichtet. Hier der Tisch. Da hinten ein riesiger Spiegel an der Wand in der Ecke. Noch ein altes Sofa. Und auch hier geht es weiter. Leute, es hört und hört nicht auf. Unzählige Räume. Und es sieht überall aus, wie im Film. Hier oben hat es sogar eine schöne Atmosphäre. Wenn man bedenkt, was das hier für ein Gebäude ist, was dieser Ort für eine Geschichte hat. Aber der Raum hier hat schon wieder was Unheimliches. Da vorne der Stuhl in der Ecke. Die roten Wände ist auch ungewöhnlich aufgebaut. Und hier rechts hört man ganz laut den Regen von draußen. Denn hier steht die Tür offen. Hier geht es tatsächlich zum Innenhof. Wir sind auch im obersten Stockwerk. Ich leuchte mal so ein bisschen in den Innenhof. Hier sieht man den Regen und Nebel richtig runterkommen. Es ist so atmosphärisch, Leute. Ich gehe mal ein paar Schritte hier den Rundgang entlang. Hier vorne sehe ich gerade eine ganz kleine Tür in der Wand. Lässt sich sogar öffnen. Boah, hier steht ein kleiner Stuhl drin. Sieht das unheimlich aus. Machen wir mal wieder zu. Ja, da vorne. Können wir auch nochmal schnell reinschauen. Ah, Leute. Okay, ich weiß wo wir sind. Wir sind nämlich hier wieder am Eingang. Hier geht es zurück zum Saal mit dem Flügel. Wie die alten Türen alle knatschen. Wirklich unheimlich. Wirklich unheimlich. Wirklich unheimlich. Musik Also nachdem wir jetzt die oberen Räume scheinbar alle erkundet haben, würde ich sagen, wir wagen jetzt noch einen Blick auf die weiteren Räume der untersten Etage. Denn wir sind ja eben gerade vom Innenhof aus direkt ins Treppenhaus gegangen. Jetzt finde ich mich wieder hier im großen Innenhof. Hinter mir könnt ihr es erkennen. Und nach wie vor kommt der Regen hier runter. Es ist wirklich richtig unheimlich, aber genauso atmosphärisch. Und ich würde sagen, da hinten leuchtet Licht. Also gehen wir mal hier rein. Und ich glaube, ich weiß schon, was uns hier erwartet. Ja, es ist tatsächlich die Kapelle dieser Burg. Leute, da vorne der Altar. Hier das Kirchenschiff mit der Decke dort ganz oben. An der Wand wurde uns schon erklärt, sind uralte Wandmalereien aus der Entstehungszeit dieses Gebäudes, die mittlerweile schon stark verblasst sind. Hier hängen die Fahnen herunter. Leute, ey. Und das unheimlichste Detail zu dieser Kapelle. Sie befindet sich direkt über dem Loch und Eingang zur Hölle. Diese Kapelle wurde über das Loch gebaut, um alles, was aus dem Loch kommt, abzuhalten und die Außenwelt zu schützen. Ich befinde mich also, wenn ich jetzt hier ein paar Schritte nach vorne mache, direkt über dem vermeintlichen Portal und Eingang zur Hölle. Direkt unter meinen Füßen, unter diesem Gestein, unterirdisch, im Berg, versteckt, liegt der Zugang. Ich denke, dass wir nachher bei unserer paranormalen Untersuchung auf jeden Fall auch in diese Kapelle zurückkehren werden. Also ich bin gerade immer noch auf dem Innenhof und eben bin ich Dave begegnet, der gerade seine Erkundung abgeschlossen hat. Und sowohl Taco vorhin als auch Dave haben mich vor dem nächsten Raum, der auf mich wartet, gewarnt. Denn ich zeige es euch einfach mal. Da vorne wartet eine offene Tür mit dem wahrscheinlich unheimlichsten Raum dieses Gebäudes. Wir gehen einfach mal hinein. Ich glaube, allzu viel muss ich dazu gar nicht sagen. Dieser Raum spricht wieder für sich, denn hier gehen die Stufen hinab ins Reich des Teufels. Hier in der Wand wird man schon von seinem Gesicht gegrüßt. Er setzt sich als Verzierung am Kronleuchter fort. Dort hinten am Kamin, Teufelsgesichter im Abzug zu sehen. Seine riesige Hand, die über dieses Zimmer wacht. Ich weiß gar nicht, was für ein Raum das ist. Sieht aus wie eine Folterkammer, ein Kerker. Ich weiß nicht, was das ist, Leute. Hier sieht es so unheimlich aus. Boah, Leute. Hier ein alter Krug für Opferrituale. Im Inneren zwei verbrannte Ziegenschädel. Dieser Ort hier sieht schon wieder aus wie eine absolute Filmkulisse. Wie aus einem Albtraum. Und dort vorne sehe ich gerade, geht es noch weiter hinunter. Das ist wirklich der Abstieg in die Hölle. Auch hier wird man vom Teufel gegrüßt. Und ich wage die Schritte noch weiter herunter. Leute, wie sieht das hier aus? Da auf einem riesigen Thron sitzt eine Teufelsfigur, die auf mich wartet. Ich stelle euch vor, die fängt jetzt an, sich zu bewegen. Steht auf und rennt auf mich zu. Irgendwelche Bilder an der Decke. Und Leute. Mehr muss man dazu, glaube ich, nicht mehr sagen. Also wenn es hier irgendwelche positiven Energien geben sollte, dann wird all das definitiv hiervon verjagt. Ich glaube, ich war noch nie an einem Ort, der so viel Negatives, Bedrohliches, Düsteres und Unheimliches ausgestrahlt hat, wie diese Burg. Und ich muss ehrlich gestehen, mir geht es genauso wie Dave, der gerade gesagt hat, man fühlt sich hier absolut beobachtet. Denn die beiden hatten hier schon ihre erste unerklärliche und vielleicht paranormale Erfahrung in der Burg. Noch lange bevor wir unsere paranormale Untersuchung überhaupt gestartet haben. Beide waren alleine hier drin und haben unabhängig voneinander das Gefühl gehabt, beobachtet zu werden, in den Ecken Schatten zu sehen. Und selbst Haku, der eigentlich nicht unbedingt an solche Phänomene glaubt, hatte Herzrasen und hat diesen Raum verlassen, weil er sagt, dass es hier wirklich unheimlich ist und er sich sicher war, jemanden gesehen zu haben, obwohl er alleine im Raum stand. Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir gehen weiter. Nun war es also soweit. Wir haben uns das Gebäude angesehen und waren bereit, den Geschichten über Geister, Dämonen und übernatürliche Phänomene auf den Grund zu gehen. Also bereiteten wir alles vor, bauten unsere Ausrüstung auf und starteten unsere paranormale Untersuchung in Burg Huska. Und als könnte es nicht passender sein, waren wir gerade dabei anzufangen, als uns vielleicht schon jemand zuvor kam. Das müsste jetzt drauf sein. Und dann sicher, dass da der Akku irgendwie nicht leer ist oder so. Den habe ich zu Hause aufgeladen und ich hatte die Lampe vorher bestimmt zwei Wochen lang im Einsatz, ohne den Akku zu wechseln oder den irgendwie aufzuladen. Sind wir alle bereit, ne? Wir sind alle bereit. Okay, dann würde ich jetzt einfach mal den Anfang machen. Vielleicht haben wir gerade sogar ein Zeichen bekommen. Wir wissen es nicht. Falls dem so ist und sich jemand hier mit uns in diesem Raum und in diesem Gebäude, in dieser Burg befindet, dann wollen wir uns an der Stelle einfach einmal vorstellen. Wir kommen mit guten Absichten und möchten kommunizieren. Mein Name ist Alexander. Mein Name ist Debel. Mein Name ist Leon. Und mein Name ist Marco. Also, wenn du hier bist und mit uns sprechen möchtest, wie gesagt, wir kommen mit guten Absichten vor, wir wollen dir nichts tun, dann würden wir uns sehr über ein Zeichen von deiner Seite freuen. Wir haben hier ganz viele Geräte aufgebaut, die du dafür benutzen kannst. Nichts davon wird dir in irgendeiner Form wehtun. Du brauchst keine Angst haben. Vielleicht könntest du ja sogar noch mal das versuchen, was wir gerade als ein Zeichen interpretiert haben, nämlich diese Lampe, die hier vor uns leuchtet, noch einmal ausschalten. Wenn dir das möglich ist, dann mach das bitte jetzt, damit wir wissen, dass du hier bist und mit uns sprechen möchtest. Wir warten jetzt einfach mal einen kleinen Moment und gucken, was passiert. Ansonsten ist es dir natürlich... Habt ihr es auch gerade gehört? Was denn? Okay, das hat sich ja mit wie so von Uber über uns an, nur so ein leichter Schritt oder so. Weil dazu wäre ich nicht jetzt gekommen. Du kannst natürlich auch versuchen, im Gebäude Geräusche zu verursachen, damit wir dich irgendwie bemerken. Wir haben im Laufe dieses Abends und dieser jungen Nacht schon einiges gehört und sind uns nicht sicher, ob wir uns das Ganze erklären können. Vielleicht warst auch das sogar du. Also, du hast jetzt noch einmal die Chance. Wir hören dir alle zu. Das waren die Hunde. Die wird in den Zwinger. Da ist Licht, oder? Hey, da war gerade Licht. Da war kein. Da war ohne Scheiß gerade Licht. Mach keinen Scheiß jetzt. Dann gehen wir jetzt gucken mal. Ja, da ist sie am Zaun. In der Taschenlampe. Echt jetzt? Ja, mehrere Leute. Echt jetzt? Ja. Da kommt jemand aufs Gelände, ne? Die sind über den Zaun gesprungen, ne? Der Zaun ist doch noch zu, oder? Glücklicherweise handelte es sich bei dieser in dem Moment schon wirklich skurrilen Begegnung nur um den Sohn des Besitzers, der etwas erledigen wollte, unserer Vermutung nach aber wahrscheinlich auch einmal zur Kontrolle kam, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Wir ließen ihn also kurz rein und als er wieder ging, setzten wir unsere Untersuchung fort. Also, wir entschuldigen uns für die kleine Unterbrechung, die wir jetzt eben gerade zwangsweise einlegen mussten. Wir setzen unseren Kontakt oder unsere Kontaktaufnahme jetzt fort. Ich würde sagen, wir probieren es einfach nochmal. Versuch uns irgendein Zeichen innerhalb dieses Gebäudes zu geben. Versuch ein Geräusch zu verursachen, was wir dir zuordnen können. Das können Schritte sein, das kann Klopfen sein. Vielleicht kannst du einen Gegenstand bewegen, irgendetwas. Mach irgendein Geräusch, damit wir wissen, dass du hier bist und mit uns sprechen möchtest. Das klang wie Sonnen. Was war das? Das war wie so ein Trommeln oder so, oder? Ja, so ein Trommeln oder so ein Kratzen an Holz oder so. Ist die Tür offen? Das habe ich mir nämlich auch schon gefragt. Ist das eben so? Das ist scheinbar doch nicht so laut, oder? Das meine ich nämlich auch. Oder regnet es einfach doller jetzt vielleicht. Das ist es nicht. Aber gerade hat man echt niemals gehört, so nachdem du gefragt hast. Das war so ein Kratzen, wie Raffeln, wie Raffeln. Ja, also wirklich, als wenn irgendwas an so Holz kratzt. Ja. So. Ich merke auch nicht. Kann man gar nicht imitieren. Hallo, war es das du? Kannst du es noch meinen? Ja. 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 Aber das ist halt echt vom Regen ein. Vom Regen ein. Ja. Das war jetzt wie eine Stimme. Das hat sich einfach, dass er die jetzt nochmal unten anklangt. Das klang so. So. Ja. Aber es kam halt aus der falschen Richtung, als dass es die Runde wären. Die Runde sind da. Ja, die Runde hören sich auch anders an und werden. Aber es hat halt echt, dass sich jetzt sowieso eine Stimme anhört oder so. Ja. Komisch, jetzt brennt es wieder die ganze Zeit. Ja, da sieht man es. Guck mal. Es brennt wirklich. Es brennt echt die ganze Zeit. Der Akku war nicht leer. Das kann ja nicht sein. Sonst würde der Akku ja, sonst würde es jetzt nicht die ganze Zeit brennen. Ja. Es ist wirklich... Also, schon bevor wir überhaupt begonnen haben mit einer PU und da gerade angefangen haben und es passiert so viel, das hatten wir bisher echt auch noch nie. Wo bist du hier in diesem Gebäude? Wo bist du hier in dieser Burg? Mach doch mal bitte auf dich aufmerksam, damit wir wissen, wo du bist. Das klang anders als der Wind, der hier so ein bisschen über den Innenhof heult. Es klang eher so... Ja, es war wieder so weinerlich oder wie ein Gesang. Ja. Wie das, was wir vorhin aus der Kapelle gehört haben. Ja. Ja, genau. Das sind leider Geräusche, die vermutlich auf der Kamera super schlecht rüber kommen. Aber man hört es immer so, ja, in der Ferne irgendwie gefühlt. Das ist ganz komisch. Deshalb haben wir jetzt schon den gesamten Abend, die ganze Zeit eigentlich. Wir werden jetzt mal versuchen, alle Lampen auszuschalten. Weil es kann natürlich auch sein, wenn hier irgendwas ist oder so, dass das, ja, mehr Aktivität zeigt, wenn wir vielleicht das Ganze einfach im Dunkeln machen, ne? Ich mach mal den Anfang. Ich schreit jetzt Nachtsicht um. Ja, ich muss glauben, dass da... Ich kann nur raus. Ja, ich muss glauben, dass da... Ich kann nur raus. Die Atmosphäre ist unglaublich. Ja. Wenn die Wind, die hier durchbläst, der Regen... Wo bist du? Das war wieder ein bisschen abrupt für den Wind, oder? Ja. Das war nur einmal ganz kurz. Jetzt, wenn man so irgendwas zur Seite schiebt oder so. Ja, nur einmal so... So grummeln, so, ne? Kannst du das nochmal machen, lauter? Kannst du ein lauteres Geräusch von dir geben? Kannst du ein Schritt? Hinter uns, ne? Hast du gerade? Jetzt war das sehr, sehr eindeutig. Das ist ein Segen des Nichts. Falls das du bist, komm gerne zu uns hier. Komm näher, trau dich. Sehr gut. Komm gerne näher. Komm gerne näher. Wir wollen dir nichts tun. Du brauchst keine Angst vor uns haben. Wir sind mit guten Absichten hier. Es würde uns wirklich freuen, wenn du dich zu uns gesellst. Das klang kurz wie so richtig nasse Schritte. Also, als wenn jemand mit nassen Füßen barfuß da langgelaufen wäre. Wenn auch so, wie wir jetzt gerade sind, obwohl wir sehen zu wenig, ne? Einmal an diesen Schwerter. Alter! Ja. Dieses Schwerterraum, ne? Und vielleicht einen K2 Meter oder so noch mitnehmen. Das war genau, was ich geredet habe, ne? Ich glaube, dass es zumindest auf den Mikrofon drauf ist. Bevor wir jetzt gleich durch das Gebäude gehen, kannst du noch einmal genau so ein Geräusch verursachen, uns noch einmal zeigen, dass du hier bist. Ja, fast. Fast direkt. Zwei Schritte. Ja. Oh. Noch eine. Noch eine. Noch eine. Danach machten wir uns dann tatsächlich in absoluter Dunkelheit gemeinsam auf den Weg durch die anderen Räume der Burg. Dabei passierte allerdings nichts weiter nennenswertes und so saßen wir uns noch einmal an den Tisch im Jagdraum, um dort mit der Spirit Box eine andere Art der Kommunikation zu starten. Und dabei hörten wir wirklich Merkwürdiges. Das klingt so, als wenn er die ganze Zeit dasselbe gesagt wird, so wie so ein Chor. Ich hab einmal diese Art angehört, oder? Echt? Nee. Ich hab keine Ahnung. Das klingt halt ein bisschen so wie das, was du vorhin anhattest, als dieser aggressive Chor, diese Sekten, Beschwörungsmittel. Da war eine weibliche Stimme gerade. Weiter. Weiter. Und genau nach diesem Erlebnis kam uns der Gedanke, das Ganze noch etwas genauer zu gestalten, indem wir Fragen und Antworten voneinander trennen und das Ganze als sogenannte Blind-Spirit-Box-Sitzung durchführen. Dabei würde Taco über Kopfhörer mit dem Gerät verbunden sein, sodass er nur die Antworten, nicht aber unsere Fragen hört und diese wiedergeben kann, während wir die Antworten nur über Taco hören und so eine unvoreingenommene Interpretation der Ergebnisse möglich wird. Und dieses Experiment starteten wir nicht in irgendeinem Raum, sondern geleitet durch das Wort, welches wir soeben aus der Spirit-Box hörten, im Keller des Teufels. Also wenn du hier bist, dann hast du jetzt die Möglichkeit, über das Gerät, was dort unten in dem Raum eine Treppe weiter hinunter mit Taco verbunden ist, der hört jetzt ganz ruhig hin, ob er ein Wort verstehen kann, welches du ihm nennst. Es setzt also die Möglichkeit für dich, irgendetwas zu sagen, um mit uns zu kommunizieren. Wir würden dich darum bitten und uns sehr freuen, wenn du das machst. Bist du hier und möchtest mit uns sprechen? Komm dazu! Du darfst dich gerne zu uns Gesellen und dich in unsere Kommunikation einreihen. Möchtest du uns vielleicht deinen Namen verraten? Einfach nur einmal deinen Namen. Wie heißt du? Wie ist dein Name? Es wäre zumindest für uns schöner, wenn wir wüssten, mit wem wir sprechen, dass wir einen Namen wissen. Wie heißt du? Vielleicht hat dieses Wesen ja auch gar keinen Namen. Ja, das stimmt. Wir können ja mal grundsätzlich fragen... Kopfhörer! Alter... Kopfhörer! Ja, also... Taku hat Kopfhörer auf, über die nur er deine Stimme hören kann. Wir können dich nicht hören. Was sagen sie? Wir versuchen zu dir zu sprechen, sodass du Taku die Antworten gibst. Damit du nicht mit einer ganzen Gruppe kommunizierst, sondern vielleicht ein bisschen privater sprechen kannst. Damit das für den Anfang vielleicht etwas leichter fällt. Und dementsprechend trägt Taku tatsächlich Kopfhörer, damit nur er dich hören kann. Also sag vielleicht einfach einen weiteren Begriff, um unser Gespräch in eine Richtung zu lenken, über ein Thema, welches du ansprechen möchtest. Ich weiß, es ist vielleicht jetzt ein bisschen komplex und viel verlangt. Wir wollen dich auf jeden Fall nicht überfordern, aber nenn uns ein Wort, um ein Gespräch zu beginnen. Ich wüsste halt gern mal, ob es jemand Gut- oder Bösartiges ist. Wir sind hier ja in einem Raum, der absolut für negative Energien steht. Wir haben hier unzählige Teufelsgesichter, Teufelsformen, satanistische Zeichen. Was? Boah, was war das für ein Pummel? Das war ein richtig krankes Poltern aus dem Haus, aus dem Gebäude eben. Vielleicht war auch das deine Reaktion. Aber magst du uns noch einmal in Wortform für Taku nennen, was du dazu sagst? Was ist das erste Wort, was dir im Kontext dieses Raumes einfällt? Sag es nochmal, Satan, der Teufel, satanistische Rituale, Pentagramme, umgedrehte Kreuze. All das findet sich hier in diesen Räumen. Ich? Das ist ziemlich eindeutig, wenn man fragt. Was sagst du dazu? Dementsprechend gehen wir davon aus, dass wir hier nicht mit einer guten Präsenz in Kontakt stehen und du in irgendeiner Form eine negative Energie bist. Magst du uns verraten, warum du hier bist? Was bindet dich an diesen Ort? Warum hältst du dich hier auf? Was macht ihr hier? Wir sind hier, um deine Existenz zu beweisen, um vielen Menschen einen Einblick in deine Welt, deine Ebene oder deine Form des Daseins zu gewähren. Was hat da gerade geknallt? Was hat da gerade geknallt? Was hat da gerade geknallt? War das die Kamera? Ich habe es auch gerade geknallt. Ja. Also, um auf deine Frage zu antworten, wir sind hier, um mit dir zu sprechen und gleichermaßen herauszufinden, ob wir erklären können, was du bist, beziehungsweise auch in irgendeiner Form vielleicht einen Schritt weit einen Beweis zu liefern dafür, dass es übernatürliche, paranormale Phänomene gibt. Du hast uns ja gefragt, was wir wollen. Dann dementsprechend die Gegenfrage, was willst du? Gibt es irgendetwas, was du dir jetzt gerade in diesem Moment wünschst? Was du gerne tust? Da sind noch andere. Andere Präsenzen, die sich hier an diesem Ort befinden. Wirklich? Also, wir glauben dir, dass du hier bist und wir glauben auch, dass Katzenbäckchen schlägt. Jo. Als wenn jetzt noch jemand die Treppe heruntergekommen wäre, ne? Der Kontakt hat angefangen, als es das erste Mal ausgeschlagen hat. Bisher auch wirklich alle Antworten von Taco passen. Dann wird gesagt, da sind noch andere und direkt kommt noch jemand die Treppe runter. Ja. Das scheint echt komisch. Also, falls sich jetzt noch jemand zu uns gesellt hat und mittlerweile mindestens zwei Präsenzen hier anwesend sind, dann würde ich jetzt die weitere Präsenz einmal darum bitten, sich wieder bei Taco bemerkbar zu machen und vielleicht... Nein! Okay. Auch das ist ein Zeichen deiner Präsenz und Anwesenheit. Das akzeptieren wir so. Ich werde jetzt auch nicht nach einem Namen fragen. Wir wissen, dass ihr zwei hier seid. Und wir haben es so verstanden, dass ihr keine guten Absichten habt, dass ihr in irgendeiner Form etwas Negatives oder vielleicht sogar Bösartiges seid. das Katzenbällchen. Das Katzenbällchen. Das Katzenbällchen. Das Katzenbällchen. Also dort unten sitzt Taco und auch da schlägt gerade das Katzenbällchen aus, obwohl er sich nicht bewegt. Der eigentliche Grund, warum wir ja auch hier sind, ist, weil wir herausfinden möchten, was sich unterhalb der Kapelle befindet, innerhalb der riesengroßen Felsspalte, dem Loch, dem Tor zur Hölle, wie man es auch nennt. Was befindet sich unterhalb der Kapelle? Kannst du uns dazu eine Antwort geben? Das ist unser. Ich auch. Den ganzen Körper. Also dieses Portal zur Hölle oder was auch immer da unten verborgen ist, ist mit euch verbunden. Es ist euer und ihr seid negative Energien. Seid ihr dann überhaupt menschlich? Sprechen wir hier mit menschlichen Präsenzen. Oder was seid ihr? Katzenbällchen. Schon wieder. Das kann doch nicht sein, oder? Wir bewegen uns ja wirklich gar nicht. Wir sind vorhin hier lang gelaufen. Ja. Aber schlagen die vielleicht auch einfach so neu aus oder so? Nee, Mann. Dann wäre das ja vorhin schon gewesen, oben in den Jägerzimmer. Ja, stimmt schon. Da war es nicht. Nicht einmal. Nicht einmal ausgeschlagen. Da waren auch mehrere. Und auch jetzt gerade wieder alles still da unten. Schon wieder. Das kann doch nicht sein, Mann. Das kann doch nicht sein, Mann. Ich würde gerne mal, ist es dir eventuell möglich, mal durch ein Klopfen auf dich aufmerksam zu machen oder uns wirklich unwiederbringlich den Beweis zu liefern, dass du da bist. Du Bastard! Also wir verbitten uns eigentlich, hier beleidigt zu werden. Und es würde uns freuen, wenn wir trotzdem freundlich miteinander kommunizieren können. Wenn ihr negative Energien seid, ist es vielleicht für euch schwerer zu... Hau ab! Und das Katzenwältchen. Und das Katzenwältchen. Dave, darf ich dir eine primate Frage stellen, Interesse halber? Ja. Bist du ein eheliches oder uneheliches Kind? Weil das wäre halt krass, wenn Bastard darauf bezogen wäre. Ja, unehelich. Positiv! Alter! Wir erhielten noch so einige interessante Aufnahmen, die ihr bei den anderen sehen könnt, aber irgendwann beendeten wir dann die Sitzung, um noch weitere Experimente zu starten. Während sich Taku in die Nachtruhe begab, packten wir also unser Equipment zusammen und machten uns zu dritt auf den Weg. Auf den Weg in die Kapelle. Dort wollten wir unsere Untersuchung fortsetzen, um auch hier noch einmal zu versuchen, weitere Hinweise auf übernatürliche Aktivitäten zu sammeln. Schön, Mann. Hat es tatsächlich nicht auf Kamerl? Keiner hat es auf Kamerl? Alter! Ja. Ja. Das heißt, ja. Genau in dem Moment, wo wir drüber gesprochen haben. Wir hatten nämlich kurz vor die Kamera, die einen übelst kranken E-MF uns stand, als wir halt gerade alles hingestellt haben. Das ist immer das selbe, immer wenn die Kinder was aus sind. Okay, das heißt, dass du da bist. Dann verstehen wir das als Zeichen deinerseits, dass du bereit bist, mit uns zu kommunizieren. Wir freuen uns natürlich darüber und bedanken uns an der Stelle auch schon ganz herzlich bei dir. Wenn das okay ist, stellen wir einfach weitere Fragen. Wenn wir jetzt gerade in der Kommunikation stehen, kannst du uns gerade sehen, wie wir in der Kapelle stehen? Wir drei stehen jetzt gerade vor dem Altar, innerhalb der Kapelle. Kannst du das erkennen? Kannst du das sehen? Nimmst du uns wahr? Ja. Ja, den Mauschlag. Da ist es so. Okay, auch das verstehen wir als Antwort. Das heißt, du kannst uns sehen und probierst dich gerade scheinbar durch unsere Gritte. Wir verbrachten hier nun eine ganze Weile in absoluter Stille und erhielten keinerlei Antworten. Doch wir hatten noch eine andere Idee. Was wir allerdings halt wirklich noch nicht gemacht haben, was man sonst auch am Anfang hätte machen können, ist, dass man wirklich mal mit irgendwie einer Gerätschaft durch das ganze Gebäude geht und nach einem Raum sucht, indem das Gerät einfach auf sich aufmerksam macht, dass man so von wegen, man guckt, wo ist die meiste Energie oder das meiste Potenzial für den Kontakt. Wir haben jetzt ja einfach für uns entschieden, dass es die Kapelle und ein paar andere Räume sind. Wer weiß, vielleicht ist das aber gar nicht so. Vielleicht sehen die Präsenzen das anders und halten sich viel lieber ganz woanders im Gebäude auf. So weiß man halt auch nicht. So, und lass uns doch Folgendes machen. Wir gehen jetzt mit der Nachtsichtkamera und der Vollspektrumkamera durchs Gebäude. Gleichzeitig auch noch ein K2 Meter in der Hand. Und schauen mal, ob wir da vielleicht in irgendeinem der Räume bessere Antworten oder so bekommen. Und dann wurde es wirklich unheimlich. Man muss echt aufpassen, wo man hier macht. Soll ich sonst mit der Nachtsicht mal gucken? Was hast du gehört? Was hast du gehört? Klar. Das waren irgendwelche Kinder. Was ist das? Das klang doch wie Kinderstimmen. Absolut nöd. Wir werden wir ja noch erzählen. Das ist gut. Wirury聴 people in rö wasted. Wirklichen. Das war dieð. F phenomena. Wirklichen. 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 Hier in der Ecke. Was ist denn das? Warte mal. Da hinten in der Ecke ist was extrem kaltes. Zwischen den Türen. Das ist genau da, wo dieser Raum ist. Welcher Raum? Ja, der Raum, der nach unten führt oder nicht? Wo ich dann schlafen will. Ja, wo du schlafen willst. Du meinst jetzt diesen dunklen Fleck hier? Genau hier. Der ist ja irgendwie hier. Als wenn jemand da auf dem Stuhl sitzt. Da ist ein Stuhl? Ja. Was? Guck dir das mal an. Ja, guck mal hier. Da ist der Stuhl. Das ist mal näher. Ja, wir müssen ein bisschen weiter nach links gehen. Einfach nur zur Sicherheit wegen des Lochs. Also Leute, wir sehen wirklich nichts. Nur in den Momenten. Was? Ich habe Angst, Alter. Bleibt mal dran. Ich kann nicht weiter als zwei Meter von euch weg, ne? Weil das so unheimlich ist. Leute, ihr werdet es vielleicht aus den Katakomben-Videos noch erinnern. Aber wir können nichts sehen. Es ist absolute Dunkelheit. Ich traue mich gar nicht mehr zu dem Raum. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl irgendwie. Ja. Was ist denn da? Komm mal her. Aber nur die Ecke. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Sag mal, wenn wir mal den Raum runter haben. Ja, stimmt. Ja, löse das runter. Ey, das sieht aus, als wenn hier einer an der Wand sitzt. Ja? Das sieht aber aus, als wenn jemand mit dem Rücken zu uns an der Wand kniet. So betend. Wisst ihr? Alter, hör auf, ey. Leute, lass mal, Leute. Lass mal einfach was ausprobieren. Wir klopfen jetzt vorher an. Ja. Dürfen wir reinkommen? Oh, was? Warum bewegst du dich so, Mann? Warst du an meinem Bein? Warst du an meinem Bein? Was? Warst du an meinem Bein? Nee. Nee. Ey, ohne Scheiß. Ohne Mist. Als hätte mich jemand so an einer Hose gezupft. Ey, hör auf, ich bin noch da unten geschlagen. Linkes Hosenbein. Aus der Richtung, wo du eben den Schatten gesehen hast. Das warst du nicht. Der Schatten ist aber noch da. Aber du hast nicht an meinem Bein. Du bist auch nicht irgendwie... Ich bin hier auf die Stufe hoch. Leute, ich kann das nicht. Ohne Scheiße. Brech die Scheiße gleich ab. Ich sag euch ehrlich, mein Herz pocht richtig krass gerade. Ich glaub ich hatte grad schon wieder einen Ausschlag. Ich hab den Gucke in dem Moment. Das könnte auch richtig gewesen sein. Okay Leute, ich mach jetzt die Tür auf, ne? Ja. 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 Ich dachte wir hätten das Licht ausgemacht. Oder nicht? Ne, hab ich... Doch es sieht so aus, als wäre es aus gewesen. Vielleicht liegt es am Winkel, aber eigentlich müsste man das Licht hier sonst erkennen können. Ja, das ist hier auch drin. Ja. Boah, fuck. Guck dir mal das Loch an, ey. Wenn man das so fotografiert. Wie das aussieht, ne? Wie das aussieht, ne? Das sieht echt aus wie der Abstieg zur Hölle, ne? Guck mal, die Kamera spielt voll verrückt. Hä? Okay, die Infrarotlampe geht gar nicht mehr gefühlt. Was ist denn da jetzt los? Hä? Infrarot geht gar nicht hier. Machen wir auf Automatik. Ganz weird. Da unten ist was ganz Heilses. Da wo der Teufel sitzt? Ne. Davor. Am Ende von der Treppe. Heils, ne? Ja. Komm, wir gehen mal. Ja. Bist du noch hier bei uns? Kannst du uns einen Ausschlag über das K2 Meter geben? Oder dich zeigen auf den Fotos, die ich schieße oder auf einer der Kameras? Ey, es sieht aus wie in einem Horrorspiel gerade. Okay, wir gehen mal wieder nach oben hin. Okay, wir gehen mal wieder nach oben hin. Oh, ich hab Ausschlag. Du hast einen K2 Meter Ausschlag? Jo. Krass. Genau als wir hier um die Ecke kommen. Als wäre hier irgendwas. Bist du hier bei uns? Kannst du mal mit einem Geräusch auf dich aufmerksam machen? Was ist das? Ja. Ich glaube das ist mit Knochen, oder? Nein. Gebraucht auch gut. Ja, das war weiter hoch. Ja? Ja, glaube ich auch. Komm. Es schlägt voll auf hier raus. Ja, es schlägt aus sobald wir hier hochkommen. Wir kommen hier hoch und es schlägt komplett aus. Komm, das Licht schalten wir direkt mal aus, oder? Ja. Alter, das ist komisch hier gerade. Ja, sollen wir mal ein bisschen die Präsenz trägern? Können wir machen, ja. Weil hier steht ein Klavier, wenn du Lust hast. Das schlägt aus. Das schlägt aus. Grad zwei Meter schlägt aus, ja. Einfach auf dem Klavier. Ja, vielleicht kannst du an der Stelle ja ein Geräusch zurückbringen. Ein Klopfen, ein Foltern, ein Gegenstand verschieben, irgendetwas anknacken oder vielleicht sogar eine Stimme. Wir haben hier heute Nacht eventuell schon mehrfach Stimmen vernommen, die teilweise sogar gesungen haben. Wenn dir Musik also gefällt, vielleicht singst du oder summst du ja auch eine Melodie für uns. Was war das? Was war dieses, oder war das ein Magen von euch? Besuch. Bei mir nicht. Bei mir noch nicht. Bei mir noch nicht. Und er ist nicht gehört? Und ich habe da heute vorne an der Tür was gesehen. Gesehen? Wie in hell noch ein Fleck. Der war da, war wieder weg, war wieder da. Und dann ist er hier unten zu leeren. In deine Richtung, aber währenddessen verschwunden. Jetzt ist er wieder da im Türraum. Man bewegt sich also was? Ja. An diesem für uns alle wirklich unglaublichen Moment muss ich euch leider sagen, dass die Aufnahmen der Thermal- und Wärmebildkamera in diesem Fall nicht mehr vorhanden sind. Wir haben klar und deutlich auf den Aufnahmen der Kamera gesehen, wie dort irgendeine Figur oder Gestalt in kindlicher Größe vor Leon im Türraum stand. Und im Nachhinein im Schnitt fiel uns allen auf, die Aufnahme fehlt, als wären wir nie da gewesen. Doch die Kamera lief in diesem Moment definitiv. Und wir können uns nicht erklären, wohin diese Datei verschwunden ist. Es klingt jetzt unglaublich und ich mache auch niemandem Vorwürfe, wenn er das Ganze nicht glaubt. Aber die Kamera lief und wir haben diese Gestalt gesehen. Wir können sie euch in diesem Fall nun einfach leider nicht zeigen. Aber der Moment an sich war für uns alle unglaublich. Sieht aber ziemlich klein aus. Mhm. Ich werde gerade meine Hand mal ausstrecken, um dir zu symbolisieren, dass du mich berühren kannst. Wer weiß, vielleicht ist da eine Sprachbarie, wo man sonstige ist, aber das Zeichen sollte eindeutig sein. Ja. Ich werde mich prüft, wenn du mich berühren kannst. Dann komm ich einfach mal langsam auf dich zurück. Ich weiß nicht wie es ist. Berühr mich ja auch in der Nähe zu Maurice. Ja. Tun wir jetzt einfach mal die Augen schließen und weggucken. Siehst du, wie klein das ist? Das ist sie. Tun wir mal, die Hand ein Stück weit runter. Jetzt ist es weg. Ja, ja. Komm schon. Ich würde es mir so sehr wünschen, aber jetzt ist es weg. Also Leute, eine unglaubliche Geisterjagd und paranormale Untersuchung findet damit ihr Ende. Wir haben viele Versuche gemacht und auch viele unheimliche und eindrückliche Erfahrungen gesammelt. Ich befinde mich jetzt hier gerade nochmal im Innenhof der Burg und wir schlagen jetzt unser Nachtlager auf. Denn Leon und ich werden hier in der Kapelle übernachten. Hier auf dem Boden direkt über dem Eingang zur Hölle werden wir schlafen. Und etwas ganz Besonderes hat sich Dave überlegt, denn der wird alleine nach drüben in den Teufelskeller gehen und dort schlafen. Leute, ihr seht's. Ich liege schon auf dem Boden. Direkt unter uns muss sich also jetzt das ehemalige oder angebliche Portal zur Hölle befinden. Und neben mir liegt der gute Leon. Ich weiß gar nicht. Die Kamera schwenkt irgendwie nicht rum. Ich mach mal so. Da liegt er schon im Schlaftag. Der kommt selbstfertige Typ. Wir sind so fertig, diese Geisterjagd. Hast du das? Ich hab nichts gehört, weil ich echt den kompletten Schlafsack und meine Ohren drum hab. Das klang schon wieder komisch. Also Leute, die ganze Geisterjagd und paranormale Untersuchung, die sich über Stunden gezogen hat und wirklich, wirklich unheimlich gewesen ist, hat uns unserer Kräfte beraubt. Wir müssen jetzt auf jeden Fall Schlaf finden. Wir liegen hier in einem der unheimlichsten Räume, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ich drehe mal kurz die Kamera Richtung Decke. Direkt über uns, oder fast direkt über uns, der Kronleuchter, der vor einem halben Jahr sogar noch auf unerklärliche Weise von der Decke gestürzt ist. Ja, wir dachten, wir legen uns einfach mal genau hier auf den Fußboden und versuchen zu schlafen. Mal sehen, was die Nacht so mit sich bringt. Wir hoffen, es bleibt ruhig und wir können Schlaf finden. Falls etwas passieren sollte, werden wir uns natürlich nochmal melden. Aber bis dahin wünsche ich euch schon mal gute Nacht und wir hoffen auf einen erholsamen Schlaf. Also Leute, wir sind noch nicht mal eingeschlafen. Und jetzt gerade, ich weiß gar nicht, was das erste Geräusch gewesen ist, was wir gehört haben. Das war wie so ein, ich hatte ja vorhin auch so auf den Boden gestampft. So, aber halt nicht so extrem so, als wenn man so auf den Boden haut. Ja, genau, so ein ganz dumpfes Geräusch haben wir gehört. Dann haben wir hingehört, dann kam ein Knacken, aber hier aus dem Raum, aber halt so ein mehrfaches Knacken. Ganz, ganz seltsam. Und dann waren wir ganz still. Und urplötzlich hört man Schritte und eine Holztür, die geknatscht hat. Ganz langsam. Und wir dachten zuerst, okay, vielleicht war es Dave, der noch irgendwas geholt hat. Was eigentlich aber auch nicht sein kann. Vielleicht war es Taco, der nochmal auf Toilette gegangen ist. Aber in beiden Fällen hätte man danach die Tür nochmal hören müssen. Wir haben aber nur einmal Schritte und eine Tür gehört und danach nicht mehr. Also wer auch immer das war, ist nur in eine Richtung gegangen und nicht mehr zurückgekommen. Das heißt, es spricht eigentlich gegen die beiden. Richtig, richtig unheimlich. Also wir hoffen, dass das der letzte Zwischenfall gewesen ist für heute Nacht. Ach Gott. Ich wollte mich nicht sein, ey. Ja, an der Stelle, Freunde, einen wunderschönen guten Morgen. Die Tagessonne ist hier langsam am Aufgehen. Doch nicht so unbedingt. Es ist immer noch neblig im Wald. Wir wurden gerade mehr oder weniger noch ein zweites Mal geweckt. Und zwar von den Wachhunden. Dave hat sie gerade wieder auf den Hof gelassen. Und wir sind dabei, unsere Sachen zu packen. Wir haben überraschend gut geschlafen. Leon und ich haben beide keine Albträume gehabt. Und es ging eigentlich alles klar. Bis auf die paar Geräusche, die wir gehört haben, haben wir wirklich geschlafen wie ein Stein. Es war zwar extrem kalt, aber auch das hat geklappt. Da hinten ist der gute Tacko. Der hat ein paar mehr Schritten auf dem Deckel jetzt. Aber ausgeschlafen haben wir, glaube ich, alle ganz gut. Und damit verließen wir Burg Huska und lassen euch die Interpretation unserer Aufnahmen und Erlebnisse. Schreibt unbedingt in die Kommentare, was ihr von all dem haltet. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn euch solche Projekte gefallen und schaut unbedingt bei den Jungs vorbei, um deren Perspektive zu sehen. Wir lassen die Burg nun hinter uns und stürzen uns weiter ins Abenteuer unserer Tschechien-Tour. Also seid gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. Nachdem wir in der letzten Folge eine ganze Nacht allein im heimgesuchtesten Gebäude Tschechiens verbracht und dort eine unglaublich spannende und unheimliche Geisterjagd durchgeführt haben, geht es für uns in diesem Video weiter auf unsere Tour ins Ungewisse und die mystische Atmosphäre Tschechiens. Wir sind mittlerweile völlig in dieser unheimlichen Stimmung angekommen und alles fühlte sich an wie in einem Film, denn auch in dieser Folge führt es unser Team wieder an einen unglaublichen Ort. Im Moment 3 4 5 5 5 6 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Also, Freunde, oben angekommen findet sich hier sogar eine alte Kapelle innerhalb der Burg. Leider ist die Tür verschlossen. Wir haben allerdings gerade durch Zufall hier oben Bauarbeiter getroffen, die an einer neuen Seilbahn arbeiten. Wir haben gefragt, ob es die Möglichkeit gibt, das Innere der Burg zu besichtigen. Und die haben uns darauf hingewiesen, dass es einen Eigentümer gibt, dem wir gerade eben beim Aufstieg begegnet sind. Der kam freundlich an uns vorbei, hat uns gegrüßt und ist wieder hinabgestiegen. Und wir gehen jetzt mit hohem Tempo den Berg wieder hinunter, um zu versuchen, den Besitzer noch zu erwischen und ihn zu fragen, ob er uns die Möglichkeit gibt, die Burg zu sehen. Leute, es ist wirklich gerade lebensgefährlich, in dem Tempo hier runter zu laufen. Ihr seht es vielleicht, es ist ein uralter, holpriger Felsweg, völlig bedeckt von feuchten Blättern. Aber wir versuchen, den Eigentümer noch einzuholen, damit er uns eventuell einen Blick in die Burg gewähren kann. Ja Leute, unten angekommen, ereilt uns leider die traurige Gewissheit, dass wir nicht schnell genug waren. Der Besitzer ist schon auf und davon. Wir können ihn nicht mehr finden. Das heißt, es gibt für uns jetzt keine Möglichkeit, diese Burg von innen zu sehen. Also müssen wir weiterziehen. Wir machen uns weiter auf den Weg durch Tschechien, auf zu den nächsten Locations. Und wir sind sehr, sehr gespannt, was diese für uns bereithalten. Ich nehme euch wie immer mit und viel Spaß mit dem weiteren Video. Los geht's! Und wir sind angekommen an der nächsten Location. Es fängt langsam an, leicht zu nieseln. Es ist wieder richtig grau geworden. Wir sind hier mitten im Nichts, in der Pampa und vor uns ein richtiges Hexenhäuschen. Ja, oder es trägt den Namen Jägerhaus und ich bin gespannt, was wir im Inneren finden werden. Also Leute, einfach mal obligatorisch. Eingangstür natürlich verschlossen. Ja, guck mal, da hängt noch ein Reh oder so. Ein extremes Rehfell. Ja. Hängen noch die Beine dran. Das habe ich ja noch nie gesehen. Die sind ja schon verschimmelt. Unten wirklich noch die Hufe. Das sieht ja richtig ekelhaft aus, wie das hier so über der Tür hängt. Die können wir trotzdem vielleicht gleich mal aufmachen. Hier weht der Wind richtig durch. Das ist richtig unheimlich. Sieht auch echt übel aus hier. Ich guck mal in die Richtung. Hier sitzt beim Tag überhin, wie was cool ist. Ja, hier kommt man auf jeden Fall ins Haus. Die Beine da noch dran, ey. Boah, okay, da sieht es auch echt schlimm aus. Nee, das ist schon vollkommen eingestürzt. Ich denke, das können wir getrost lassen, bevor wir hier noch ein Brett auf den Kopf kriegen. Warum in die Beine, ey, wirklich. Das ist richtig barbarisch. Ja. Irgendwann einfach mal zurückgelassen. Das ist ein alter Schimmel. Ja, hier haben noch die Knochen drin. Ja, Wahnsinn, du kannst da echt reingucken, ne? Guck dir das jetzt an. Da ist es wieder so ein richtiges Horrorhaus. Aber scheinbar sind wir hier wirklich durch. Hier ist eine Toilette. Hier ein ehemaliges WC. Der Verfall ist hier extrem. Ich zeige euch gleich mal die Decke. Hier sind schon Teile davon, direkt auf Brusthöhe. Hier geht es weiter. Und da oben alles eingestürzt. Guckt euch das mal an. Ich kann hier direkt in die nächste Etage gucken. Da vorne ist eine Tür im oberen Stockwerk. Und direkt da drunter mit eingestürztem Dach, ja, ein Badezimmer. Da hinten versteckt sich eine Badewanne. Hier stehen so ganz alte, vergilbte Stühle. Da der Schreibtisch und wie hier alles runterhängt. Ja, wirkliches Horrorhaus. Jetzt gehen wir mal weiter durch, wenn das möglich ist. Hier sieht aus wie so eine alte Abstellkammer, Vorratskammer. Boah, hier diese alte Glasvitrine, komplett von innen verschimmelt. Alles weiß. Hier der uralte Fernseher. Davor die abgestellten Gummistiefel. Passt irgendwie alles gar nicht zusammen. Da hinten waren wir gerade eben. Da ist der Flur mit Treppenhaus. Da gucken wir gleich mal rein. Der Dave ist schon nach hier vorne weitergegangen. Ja, hier ein altes Wohnzimmer. Boah, das Sofa da in dem Grünton mit dieser Holzecke. Hier der Tisch. Stehen sogar noch Gläser. Ein Glastisch. Da drunter diese Blumenmuster. Und hier sogar noch private Ordner. Vielleicht Fotoalben. Was auch immer. Da hinten Fotos an der Wand. Mit einem toten Reh. Mit einem toten Reh. Wer weiß. Vielleicht ja sogar das, was wir gesehen haben. Die Jägerfamilien hat ja auch viele kleine Polen. Ja, hier sind die Jagdhunde. Mega. Das ist einfach wirklich Verfall und Natur pur. Das ist ja alles voll. Das ist ja komplett alles voller Spinnenweben. Die ganzen toten Insekten da drin. Hier lebt wieder alles voll mit privaten Dokumenten, Fotos, Zeitschriften. Alles hier auf dem Boden verteilt. Hier irgendwelche Chips. Ich weiß nicht, ob die von einem Spiel stammen oder was das sein könnte. Guckt euch das mal an. Die sind auch alle nummeriert. Das war bestimmt mal irgendein Spiel. Hier sind auch nur kleine Figuren. Hier eine kleine Pferdefigur dazwischen. So ein bisschen Spielzeug. Ja, wer weiß. Vielleicht hat hier ja wirklich mal eine ganze Familie gelebt. Gehen wir mal in den nächsten Raum. Dave ist hier auch gerade schon. Das scheint die ehemalige Küche gewesen zu sein. Und ich würde sagen, bisher auf jeden Fall das Highlight dieses Hauses, wie es hier aussieht. Guckt euch mal die ganze Kommode an. Hier ist auch noch alles sortiert. Alles da. Da oben die Konserven. Hier das Geschirr. Alles noch da. Wirklich jede Schublade. Jedes Fach. Alles einsortiert. Hier der halbgedeckte Tisch. Jetzt wird man hier gleich noch vorbeikommen können, um den Kaffee zu trinken. Dort an der Wand fällt mir jetzt gerade auf unzählige Jagdscheine, Jagddiplome. Deshalb nennt man den Ort ja auch das Jägerhaus. Jetzt fährt gerade ein Auto vorbei. Alte Fotos. Guckt euch mal die Fotos an. Da oben die weiteren Diplome. Vielleicht sogar für die Hunde. Da sind überall Hunde drauf. Guckt euch das mal an. Es geht dabei um die Hunde, ja. Was haben wir hier noch? Noch altes Tierfell noch wieder zu finden. Wow. Das alte Radio hier. Dahinter sieht man schon, wie die Natur sich dieses Haus zurückholt. Hier noch eine Küchenzeile. Alles da. Fritteuse. Hier die Heckplatten. Pfanne steht noch drauf. Wahnsinn. Hier die Schneidebretter. Man weiß gar nicht, wo man hingucken soll. Der Ort hat irgendwie was Uriges. Boah, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Guckt mal hier. Der Tierschädel hier vom Reh auf dem Tisch. Leute, obwohl wir in der Küche sind. Hier an der Wand. Zahnbürsten. Allerdings vier Stück. Spricht schon wieder für eine Familie, die hier mal gelebt hat. Hier nochmal der Blick. Auf diese kleine Kommode. Auch überall Kleinigkeiten drin. Ja. Dann verlassen wir jetzt die Küche. Und begeben uns zurück ins Treppenhaus. Ich glaube, hier auf der rechten Seite war einmal der Haupteingang. Da haben wir vorhin versucht durchzukommen. Hier geht es noch in den Keller runter. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Aber erstmal würde ich sagen, nehmen wir die Treppe nach oben und schauen, was wir dort finden. Boah, die sieht aber überhaupt nicht gut aus. Hier ist es richtig modrig und feucht. Über mir liegt über mir die Decke, das Dach. Man kann schon den Himmel sehen. Und hier unten landet man im Keller, wenn man einen falschen Schritt macht. Hier können wir auf keinen Fall reingehen. Guckt euch an, wie da der Boden nach unten durchgekracht ist. Das haben wir eben von unten gesehen. Also das ist definitiv echt gefährlich gerade. Ich muss jetzt erstmal aufpassen, wo ich hintrete. Deshalb werde ich vielleicht auch mal kurz nicht so viel erzählen. So, hier einfach ein kleiner Balkon. Wir müssen aufpassen. Nebenan der Garten des Nachbarn. Also hier von der Treppe kommt und geht es hier schon in den nächsten Raum. Boah, Leute. Leute, guckt euch das an. Da die Gehhilfen an dem Spiegel abgestellt. Direkt daneben der nächste Schädel. Hier der uralte Fernseher. Und auch hier geht es weiter. Überall Jagdtrophäen. Wie der Schädel an der Wand. Da genauso. Alles wahrscheinlich selber präpariert. Selbst geschossen, gejagt. Und da vorne geht es weiter. Die ganze Wand voll. Hier auch die Tischdecke. Also mehr Jagdbezug als in diesem Haus. Kann man sich ja irgendwie gar nicht mehr vorstellen. Hier das Bücherregal. Selbst im Bücherregal. Ein weiterer Schädel. Und auch hier an der Wand. Und jetzt guckt euch das an. Hier die Jagdkleidung, würde ich schon fast sagen. Hier hängt noch alles in grünen Farben im Schrank. Hier die Krawatten. Boah, das ist auch irgendwie wieder traurig. Es wurde alles mal getragen. Und der Besitzer ist wahrscheinlich verstorben. Die Familie lebt hier nicht mehr. Und alles ist sich selbst und dem Verfall sowie der Natur überlassen. Auch hier nochmal wieder Buch, altes Hundefoto. Hier hat so viel Tiefe, so viel Atmosphäre. Da die Vorhänge, die hier durch den Wind reingedrückt wurden. Gehen wir mal weiter, wieder zurück in den Flur. Da in den Raum können wir auch schon wieder gar nicht rein. Guckt mal wie da alles nach unten durchkracht. Hier ist es schon voll mit Laub. Was dann wieder von oben wahrscheinlich durchgekommen ist, weil auch das Dach nachgegeben hat. Auch hier in die Richtung. Ja, das Schlafzimmer. Ein großes, altes Bett. Da hinten hängt schon wieder Kleidung. Und auch hier, boah, das finde ich jetzt schon echt makaber. Das Bild von dem schon erlegten Hirsch, der hier tot liegt. Es ist wirklich nicht schön. Ich kann mit sowas nicht sonderlich viel anfangen. Auch hier wieder komplett eingerichteter Kleiderschrank. Hier hängt noch alles. Hier der Bademantel. Boah, und Leute, da vorne kommen die Ranken schon in das Haus hinein. Wie sieht das aus? Ja, hier so eine Dachschläge. Boah, Leute, das sieht aus, als wären wir wieder da draußen. Aber das ist noch im Haus. Da hinten, guckt euch mal bitte an, wie das hier alles zugewachsen ist mit Spinnenweben. Hier ist alles voller verschimmelter Spinnen, lebende Spinnen, die da durchkrabbeln. Das ist ja wirklich das absolute Horror-Hexenhaus. Gehen wir weiter. Hier noch der alte Kamin. Und hier habe ich gerade schon gesehen, geht es noch auf den Dachboden. Hier hängt auch alles drin. Ich versuche mal ein paar vorsichtige Schritte diese Stufen hinauf. Weil wirklich sehr, sehr steil. Ich glaube, hier oben gibt es nichts zu sehen, außer Unmengen an Kot auf dem Boden. Alles irgendwie total siffig, verschmiert. Boah, war größer, als ich dachte. Das sieht hier nochmal richtig unheimlich aus nach da hinten. Da hat man so ein bisschen Angst, dass man hier gerade steht. Und dann kommt plötzlich irgendwas von diesem Dachboden auf mich zugesprintet. Irgendwo aus einer dunklen Ecke. Ja, ich gehe mal wieder runter. Auch wieder mit vorsichtigen Schritten. Ja, Leute, damit haben wir jetzt eigentlich gar nicht gerechnet, hier noch so viel zu finden. Also ein wirklich wieder einmaliges Haus. Leute, der Dave hat gerade gesehen, dass hinter der Kleidung wahrscheinlich der Waffenschrank war. Hier kann man es sehen. Hier waren sie drin aufgehangen. Das wird der Waffenschrank des Jägers gewesen sein. Davor noch das Outfit. Also Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr dieses Haus hier fandet. Aber auf jeden Fall kann man definitiv sagen, dass das hier ein ganz besonderer Ort ist. Ich habe es eben schon einmal gesagt. Der Mix aus natürlichem Verfall und diesen ganzen privaten Gegenständen, die sich hier trotzdem noch finden. Ich muss gerade auf der Treppe wirklich enorm aufpassen. Ja, also ein ganz, ganz besonderer Ort. Leute, hier kann man die Wanddekoration noch erkennen. Hier das alte Mauerwerk dahinter mit Ziegelstein. Und da unten kann man erahnen, wie es hier vielleicht mal ausgesehen hat. Wichtige Fliesen an der Wand mit Dekoration. Sieht richtig ungewöhnlich aus, aber passt absolut zu diesem Haus und zu dem Stil. Also wie versprochen, noch einen Blick in den Keller. Ja. Ich weiß, es fließt wie ein Schlachthaus. Es riecht auch ganz seltsam. Und irgendwo müssen sie ja die ganzen Tiere wieder oben an der Decke präpariert haben. Ja. Wer weiß, vielleicht hier im Keller. Ah, Leute. Hier sieht es auch richtig ekelhaft aus. Das ist so klein und so kenne ich ja. Aber das sieht wirklich aus so, auch durch die Gelände. Ja. Das wäre es wirklich abansparen gewesen. Ja. Wer weiß. Und da sehen die hier leicht verpackt schnell aus. Boah, guck mal, da der Käfer. Lebt der noch? Ja. Lebt der Käfer noch? Ja, das sieht sehr blättig aus. Ja. Da ist bloß ein bisschen träge. Ist zu kalt. Den lassen wir auch ab. Oh, die Decke hier. Leute, ihr macht euch keinen Begriff. Hier ist so eine niedrige Deckehöhe. Da vermutet man schon wieder so ganz kleine Leute, die hier mal gelebt haben. Aber das ist einfach die Bauart. Also nichts wie raus hier. Wir suchen nach dem Ausgang. Und da geht es weiter. Also auch Leon und Taco waren jetzt im Gebäude. Wir hatten uns sicherheitshalber in Zweiergruppen aufgeteilt. Es ist mittlerweile noch dunkler geworden. Ihr seht, es ist richtig mystisch, atmosphärisch. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zur nächsten Location. Und ich nehme euch wie jedes Mal mit. Viel Spaß. Angekommen auf einem Friedhof mitten in der Dunkelheit stehen wir hier vor einem extrem beeindruckenden Gebäude. Es handelt sich dabei um ein uraltes Mausoleum. Sieht das atmosphärisch aus, Leute. Ihr seht, die Dunkelheit der Nacht bricht langsam herein. Und hier das alte Gemäuer. Dort oben noch der dunkle, blaue Himmel. Sieht aus wie im Film. Wahnsinn. Es ist ja auch derartig mystisch gerade wieder von der Stimmung. Es ist super windig. Es wird immer kälter und dunkel. Und es passt genau in die Atmosphäre, die wir hier auf dieser Tschechien-Tour verspüren. Dort vorne klappert gerade die Tür im Wind. Das Tor, was wir geöffnet haben. Und ganz am Horizont erkennt man, wie die Nacht hereinbricht. Da sieht man noch so ein bisschen die Sonne untergehen. Doch wir waren noch lange nicht am Ende unserer Tour. Denn das, was uns noch erwarten sollte, sind unglaubliche Erfahrungen. Und ihr könnt euch schon auf nächste Woche freuen. Denn da wird es extrem mysteriös weitergehen. Oh Leute, hier ist wirklich alles ganz, ganz dicht mit Spinnenweben. Da hinten in der Ecke sieht man das auch. Man kann hier gar nicht richtig durchgehen, ohne gleich alles auf dem Kopf und im Gesicht zu haben. Boah, das sieht hier aber auch wirklich richtig übel aus. Richtig unheimlich. Ural. Wir gehen mal weiter gucken. Hier im nächsten Eingang ist sogar noch eine alte Vorratskammer. Und hier sind vermutlich uralte Konservendosen. Hier ist noch alles drin, da unten alles eingepackt, fest verschlossen. Das sieht auch richtig, richtig alt aus. Hier am Boden liegt noch Kleidung, eine Tasche. Gehen wir mal rüber, weil da geht nämlich die Treppe hinauf. Hier sieht es schon fast aus, als hätten hier mal Leute gehaust. Also ich habe so ein bisschen die Vermutung. Und das macht sich gerade bei uns allen auch breit das Gefühl, dass dieses Gebäude hier scheinbar doch noch bewohnt ist. Am Eingangstor hing nämlich auch noch so eine Einkaufstüte über den Zaun gehangen. Und wir haben schon gesagt, nachher ist das irgendwie ein Zeichen, dass hier noch welche drin sind oder bald zurückkommen. Wenn man sich hier umguckt, würde es auf jeden Fall echt zufällig. Hier sieht es wirklich nicht gut aus. Es kann halt wirklich sein, dass hier noch Leute sind. Hier sieht es echt schlimm aus. Das hier so aus Spaß eingerichtet, das kann auch sein. Hier ist es sogar richtig dunkel. Hier braucht man das Licht auf jeden Fall. Hier sind nämlich auch die Fenster so abgehangen. Ja, das spricht wirklich alles dafür, dass hier eventuell wirklich Leute hausen, die jetzt einfach nur gerade nicht da sind. Hier richtig ehemalig mal richtig schöner Boden. Kann man auch auf die Rückseite rausgucken. Hier kommt auch wieder die Natur durchs Fenster rein. Was ist denn hier los? Hier liegt die Tür einfach auf so einem alten Schrank oder was das ist. Abgelegt an den Türrahmen gelehnt. Hier kann ich mich gar nicht so richtig reintrauen. Aber hier ist noch richtig was drin. Also alte Sitzecke vorne der Tisch. Hier sind auch die Fenster offen. Aber hier sieht es wirklich so ungemütlich aus. Hier liegt alles voll. Vorne geht es auch nochmal durch. Gucken wir mal hier um die Ecke. Ja, hier muss man aber auch schon langsam aufpassen, dass der Boden nicht nachgibt, weil nicht alles aus Stein ist. Da oben sieht es auch unheimlich aus auf dem Dachboden. Hier noch die alte Blumentapete. Ja, so die kleinen Details. Man findet schon noch wirklich Hinweise darauf, dass das hier vielleicht alles mal richtig bewohnt war. Hier steht ja wirklich doch noch mehr drin, als man von außen gedacht hat. Nur, dass es eben einfach wirklich richtig, richtig schlimm aussieht. Boah, hier war mal sogar ein richtig großes Wandbild. Vielleicht war es sogar die ganze Wand. Hier mit so einem Herbstwald. Da unten liegt auch noch ein Teil auf dem Boden. Aber überall diese coole alte Blumentapete. Wie das hier wohl mal ausgesehen hat. Hier noch der alte, orientalisch anmutende Teppich. Wobei, es sind glaube ich auch normale Blumenmuster. Voll cool. Hier ist sogar noch so eine Säule. Und hier auf dem Tisch steht auch alles Mögliche rum. Hier sieht es aber wirklich überall in jedem Raum ganz, ganz schlimm aus. Noch ein dritten Haus. Geht noch weiter nach oben. Vorher gibt es gerade eine Telekom-Rechnung von 2002. Hier sind die ganzen Räume leer. Nebenan ist ein großes Gebäude, was in Betrieb ist. Deshalb müssen wir hier auch vielleicht ein bisschen aufpassen. Ja, aber ich denke, wir werden hier nichts allzu Interessantes mehr finden. Dementsprechend geht es jetzt mal wieder Richtung Auto zurück. Falls ich hier jetzt doch noch irgendwo was Interessantes verstecken sollte, werde ich euch das natürlich noch zeigen. Aber ansonsten, denke ich, werden wir den Ort hier jetzt verlassen. Auf der Rückseite des Hauses haben wir jetzt gerade durch Zufall entdeckt, steht noch ein weiteres. Hier ganz eingewachsen. Deshalb gucken wir jetzt einfach nochmal schnell. Also da vorne sind wir gerade gewesen und direkt auf der Rückseite hier das nächste Haus. Wir schauen mal, ob sich da drin noch was findet. Die Tür hier sieht aber wieder ziemlich neu aus, bis auf diese Holzplatte davor. Aber die Tür selbst mit dem Schloss und dem Griff passt nicht zum Rest des Gebäudes. Und nach einigen weiteren Zwischenstops, die allerdings nichts gewesen sind, haben wir jetzt gerade ein weiteres großes Gebäude entdeckt. Ich weiß gar nicht, was das mal gewesen sein könnte, aber das finden wir jetzt heraus. So, also angekommen im Gebäude. Hier irgendwelche Bilder von der Sonne. Hier eine alte Pfanne. Aber mit einem Blick in den ersten Raum klärt sich eventuell schon, was das für ein Gebäude gewesen ist. Es sieht nach einer alten Produktionsstätte oder Fabrik aus. Hier finden sich irgendwelche Pfannen und Töpfe, alle zusammengeworfen. Geht vielleicht dann auch schon in die Richtung, was hier produziert wurde. Aber wir gucken mal. Hier dreht sich noch die Lüftung durch den Wind. Aber hier liegt wirklich alles auf dem Raum. Jetzt bin ich hier sogar auf den Deckel vom Topf getreten. Vorne steht gerade Barzahlung, Ankauf, Altmöbel. Okay. Und hier überall Ton und Porzellan. Ja, das wird wahrscheinlich hier wirklich mal produziert worden sein. So was hat ja, finde ich, echt was. Wird richtig cool aus. Vor allem wieder die Mischung aus Verfall und dann solchen Gegenständen, die man inmitten eines solchen Gebäudes findet. Das hat total was. Schauen wir mal weiter. Die Jungs sind schon da ganz hinten. Das ist auf jeden Fall riesig hier. Bin gespannt. Hier ist alles dunkel. Dann geht es noch weiter. Jetzt gerade habe ich einen wirklich seltsamen Fund gemacht. Denn hier ist alles voll mit Bildern. Und zwar, die sind jetzt alle umgedreht. Aber es ist alles dieses Bild von der Sonne. Ganz seltsam. Alles dasselbe Bild von der Sonne. Und guckt euch mal an, wie viel hier davon rumliegt. Das haben wir auch schon in größerem Format eben gerade gesehen. Beim Eingang. Boah, hier ist sogar noch ein größeres Bild. Guckt mal. Was hat es denn damit auf sich? Vielleicht wurde das hier auch produziert. Das passt ja gar nicht zum Rest, den wir eben gerade gesehen haben. Hier, überall. Das Bild der Sonne. Da hinten. Im Großformat. Alles gelagert. Das ist schon irgendwie wieder komisch. Das passt ja alles gar nicht zusammen. Hier liegen auch alte Bücher. Hier noch alte Puzzleteile auf dem Boden verstreut. Irgendwelche Weihnachtsmänner. Ich glaube, hier wurden ganz viele verschiedene Gegenstände produziert oder aber auch einfach nur gelagert und dann zum Verkauf weitervertrieben. Das wäre jetzt so zumindest meine Erklärung. Hier noch so ein ganz altes Lagerfahrzeug. Das sieht ja schon richtig cool aus. Hier ist es auch ordentlich dunkel. Hier ist auch wieder ganz viel. Irgendwelche Steine, die hier gelagert sind. Gleichzeitig liegt da aber auch alles andere drauf. Irgendwelche alten Bücher. Auch hier einsortiert. Das ist alles so unstimmig. Und hier schon wieder die ganzen Bilder der Sonne. Ganz, ganz seltsam. Hier noch ein uraltes Radio. Hier ist noch eine Treppe nach oben. Mal schauen, ob sich da noch was anderes findet. Hier ist schon deutlich lichtdurchfluteter. Aber auch alles mehr oder weniger leer. Ich gehe trotzdem mal nach dort vorne durch. Da hat man nämlich einen besseren Blick über die Felder, auf denen das Gebäude hier steht. Da muss ich aber schnell durch. Hier tropft es. Gleichzeitig weiß ich dann aber auch nicht, wie der Boden das mitmacht. Ich gehe mal hier rechts rum. Jetzt sind wir hier genau im zweiten Stockwerk über dem Bereich, den wir als allererstes erkundet haben. Und dann gehen wir hier mal auf die Seite. Hier kann man durchs Fenster schauen. Da hinten die Natur. Auch das finde ich immer ist so ein schöner Kontrast. Wenn man nach draußen guckt, da sieht man die Bäume. Da tropft es ein bisschen von den Blättern herunter. Und dann lässt man den Blick nach rechts schweifen. Hier kommt das Wasser langsam, aber sicher durch die Decke. Die Decke tropft hier auf den Boden. Hier wieder die Bilder der Sonne. Und dann absoluter Verfall. Von der Decke blättert schon langsam alles vom Holz runter. Und auf der anderen Seite haben wir gerade entdeckt, scheint noch so etwas wie ein Wohnhaus zu stehen. Da vorne am Eingang ist auch gerade Leon und betritt das Gebäude. Und dem werden wir jetzt gleich tun und dort rüber schauen. Bevor wir das tun, will ich aber noch mal einen Blick ins letzte Stockwerk wagen. Sofern das noch möglich ist, wenn man sich hier mal die Decke anschaut. Also wir gucken mal. Hier der Dachboden. Boah, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Hier ist doch noch richtig viel. Boah, Leute. Guckt mal da. Uraltes Schaukelpferd. Wie das aussieht. Hier hört man jetzt gerade ein bisschen seltsame Geräusche. Da hinten noch dieser alte Wagen. Hallo? Ist jemand hier? Mir riecht es auch richtig übel. Boah, ich weiß nicht. Das ist gerade wieder ein bisschen komisch. Ich meine, ich hätte was gehört. Und die Jungs sind alle da schon wieder. Ich weiß nicht, ob sich hier vielleicht doch noch irgendjemand versteckt. Die Jungs sind alle im Nebengebäude. Das heißt, die können das auf jeden Fall nicht gewesen sein. Wir gucken noch mal hier vorne hin. Hier ganz viele alte Körbe. Sind das Körbe? Man kann auch drauf sitzen. Ich weiß gar nicht genau. Doch, aber es sind ja Körbe zum Verstauen. Gleichzeitig kann man aber irgendwie auch drauf sitzen. Da hinten ein halber Stuhlkreis. Das passt hier alles gar nicht zusammen. Ich vermute wirklich, hier wurden verschiedenste Gegenstände gelagert, verkauft und auch produziert. Aber ich denke, wir haben hier genug gesehen und schauen uns jetzt noch das Wohnhaus nebenan einmal genauer an. Guck mal Leute, Taco hat es gerade schon entdeckt. 1881 steht über der Tür. Boah, da erblickt man schon ein altes Solarium, eine alte Sonnenbank. Hier alles voll mit Büchern und auch hier schon wieder die Bilder der Sonne. Obwohl wir dachten, das wäre ein Wohnhaus. Trotzdem, hier rechts, ja, weiß ich gar nicht, Lagerraum. Hier sieht es schon wieder total komisch aus. Aber hier sind richtig Möbel. Also ich denke mal, das wird hier mal bewohnt gewesen sein. Oder? Ne, das ist die Verwaltung. Hier ist ein Büro. Oben hört man Leon im oberen Stockwerk. Hoffe ich jedenfalls, dass er das ist. Die beiden anderen sind schon wieder aus dem Gebäude raus. Hier ist ja noch alles voller Akten, Unterlagen, alles zurückgelassen. Boah, Leute. Die ganze Verwaltung dieser Produktionsstätte und des Lagerhauses. Aber das hier ist mir jetzt schon im anderen Gebäude aufgefallen. Dieser komische Strichcode oder was auch immer das ist, ist alles voll damit. Da auch Stapelweise davon. Und auch hier wieder die Bilder der Sonne. Ganz komisch. Boah, Leute. Ich bin hier gerade so unbehellig durchgelaufen. Aber jetzt sehe ich, direkt bei den Nachbarn wird gerade die Auffahrt gekehrt. Und ich bin hier gerade noch mit dem Lichtrand vorbeigelaufen. Da sieht man die Nachbarin. Ich glaube, wir müssen hier mehr aufpassen, als wir dachten. Ich halte mich jetzt auf jeden Fall etwas bedeckter und werde versuchen, ein bisschen leise zu sein. Aber ich weiß auch gar nicht, wo es hier noch nach oben gehen soll. Aber ich dachte, Leon wäre das gewesen mit den Schritten oben. Aber die beiden anderen, also Dave und Taco, sind gar nicht nach oben gegangen, haben sie gesagt. Also hier wird es jetzt die Treppe rauf gehen. Dafür muss ich dann aber genau an der Straße und vor allem am Nachbargrundstück entlang. Und die Treppe ist auch aus Holz. Wir machen es aber trotzdem mal. Ich mache nur das Licht aus und bin jetzt einfach mal leise. Hallo. Hallo. Es wird immer skurriler. Ich sag's ja. Ich verstehe das nicht. Guck dir mal den Bereich dann. Da liegen richtig viele alte Videospiele und Zeitschriften. Man weiß gar nicht so, ist das jetzt hier eine Fabrik, ist das ein Wohnhaus, ist das ein Obdachlosenunterkumpel? Oder Lager für irgendwas. Aber ja wirklich, also nichts passt zum anderen. Die ganzen Gegenstände, die man hier findet, haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Also irgendwelche Töpfer und Tonwaren, dann die Bilder alle. Komisch. Ich fühle mich jetzt auch safer, um zu zweit rumzulaufen. Ja. Weil das ist mir doch nichts macht, ob dann losen teilweise raus. Ich meine nämlich auch, ich habe komische Geräusche gehört, als ihr alle schon raus wart aus dem anderen... Alter. Okay, hier kommt der Boden nur nach oben. Lass mal hier rein. Ja. Im anderen Haus waren echt komische Sounds. Da warst du hier gleich raus. Ich dachte, ihr werdet noch da, aber ihr wart alle auf jeden Fall hier. Ich weiß nicht, ich dachte dann auch vielleicht Obdachlose. Boah, man hat hier auch die Spinnenleben. Das ist auch ein altes Filmband, aber das ist mir total selben irgendwie. Ja. Weil das ist echt ein bisschen dubios. Ich habe schon wieder irgendwelche... Oh. Ja. Was ist das? Ganz komische Zusammenhörungen. Das sind irgendwelche Drogen oder so? Hier das fette Beil. Alter. Irgendwas in Richtung Spritzen. Medikamente. Daneben das Kinderspielzeug. Das passt überhaupt nicht. Nix passt hier zusammen. Nee. Hier ist auf jeden Fall eine alte Küche. Guck mal drüben. Da ist auch eine alte Küche. Hier direkt dringend über. Ich guck mal hier das Filmen an. Ja, Leute. Auch hier eine alte Küche. Ah, hier sieht es aber ganz skurril aus. Boah, guckt euch das mal an. Auch hier wieder die ganzen Bilder der Sonne. Alles vollgeklebt. Boah, ey. Nee. Guck dir das mal an. Was? Ja, nicht gut, Mann. Aber was haben die denn hier auch überall mit der weißen Farbe gemacht? Warum sind denn die Möbel alle voll mit Farbe? Das ist hier auch. Guck mal. Ja, so alt aus. Guck mal. Dieser komische Fernseher. Alles auf jeden Falle, die hier rumliegen. Hier hast du schon wieder das Gefühl, da kommt bald jemand wieder zurück. Auch hier alles durchwühlt. Das stinkt auch unfassbar hier. Wir sind jetzt hier gerade auf dem Dachboden und auch hier alles voll. Entweder Bilder der Sonne oder Bilder dieses komischen Codes, diese Striche. Aber verstehen tun wir das bis jetzt immer noch nicht. Ja, die haben sich das komplett zu ihrem eigenen Reich gemacht. Also, wir sind jetzt wieder raus aus dem Gebäude. Es ist uns alles auch irgendwie nicht so ganz geheuer. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Was hat es mit diesen ganzen Bildern von der Sonne und diesem Strichcode auf sich? Was könnte hier passiert sein? Wer hat sich hier eingenistet? Ist das alles normal? Irgendwie schon seltsam. Wir machen uns jetzt auf den Weg zurück und sind sehr gespannt, was uns an den weiteren Orten noch so erwartet. Nachdem wir in der letzten Folge einen kleinen Abstecher über die deutsche Grenze gemacht haben, wollen wir jetzt einen ganz besonderen Ort erkunden. Doch wie immer fängt alles irgendwie anders an als eigentlich geplant. Ja, also Leute, Problem ist, Eingang haben wir gefunden. Allerdings wurden wir vom Haus gegenüber schon durchs Fenster beobachtet. Und da stand eine ältere Dame mit Telefon in der Hand. Und die wird wahrscheinlich gerade sogar die Polizei verständigt haben. Dementsprechend geht es für uns jetzt die Straße entlang zu einem anderen Haus, was angeblich auch leer stehen soll. Leute, guckt mal direkt hier. Ganz eng am Felsen findet sich jetzt dieses kleine Häuschen und die Jungs gehen gerade da vorne schon rein. Ich bin sehr gespannt. Ja, leider. Wobei, so ein paar kleine Details findet man hier ja trotzdem wieder. Hier die alten Vorhänge mit dem Blumenmuster setzen sich dort vorne auch fort. Hier die alte Lampe, verrückt. Ist dann trotzdem noch da. Hätte alte Kommode schon in sich zusammengefallen. Die Jungs sind die Treppen hoch. Mal schauen. Leute, damit hätte ich jetzt gar nicht mehr gerechnet. Hier ist wirklich noch Einrichtung. Hier riecht es aber auch nicht gut. Boah, hier ist alles voller Federn. Hier ist wahrscheinlich mal die Bettwäsche auseinandergenommen worden. Boah, das sieht hier richtig horrormäßig aus. Es ist alles so vergammelt, dreckig. Hier liegt auch noch alles rum. Aber hier das Bett in diesem Küchenabschnitt. Guck mal, das ist hier auch nur auf so einem Tisch hingestellt. Das macht gerade für mich so ein bisschen den Anschein, dass hier mal jemand gelebt hat, der wahrscheinlich gegen Ende sehr alt gewesen ist. Nicht mehr gut zu Fuß. Und hier alles mehr oder weniger in einem Raum. Hier die Küche so provisorisch auf dem Tisch. Hier das kleine Bett. Das könnte schon hinkommen. Und dann hier noch zum Waschen. Als wenn man hier in dem Raum alleine gelebt hat. Gut möglich, ja. Hier noch der alte Staubsauger. Hier haben Kissen wahrscheinlich auseinandergelegt. Ja, denke ich auch. Also hier auf der anderen Seite des Flures ist noch ein Raum. Auch der... Boah, Leute. Das ist jetzt wirklich hier ein totaler Zufallsfund, ne? Ja. Eigentlich hatten wir geplant, die Gaststätte nebenan zu gehen. Aber jetzt hier noch der alte Puppenwagen mit der Puppe drin. Hier stehen noch die Kunstblumen. Und selbst hier auf dem Tisch liegt noch die Lesebrille mit der Zeitung und einem Buch. Da hängt noch eine kleine Jacke über dem Stuhl. Hier stehen die Schuhe auf dem Boden. Alte Glasvitrine. Und hier der Lampenschirm. Boah. Hier ist schon wieder ein Staubsauger an der Ecke. Hier geht es auch noch weiter. Okay, hier ist aber eigentlich nichts mehr. Doch. Hier noch ein alter Spiegelschrank. Da steht noch das alte Parfum. Auch hier noch eine kleine Kommode. Guckt mal, Leute. Wir gucken auch mal nach draußen. Das Haus steht hier direkt am Felsabhang. Und auch hier geht es noch ein Stockwerk höher. Hier zur rechten noch eine Garderobe. Aber wir gehen mal die Treppen rauf. Auf den Dachboden. Boah, hier steht noch richtig viel rum. Boah, Leute. Guckt euch diesen Raum an. Hier steht wirklich alles kreuz und quer. Alles durchwühlt. Hier liegt alles auf dem Boden rum. Wieder so viele Details, die man dann irgendwann übersieht. Auch hier ist alles auf dem Tisch. Wahnsinn. Das hat schon wieder echt was Trauriges. Das sind ja alles die Überbleibsel eines vergangenen Lebens, die hier verteilt liegen. Hier gucke ich nur einmal rein, weil der Boden hier schon nachgibt. Hier im nächsten Raum noch ein großes Bett. Liegen auch etliche Sachen rauf hier. Knöpfe, Nähzeug. Liegt alles rum. Hier noch uralte Konserven. Die finden sich auch an vielen Orten. Aber gerade das. Boah, hier sind irgendwelche, weiß ich gar nicht, Magen oder so. Ja, Leute. Ich gucke noch mal hier hin. Das sieht auch schon wieder aus wie eine kleine Fotokulisse hier. Der Spiegel mit diesem Kerzenständer der Zeitung und den alten Taschen. Wahnsinn. Hier hängen noch die kleinen Regenschirme an der Wand. Und auch alle mit so einem Blumenmuster. Leute, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass hier zuletzt eine alte Dame oder alte Menschen gelebt haben, die dann irgendwann verstorben sind. Und seitdem, wie so oft, steht dieses Gebäude leider leer und sich selbst überlassen. Keiner kümmert sich drum. Es steht hier auch wirklich in einer wunderschönen Gegend. Es ist echt schade drum. Also, ich bin jetzt hier gerade noch am Kellerzugang. Wir schauen mal, ob hier unten noch irgendetwas versteckt liegt. Also, kleine Triggerwarnung an alle Arachnophobiker. Da vorne eine dicke Spinne in der Ecke. Ich weiß gar nicht, ob ihr sie erkennen könnt. Ich gucke einmal schnell hier runter. Boah, das ist aber richtig Horrorkeller hier. Das sieht richtig ekelhaft aus. Der Boden ist total feucht. Aber hier ist nichts mehr. Ich gehe mal wieder nach oben. Und damit werde ich jetzt diese Location auch verlassen. Und wir machen uns auf den Weg zum nächsten Ort. Also, bleib dran. Und wieder angekommen an der eigentlichen Ziellocation sind wir gerade am Berat schlagen, wie wir vorgehen sollen. Weil ja immer noch die Gefahr besteht, dass gleich die Polizei aufkreuzt, weil die Nachbarn angerufen haben. Tako ist jetzt gerade am Überlegen, ob er alleine einmal schnell reinspringt. Wenn er das tut, werdet ihr natürlich alles aus dieser Location bei Tako auf dem Kanal finden. Wir werden jetzt hier gerade nochmal warten und gucken, wie wir weiter vorgehen. Es bleibt immer noch spannend. Also, Tako und Dave sind jetzt gerade beide im Gebäude. Und wenn die rauskommen und bis dahin sich hier immer noch nichts getan hat, dann werden auch Leon und ich nochmal schnell reinspringen. Es ist alles wirklich ziemlich heikel, weil wir sind hier eigentlich in einem total ruhigen Dorf, alles total verschlafen. Aber seit wir hier sind, bewegt sich links und rechts gefühlt alles. Überall sind irgendwelche Nachbarn. Lichter gehen an, Leute gucken hinter den Vorhängen. Hier auf dem Nachbarhof stand gerade auch schon die ganze Zeit jemand. Da hatte Dave auch erfahren, wie die Hintergrundgeschichte aussieht. Die werde ich euch erzählen, wenn wir im Gebäude sind. Also, mal schauen, ob wir gleich auch noch rein können. Also, Leute, jetzt wird es ernst. Leon und ich... Boah, ist das groß. Nach hinten rum noch. Leon und ich gehen jetzt gerade zu zweit in das Gebäude. Also, ich muss mich jetzt leider echt beeilen, weil wir hier nicht viel Zeit haben. Ich versuche euch so viel zu zeigen, wie es geht. Ich bin jetzt gerade im Küchenbereich. Hier Lagerraum scheinbar. Das war gerade ein komisches Geräusch. Hier ist wirklich noch alles da. Also, Leute, ihr seid ja meine Videos eigentlich sehr ruhig und entspannt gewöhnt. Aber das geht jetzt leider in dieser Location einfach nicht. Wir müssen wirklich die Zeit, die wir haben, nutzen. Dementsprechend versuche ich so schnell wie möglich, so viel wie möglich einzufangen. Boah, Leute, wie es hier aussieht. Diese riesige Küche. Einmal schnell hier hinten noch reinschauen. Ah, das ist, glaube ich, weniger interessant. Da vorne ist der Haupteingangsbereich. Okay, hier eine große Bar mit Zapfsäule. Hier stehen noch alle Gläser rum. Hier werden die Getränke abgezapft. Jetzt muss ich aufpassen, weil hier geht es zur Straße raus. Boah, Leute, guckt euch das mal an. Hier ist ja noch alles da. Hier die ganzen Krüge. Stehen hier alle nach aufgebreitet. Verrückt. Boah, hier die Deckendekoration. Das sieht ja verrückt aus. Das ist echt cool hier. Und die Tische. Hier liegt schon alles rum, weil nämlich diese Gaststätte eventuell wieder hergerichtet wird. Hier ist alles voller Stühle. Das wäre ja vielleicht mal eine Bühne gewesen sein. Hier waren bestimmt mal Veranstaltungen. Boah, das hat mich gerade ein bisschen erschreckt. Ah, ja Leute, ich denke, das wird mal hier ein Veranstaltungsraum gewesen sein. Hier stehen noch die Flaschen. Da hinten die Bühne. Und dann geht es rechts rum wieder zurück zur Bar. Ich gehe jetzt mal in Reonsrichtung, weiterschauen. Hier kommt man wieder in den Haupteingangsbereich. Hier geht es die Treppe hoch. Richtig cooles Treppengeländer. Hier wahrscheinlich sogar eine Rezeption. Ja, ich vermute, das wird der Empfang gewesen sein hier in diesem Haus. Denn dort ist die Eingangstür. Und dann geht es nach oben. Schauen wir mal, was wir hier finden. Boah, Leute. Guckt euch das an. Ein riesiger Saal. Das ist der Veranstaltungsraum mit Bühne. Guckt euch diese Decke an. Die Stuckverzierung. Da, dieser riesige Kronenleuchter. Diese gigantische Bühne. Das ist ja unglaublich. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Da vorne noch die Teddybären mit den Gitarren. Das sieht hier ja aus. Ich muss aufpassen, dass die Bühne hier nicht... Ja. Dass ich nicht in der Bühne zerbreche hier. Dass ich nicht in der Bühne hier einbreche. Hier sind noch irgendwelche Requisiten. Kunstpflanzen. Da kann ich jetzt aber nicht reingucken, weil das einfach viel zu gefährlich ist. Der Boden gibt da total nach. Also Leute, guckt euch das an. Dass das so ein großes Gebäude ist, habe ich von außen überhaupt nicht mehr einschätzen können. Hier weitere Pflanzen. Auch hier noch eine Bar. Alles dekoriert, geschmückt. Schauen wir mal weiter. Hier steht noch ein alter Volato. Hier sogar ein... Hier sogar ein Fahrzeug abgestellt. Hier kommt der Boden total hoch. Man muss aufpassen. Da steht schon wieder so eine Figur. Scheint jeder der Stil zu sein. Hier sind die Toiletten. Die werde ich jetzt einfach nur einmal ganz schnell zeigen. Herren Toilette. Boah, doch sehenswert. Hier riecht es zwar echt nicht gut, aber hier die Dekoration. Kleine Kacheln. Also weiter geht's. Aufzug ist hier auch noch. Gehen wir einmal hier rum. Hier so ein roter Bereich. Ich glaube, hier kommen wir jetzt in den Bereich auf die Rückseite der Bar. Ja, hier war die Bar. Dort vorne der Veranstaltungssaal, in dem Leon gerade ist. Und hier noch eine Bar. Schon wieder von hinten. Und das heißt, wenn wir hier jetzt rumgehen, dann finden wir bestimmt den Bereich in dem, ja, gesessen. Alter, wie das hier aussieht. Hier die Bar. Die ganzen Kunstpflanzen. Das hat schon was. Hier stehen überall noch die Getränke aufgereiht. Hier die Hocker. Das sieht aus, als könnte man hier fast noch sich hinsetzen und was bestellen, oder? Boah, wie es hier aussieht. Verrückt. Das ist ja Wahnsinn. Hier alles. Da die Standuhr. Die Hirschgeweihe. Hier liegen noch Instrumente. Das ist ja Wahnsinn. Hier steht noch ein altes Klavier. Hier ist noch eine Tür. Ich schaue hier schnell einmal durch. Auch hier noch ein weiterer Raum. Auch hier mit gedeckten Tischen. Hier steht noch alles an Ort und Stelle. Leon spielt hinten auf der Gitarre. Das heißt, ich werde gleich mich noch mal schnell ins Klavier setzen. Das mache ich aber erst ganz am Ende, wenn wir alles durch haben. Weil wir wissen, dass wir gleich aus dem Haus rauskommen. Hier noch ein alter Billardtisch, Leute. Das ist wirklich Wahnsinn. Es ist noch alles da. Die gesamte Einrichtung. Ja, okay. Hier weniger interessant. Es gibt aber noch ein Stockwerk. Also werde ich mich beeilen, nochmal nach oben zu kommen. Hier die Treppe hinauf. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil es einfach so ungewohnt ist, euch hier so schnell mit durchzunehmen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Aber es ist einfach zu riskant, jetzt zu viel Zeit zu verbringen. Ich glaube, auch hier oben ist es gar nicht mehr so interessant. Denn hier ist alles vollgestellt. Das wird auch nicht zum öffentlichen Bereich der Gaststätte gehört haben. Hier tropft es richtig. Das sieht für mich aus wie eine... Boah, Leute. Ich glaube, das war die private Wohnung der Besitzerin. Und an der Stelle kann ich nämlich auch mal erzählen, die Inhaberin dieser Gaststätte ist wohl schon seit längerer Zeit im Altersheim untergekommen. Und hier sieht es schon wieder aus, als wäre das Gebäude zur Weihnachtszeit verlassen worden. Da hinten der Tannenbaum. Hier ist noch alles eingerichtet. Hier die Küche. Ich glaube, das hier oben ist der Wohnbereich. Das wird der Wohnbereich gewesen. Geh mal in den Raum. Da wirst du das schon sehen. Hier die Verwaltung. Alle Akten. Das ist alles einsortiert noch. Hier kann man von oben in den Veranstaltungssaal reingucken. Das spricht schon wieder hier mit der Technik für die Bühne. Das spricht schon wieder dagegen, dass man hier oben gewohnt hat. Vielleicht aber schon. Man kann ja unten sonst die Tür schließen. Boah, was ist hier noch alles drin? Hier ist auch alles vollgestellt. Das wären jetzt so viele Details, die man sich alle angucken könnte. Da hinten die ganzen Bücher. Das ist gerade total schade. Es tut mir mega leid, dass wir uns das nicht genauer ansehen können. Aber es ist einfach zu gefährlich. Also, noch ein paar Räume. Leider hier auch uninteressant. Hier genauso. Hier ist wirklich das ganze Gerümpel. Aber hier sind noch verpackte Spielzeug-LKWs. Verrückt. Also Leute, ich habe gerade mal ein paar Tasten auf dem Klavier gespielt. Leider ist es schon komplett verstimmt. Das heißt, das möchte ich euch nicht antun. Das wäre eine Beleidigung an jedes Stück, was ich spielen würde und an jeden Komponisten. das ab so einem verstimmten Klavier zu verscherbeln. Dementsprechend lassen wir das an der Stelle. Und ich würde sagen, ich warte gleich noch auf Leon. Ich mache mich schon mal auf den Weg nach unten zurück. Weil ich glaube, wir haben so gut es geht alles eingefangen, was man hier noch findet. Wir hätten uns natürlich alle Details ansehen können. Es ist sehr, sehr schade, dass das nicht möglich ist. Aber ich mache mich jetzt auf den Weg zurück zum Ausgang und dann geht es weiter zur nächsten Location. Lasst mal einen Daumen nach oben da und schreibt Ihnen Kommentare, wie ihr diese Location fandet. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir es jetzt wirklich eilig hatten. Aber das tue ich natürlich für euch, damit ihr hier trotzdem einen Blick in dieses Gebäude wagen konntet. Aber es geht jetzt gleich weiter und ich bin sehr, sehr gespannt und auf den nächsten Ort. Da hat sich einer, die hat Bremse verlängert, Sportlenkrad. Käfig ist nicht drin, ne? Ja, das ist zum Driften. Leute, ihr seht gleich den Schein meiner Lampe. Es fängt gerade immer weiter an zu regnen. Es ist extrem ungemütlich, schon stockdunkel und eiskalt. Leider haben wir keinen Eingang in dieses riesige Gebäude gefunden. Dementsprechend geht es zurück zum Auto. Also Leute, wir sind gleich am nächsten Ort angekommen. Es handelt sich dabei um ein verlassenes Haus auf einem Hügel und laut Dave soll es sich dabei um eine verlassene Gaststätte handeln, die danach dann aber als Wohnhaus umfunktioniert wurde und erst seit circa einem Jahr leer steht. Drinnen soll es aber richtig unheimlich aussehen und so als wenn es schon seit zehn Jahren leer steht. Ich bin gespannt, was uns dort erwartet. Viel Spaß und es geht los. Hier ist schon ein Wachhund, der auf die Location aufpasst. Es sieht jetzt schon spannender aus. Ich hoffe, es wird nach Hause sein. Ja, guck mal, hier der ganze Hinterhof, was hier noch alles rumsteht. Ja, komm, wir gucken uns mal oben. Ich würde auch sagen, bevor wir reingehen, einmal hier. Hier sind wir im Hotel, steht da drin. Oh ja. Guck mal, hier sind wir da. Guck mal, Guck mal. Hier auf der Rückseite des Hauses. Dahinten ist auch noch was Kleines im Wald. Aber hier, alter Schuppen. Hier stehen ganz viele Rasenmäher. Gartenmöbel. Boah, Leon. Alles gut? Oh, die Viecher hier. Ich habe Meisterstück. Oh, nee. Also, hier ist alles Mögliche drin. Auch hier steht alles abgestellt. Es ist wirklich noch alles da. Hier irgendwelche Geräte. Das ist wahrscheinlich so eine Werkstatt gewesen. Ist hier noch offen. Ja. Ja, tatsächlich. Kleine Heimwerkstatt. Ist alles voll. Wenn man hier mal reinguckt. Boah. Krass. Alle Geräte. Alles noch da. Bevor es weiter geht, habe ich noch eine kleine Ankündigung für euch. Da viele von euch mittlerweile treue Fans von meinem Partner Holy Energy sind, möchte ich euch auf eine ganz besondere Aktion hinweisen. Da wir von der Kälte alle langsam mal genug haben, startet bei Holy der Sommer schon früher. Und so gibt es gleich zwei neue Energy-Sorten, die in Vergangenheit streng limitiert waren, ab jetzt für euch aber im regulären Sortiment zu holen sind. Dabei erfrischen euch die leckeren Geschmacksrichtungen Wassermelone und Limette zusammen mit einigen weiteren Neuheiten, die ihr im Shop entdecken könnt. Da Holy eine zuckerfreie und gesunde Alternative zu handelsüblichen Energy-Drinks bietet, hat es mich auf dieser Tschechien-Tour natürlich auch begleitet und in so einigen Momenten nach drei Stunden Schlaf in einem Lost Place zurück ins Leben geholt. Ich kann also auch allen, die es noch nicht kennen, einfach nur empfehlen, es mal auszuprobieren. Perfekt dafür gibt es bei Holy auch Probierpakete für die Energies, Eistees und Hydration-Drinks. Wenn ihr euch die neuen Sorten mit dem besten Rabatt sichern wollt, dann nutzt gerne meinen Code XanderStories für eure Bestellung und alle Neukunden sparen nochmal 5 Euro mit dem Code XanderStories5. Viel Spaß mit euren Drinks und jetzt geht es weiter mit dem Video. Also drinnen angekommen, sieht man gleich, hier sind noch ganz viele Details. Hier die Hundefigur, neben diesen goldenen Vasen, hier eine riesige Musikanlage im Regal einsortiert. Dann haben wir hier die ganze Kommode, voll mit Gegenständen. Hier sieht es aus, als wäre das hier eine kleine Küchenzeile. Hier noch der alte Spiegel. Hier ist ja wirklich noch alles drin. Guckt mal hier, das ganze Geschirr. Teegeschirr, die ganzen vergoldeten Gläser da drin. Total dreckiges Glas, man kann da nur so ein bisschen durchgucken. Hier auch alles mögliche, Taschenrechner, hier eine kleine Schatulle. Boah, in der Schatulle noch ein beflecktes Taschentuch. Sieht fast aus, als wären da kleine Blutflecken drauf eingetrocknet. Und da drunter, boah, ich glaube hier hatte jemand auf jeden Fall, ja, hier war jemand Diabetiker. Hier sind noch Messgerät, kleine Spritzen und so drin. Und das Tuch kommt bestimmt vom kleine Bluttropfen abtupfen. Krass. Ja, so kleine Details machen es einfach aus. Hier noch ein Bett neben dem Fenster. Hier diese kleine Wanddekoration, dieser uralte Lampenschirm. Hier ein Blumensofa, dahinter der Tiger und ein altes Bild da drüber. Ja, das hat schon wieder sehr viel Flair hier. Mit der grünen Wand, die Holzverkleidung. Hier weiß ich gar nicht, was das hier für ein Raum gewesen ist. Hier sind auf jeden Fall alte Kühlschränke. Sind aber leer. Riecht aber sehr übel hier. Aber eher nach Schimmel. Ja, da hinten eine Dusche. Direkt daneben eine Waschmaschine. Hier nochmal alles Mögliche an Utensilien neben dem Waschbecken. Das hier scheint auch sowas wie eine Vorratskammer gewesen zu sein. Die ist auch komplett vollgestellt. Da der große Korb irgendwelche Kartons. Ganz viel Kleidung und Planen. Aber hier sieht es wirklich schon richtig schlimm aus. Also Dave hat uns das schon angekündigt, dass man gar nicht glauben kann, dass dieses Haus erst seit vielleicht nicht mal einem Jahr leer steht. Und dann hat er auch schon eine sehr plausible Vermutung geäußert, der ich mich nur anschließen kann. Es kann sehr gut sein, dass hier bis zuletzt jemand gewohnt hat, der körperlich überhaupt nicht mehr in der Lage war, sich um das Haus zu kümmern. und es deshalb vor seinen Augen unter seinen Händen ja in diesen Zustand geraten ist. Immer mehr verfällt, immer mehr verdreckt und vermüllt und man ja gar nicht mehr in der Lage war, das Ganze aufzuhalten. Vielleicht jemand, der sehr einsam gelebt hat, ohne Freunde und Verwandte, die sich kümmern. Dementsprechend ja jetzt auch das Haus in Leer stand, ohne dass jemand etwas tut. Das macht das Ganze dann doch wieder echt traurig. so gruselig, das hier drin noch ist. Aber es steht wieder mal ein Leben und ein Schicksal dahinter, welches sich uns hier so langsam in kleinen Schritten Raum für Raum aufdeckt und seine Geschichte erzählt. Hier liegt noch alles rum. Hier die Äxte Erdplatten schon wirklich komplett verdreckt. Sieht wirklich richtig eklig aus hier. Ja, oben hört man Leon schon. Das scheint wohl noch schlimmer zu werden. Gehen wir mal weiter. Hier sogar noch eine alte Kleintierbox. Vielleicht für eine Katze, vielleicht für Kaninchen oder so. und überall diese Tücher mit den Wanddekorationen. Hier nochmal wieder der Tiger an der Tür. Hier sind überall so kleine Räume, die sich hinter Vorhängen verstecken. Hier das WC. Hier plätschert das Wasser. Boah, guckt euch das mal an. Das sind alles Spinnweben. Das ist kein Tuch oder so. Die sind komplett schwarz und richtig dicht vernetzt. Irgendwo. Boah, das ist ja ein richtig großer Keller da hinten. Und könnt ihr das sehen? Wobei, Keller ist es ja nicht. Wir sind ja hier noch ebenerdig. Und was ist das? Was plätschert hier denn so? Boah, hier ist wirklich alles voller Spinnen. Hier kann man kaum durchgehen. Leute, guckt euch die Ecke da hinten an. Das ist ja unglaublich. Ich gehe jetzt hier mal gebückt lang, weil ich möchte nichts im Gesicht hängen haben. Ein Blick nach rechts, wie es hier tropft. Das ist bald schon voll. Und jetzt links. Leute, das ist wirklich eklig. Das sind alles Spinnnetze. Komplett schwarz. voller verschimmelter Spinnen, die da alle drin hängen. Und hier geht es immer weiter runter runter. Alles, die ganze Wand voll. Boah, also das ist wirklich richtig übel. Da hinten geht es auch noch weiter. Das ist allerdings alles leer. Ich gehe mal in die andere Richtung. Also, Leon hat mich gerade schon gewarnt. Es wird wohl noch schlimmer, was die Spinnennetze angeht. Boah, guckt euch diese ganzen Katzenfutterdosen an. Bei den Sachen, auf das Verfallsdatum schaut, 18.2.23. Das Verfallsdatum von den Putenschnitzeln. Das ist noch aus diesem Jahr. Das ist ja Wahnsinn. Richtig leider. Also, Leute, ihr müsst euch mal vorstellen, innerhalb einiger Monate kann ein Haus überhaupt nicht solche Zustände annehmen. Ich kann es verstehen, Leon. Es wird hier schon so ausgesehen haben, zum Teil als es noch bewohnt war. Also, es bestätigt alles, Daves Theorie, dass hier jemand gelebt hat, der sich einfach nicht mehr um das Haus kümmern konnte. Also, Leute, wie versprochen, wird es immer schlimmer. Ich weiß gar nicht, mit meinem hellen Licht könnt ihr gar nicht erkennen, wie dunkelbraun diese Spinnennetze sind. Das sieht wirklich richtig schlimm aus. Und hier kommt ein Geruch. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Hier ist alles zugemüllt. wie das Ganze ist. Ich stehe hier auf einem gigantischen Müllberg. Dieses ganze Zimmer ist voll. Da hinten war mal ein Sofa und da hinten das Regal alles noch eingeräumt. Ich weiß nicht, dass das scheint eine Stein Mineralsammlung zu sein. Guckt euch mal an, wie das alles eingespinnt ist von den ganzen Spinnweben der Globus da oben. Da geht wirklich so ein richtiges Netz, als hätte man eine gigantische Höhle gebaut und jetzt guckt mal nach da hinten. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist ja unvorstellbar. Also sowas habe ich noch nie gesehen. So viele Spinnweben an einem Fleck. Da hinten geht es auch weiter. Da die Küche. Hier alles voll. Guckt mal bitte nach da hinten durch. Das da. Dieses schemenartige, was ist das ekelhaft. Hier alle Katzendosen. Vorhin haben wir ja noch die Tragebox gefunden. Die Falter und Schmetterlingssammlung. Hier noch ein Katzenkalender. Und jetzt geht es die Treppen rauf. Die Jungs sind auch gerade hier oben. Hier liegt ein Geruch oder so? Die schwarze voll leicht. Alter. ist lange her dass mir der Kunde umso schwer viel. Guck mal in den Kühlschrank da rein. Ist der noch voll? Aber rappelvoll. Mit Fleisch, Fisch und allem möglichen. Oh je. Gott. Da ist ja wirklich alles voll. Da sind die Würste, das Fleisch. Es kommt da ein bestialischer Geruch raus. Was halt krass ist, dass das alles nicht so lange her ist. Die Milch ist 4. 1. 23 abgelaufen. Das heißt, die müssen bis vor zwei Jahren oder so würde ich vermuten, vor zwei Jahren ist der Ort verlassen gewesen. Das heißt, die haben nahezu in diesem Zustand hier noch gelebt. in zwei Jahr entsteht so was nicht. Das wird schon ähnlich ausgesehen haben, als es noch bewohnt war. Wie tief hier die Decke ist. Wir können hier nicht stehen. können hier nicht stehen. Leute, diese Küche hier. Hier ist wirklich auch wieder alles da. Deine Haarbürste, Brillen, die hier rumliegen. Da wieder ein Katzenbild. Der Kalender ist von Oktober 2022. Hier der Tisch mit den Töpfen drauf. Hier vorne. Boah, da ist ein Wecker. Der tickt noch. Die Uhr geht noch. Die tickt gerade. Hier stehen irgendwelche Kräuter Dressings. Hier der Topf, das ist alles komplett verdreckt. Eingesippt. Boah. Gehen wir mal hier in den Raum. Hier kommt langsam aber sicher die Decke runter. Das Bett sieht wirklich schrecklich aus. Wahrscheinlich sieht es völlig sogar aus wie ein Kinderbett. Die Bettwäsche. Hier schon alles genauso dreckig. Da die Kommode. Noch einen Blick hier in den nächsten Raum. Leute, ich glaube ich jetzt nicht. Hier ist wirklich noch der Katzenkot drin. Ich habe mich eben schon die ganze Zeit gewundert, was das hier für komisch verstreute Späne sind auch im anderen Raum schon auf dem Teppich alles langgetreten. Aber jetzt haben wir die Antwort. Die Katzen hatten ihre Toiletten einfach hier mitten im Wohnraum. Boah Leute, das ist ja unvorstellbar. Wir glauben mittlerweile auch, dass die Bewohner oder der Bewohner eine Sammelsucht, ein Messie verhalten hatte. So welche Sachen wie hier zum Beispiel die ganzen gesammelten Kameltee Packungen da vorne, die ganzen Flaschen, unten die Katzenfutterdosen. Das spricht schon alles dafür, dass hier jemand wirklich krank war und das Ganze gesammelt hat und es hier wirklich schon so aussah, als die Person noch am Leben war. Gucken wir mal weiter. Ich passe auf, wo ich hintrete. Dahinter ist noch ein Bett. Hier hat wirklich jemand im Raum geschlafen, in dem die Katzen auf den Boden gemacht haben. Hier noch die Pflanze und hier hinter ein Wohnzimmer mit Sesseln hier ist der Tisch da das große Sofa wieder ein Katzen Kalender Wahnsinn da hinten die Vitrinen ist auch wieder alles eingerichtet das macht einen doch auch schon wieder traurig oder alles ganz komisch der Fernseher ja mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte dann die Katzen Stofftiere all der ganze Katzen Bezug ich glaube fast die Katzen waren die einzige Gesellschaft die die Person die hier gelebt hat in ihren letzten Lebensjahren noch gehabt hat das ist leider meine traurige Befürchtung aber dem Zustand des Hauses nach und der Art und Weise wie die Person gelebt hat könnte ich mir das einfach sehr gut vorstellen hier noch die Kunst Blumen ich weiß gar nicht wo es hier lang geht da ist noch eine Tür ist viel größer als ich gedacht habe guckt euch mal die Uhr hier an die sieht heftig aus mit der Holz schnitzerei mit den Tieren da drauf die Rehe und der Hirsch hier schon wieder so ein ganz dreckiges Badezimmer kann man gar nicht rein weil hier wieder die ganzen Spinnenweben vor der Tür sind der Raum hier ist relativ leer Lampenschirm hier an der Decke und hier auch ein sehr leerer Raum hier stehen noch vereinzelt irgendwelche Dinge rum guckt euch mal die Lampe an hier mit den ganzen kleinen kristallen kristallen mit der kunstblumen ansonsten ist hier kaum was in diesem Raum geht es weiter hier ist ein Flur ein komischer Flur das ist eher so ein Zwischenraum hier auch ganz komisch sowas habe ich auch noch nie gesehen die Uhr da drüben diese da drüber diese blumendekoration das hat bestimmt mal geleuchtet hier schon wieder Weihnachtsdekoration kleine Weihnachtsmänner hier das Bett voller Geschirr die ganzen Tassen Unterteller ja verrückt hier das nächste Zimmer den Flur wieder zurück auch komplett vollgestellt hier ist wieder alles auch wieder ganz viele alte Lampen hier in diesem Haus und noch mehr Weihnachtsdekoration hier ist wirklich auch wieder alles reingeworfen hier in den Flur entlang am Ende noch eine Tragebox hier ein Osterhase mit Ostereiern in der Tüte und hier ist wieder ein großer Raum naja ein Schlafzimmer hier ist das große Bett Leute die Decke hier ist so tief ich muss die ganze Zeit gebückt gehen spricht ja auch für Leute die nicht sonderlich groß waren und vielleicht schon etwas älter gewesen sind aber ich glaube da sind wir uns auch sicher allein der Einrichtung nach hier links die ganzen Tempotaschentücher Verpackungen auch gehortet und gesammelt ja spricht alles dafür dass jemand hier zwangsneurotisch Sachen gesammelt hat also wirklich wirklich krank war das kann einem letztendlich auch einfach nur leid tun hier noch die Kleidung im Schrank das Kleid hier ach man da auch Kleidung hier noch mehr Weihnachtsdekoration alles voll hier ist alles voll mit Zeitung auf dem Fußboden ganz komischer Raum da steht wieder eine alte Lampe da vorne wieder Kunstblumen mehr allerdings nicht gucken wir weiter man muss so aufpassen das ist hier wirklich alles auf Höhe meines Gesichts deshalb gehe ich einfach noch gekrümmter die Decke ist schon so tief aber das hier alles will man auch nicht im Gesicht haben wie es hier aussieht ist das groß hier oben da ganz hinten sind die Jungs hier auch alles zugestellt Wahnsinn hier wieder alles voller Spinnenweben hier knatscht der Boden hier muss man aufpassen hier wieder eine Mülltüte mit was auch immer da drin die hier an der Decke baumelt was ist hier hier sind noch alte Tierschädel wieder drin sieht aus wie von einem Vogel der ganze Schrank ist voll mit uralten Schriften und Dokumenten ich weiß gar nicht was das alles ist ganz ganz alte Bücher irgendwelche Lohnbescheide Kontoauszüge was ist hier unten noch schaut euch das mal an hier ist ein Kreuz was ist das hier für eine alte Zeitschrift wirklich ganz alte Zeitungsausschnitte das ist ja verrückt hier die ganz alte Weltkarte Leute was man hier noch findet mit Gott für Kaiser und Reich 1914 und jetzt geht mein Licht aus ich glaub's nicht meine Taschenlampe ist leer ich kann nicht sehen und ich hab kein Ersatzlicht scheiße okay Leute ich muss irgendwie die Jungs kontaktieren ich kann kein bisschen sehen so Leute ich hab's wieder lebend raus geschafft ihr habt's gerade mitbekommen plötzlich ging meine Taschenlampe aus und ich hatte gar und ich hatte gar keine Möglichkeit mehr irgendwas zu sehen die Jungs waren schon ganz tief da unten und in irgendeinem der Räume haben sich umgeschaut und ich hab wirklich richtig laut gerufen mich hat keiner mehr gehört ich hab die Jungs auch nicht mehr gehört und hab dann mit dem Display der Kamera das wirklich nur ein ganz bisschen Licht spendet mich durch das ganze Haus vorgearbeitet bin mehrfach fast irgendwo runter geflogen und auch wieder in die ganzen Spinnnetze reingerannt also richtig richtige Horrorerfahrung am Ende nochmal jetzt sind wir aber auf dem Weg zurück zum Auto und steuern dann den letzten Spot unserer Tschechien Tour an und ihr könnt euch auf jeden Fall auf was freuen das wird nochmal richtig heftig verborgen im Wald auf einem dicht bewachsenen Berg liegt dieses riesige Gebäude ein wunderschönes weißes Schloss welches lange Zeit als Hospiz genutzt wurde und daher den Tod unzähliger Menschen gesehen hat und sich damit umso besser für unsere paranormale Untersuchung eignen könnte denn das Schloss ist für heute Nacht unsere Unterkunft und was wir im Inneren Unheimliches erlebt haben das seht ihr jetzt so ihr seht jetzt die riesige Eingangstür von der Innenseite wir sind im Inneren des Schlosses angekommen und wenn ich mich umdrehe dann guckt euch mal bitte an wie es hier aussieht hier ist der Treppenaufgang und hier geht es dann ins Innere des Schlosses hier oben die Decke die Wände alles mit Stuck verziert wirklich richtig schön kein Vandalismus keine Graffitis alles sauber und rein ein ganz ganz seltener Anblick finde ich in solchen Gebäuden alles heil zu sehen anlässlich des 60-jährigen Regierungsjubiläums der Majestät des Kaisers Franz Josef I wurde dieses Hospiz der Barmherzigkeit der leidenden Menschheit gewidmet erbaut 1904 bis 1908 und genau in dieses Gebäude werden wir uns jetzt begeben und unsere paranormale Untersuchung starten also machten wir uns bereit schalteten all unsere Geräte ein und begannen mit der paranormalen Untersuchung also wir stehen jetzt hier am Eingangsbereich dieses großen Gebäudes und ich würde trotzdem sagen wir fangen einfach schon mal persönlich an uns vorzustellen und in den Raum rein zu sprechen mein Name ist Alexander mein Name ist Leon mein Name ist David und wir sind jetzt heute hier um mit möglichen Präsenzen die sich in diesem Gebäude befinden Kontakt aufzubauen wenn also jemand hier mit uns anwesend ist und auch in der Lage und auch willig ist mit uns zu sprechen dann würden wir uns sehr freuen wenn wir das jetzt umsetzen könnten dementsprechend haben wir ein paar Geräte dabei mit denen werden wir jetzt hier durch das Gebäude gehen in der Hoffnung einen Raum auswendig zu machen der sich am besten für unsere Kommunikation und das Gespräch eignet wenn wir also in dem Raum ankommen in dem wer auch immer vielleicht gerade hier ist auch anwesend ist oder wo es der Person am genehmsten ist dann bitte über unsere Geräte auf sich aufmerksam machen ich habe hier ein sogenanntes K2 Meter ich schalte es jetzt einfach schon mal an da leuchten die Lämpchen und um auf sich aufmerksam zu machen kann man an diesem Gerät einfach versuchen die Lampen ausschlagen zu lassen vielleicht kannst du dich dem Gerät nähern es berühren oder irgendwie versuchen mit deiner Energie dieses Gerät ausschlagen zu lassen außerdem kannst du dich über die Kamera die Leon hier in der Hand hält auch optisch zeigen wenn du dich in den Raum stellst können wir dich darüber vielleicht erkennen du kannst auch versuchen direkt mit uns zu sprechen das kannst du respektvoll genau als ich sage du kannst mit uns sprechen wir kommen mit guten Absichten wir wollen hier so respektvoll wie möglich in diesem Gebäude unterwegs sein und ja wir kommen wirklich nur mit guten Absichten mit gutem Willen wir möchten etwas über dich oder euch herausfinden und euch mit Respekt begegnen das wollen wir euch auf jeden Fall nochmal versichern ich gehe jetzt mal davon aus dass es auf jeden Fall funktioniert mit uns zu sprechen vielleicht gerade über dieses Mittel über diesen Weg direkte Kommunikation habt ihr es gerade gehört? da war so ein schrägiges Geräusch ich habe wie ein Krümmeln gehört ich dachte es wäre der Wind aber es war ein bisschen laut ja alles gut ja also falls es möglich sein sollte dann kannst du ja gerne versuchen jetzt eines der Geräte zu nutzen vielleicht einfach direkt mit uns sprechen ansonsten die anderen Geräte und wir machen uns jetzt einfach mal auf den Weg und gucken wo es am besten funktioniert keine Energie keine Energie du kannst natürlich gern von unseren Geräten die Akkus benutzen und dir Energie nehmen um natürlich dich uns zu zeigen oder mit uns zu kommunizieren das ist absolut kein Problem dann gehen wir mal ins Gebäude, oder? geh weg geh weg geh weg geh weg das ist aber echt sehr alles bisher, ja willst du nicht, dass wir weiter ins Innere des Gebäudes gehen dann wiederhole gern noch mal diesen Satz hat so komisch geknackt gerade, ne? ja, die Tür hat geknackt ja ist auch ein bisschen windig draußen das muss man natürlich auch nochmal sagen dazu wir können ja auch sonst einfach mal generell ein ganz kurzen Moment still sein und wir würden dich bitten einmal in Form eines lauten Geräusches auf dich aufmerksam zu machen ich kann nicht gehen heißt das, du kannst diesen Ort nicht verlassen und nicht von hier weg gehen? oh, vielleicht hier da irgendwie an den Ort gebunden mhm ist alles sehr negativ aber ist halt auch vielleicht irgendwo echt logisch wenn man sich vorstellt, dass man die nicht weg kann Gerät Gerät ja, du kannst unsere Geräte gerne benutzen egal welches Gerät nehm einfach das, was dir am besten gefällt um dich uns zu zeigen oder mit uns zu kommunizieren ist aber auch selten, dass die App wirklich so schnell anspringt das ist wirklich selten und auch wieder so passend irgendwie ja, es ist echt schon krass von den Ergebnissen jetzt das ist wirklich nicht üblich möchtest du noch immer, dass wir gehen oder bist du damit einverstanden wenn wir uns dieses Gebäude etwas näher anschauen? wir wollen absolut nicht respektlos sein und dich nicht stören wir wollen nur gern mit dir in Kommunikation treten du kannst jederzeit unsere Geräte nutzen so wie du es jetzt bisher schon getan hast um dich weiterhin zu zeigen ich würde sagen, wir gehen mal weiter ja oh Leute, guckt mal hier die goldverzierte Tür vor dem ehemaligen Fahrstuhl okay, wollen wir hier links rum? würde ich auch sagen, wir gehen hier mal links und lang ich mach euch mal auf entstellt Katharina entstellt Katharina kein kein zwei Namen das klingt auch fast schon so als würden wir irgendwie mit mehreren Präsenzen sprechen oder so kann gut sein entstellt Katharina und kein seit ihr hier an diesem Ort kann man das ja so fragen verstorben ja wir wissen ja, dass dieses Gebäude eine Zeit lang als Hospiz genutzt wurde und dementsprechend gehen wir davon aus dass hier viele, viele Menschen verstorben sind vielleicht sprechen wir gerade mit einer dieser Personen oder mit mehreren warte mal ich bin mir gerade nicht sicher ich muss das auf der Aufnahme nachher nochmal überprüfen aber ich glaube, ich habe hinter dir auf der Treppe oder es hat dich erkannt ich bin mir gerade nicht ganz sicher geh mal ein Stück zur Seite fällt mir die Tür zu ja, ich halte es offen ich bin mir nicht sicher, es sah echt so aus muss ich mir noch mal im Nachhinein ansehen vielleicht warst du das gerade vielleicht standest du gerade auf der Treppe in dem Moment in dem ich noch davon sprach dass wir davon ausgehen hier viele Menschen ja, dass hier viele Menschen gestorben sind und dass du vielleicht eine dieser Personen bist wenn dem so ist dann versuch doch dich nochmal zu zeigen über eines unserer Geräte vielleicht lässt du ja einfach mal eines dieser Lichter auf diesem Gerät hier ausschlagen das hat auch gerade geflangert du verstehst nicht, Franziska das wirkt gerade fast so ein bisschen so als wenn sich Präsenzen untereinander unterhalten ja, 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 ja gar nicht mit uns komisch und wo du das gesagt hast und auf deine Kamera geguckt hast hat es so ausgeschlagen hat es? ich habe es gar nicht gesehen ich bin mir eigentlich ziemlich sicher also okay, vielleicht vielleicht hast du das Gerät gerade schon genutzt kannst du das nochmal versuchen? Portal Portal das gibt es genau da oder äh andere Frage befindet sich in diesem Gebäude ein Portal? es sind ja viele Menschen in diesem Gebäude aus dem Leben in den Tod getreten und damit vielleicht in eine andere Welt in eine andere Ebene wie auch immer man das Ganze verstehen und benennen kann vielleicht ist dabei ja auch so eine Art Portal entstanden oder ist es auch einfach nur metaphorisch damit gemeint weil eben so viele Menschen hier verstorben sind ist das richtig? ist dieses Gebäude eine Art Portal? ich gucke mal hier jetzt in diese Räume die Deckenhöhe ist halt wirklich recht beeindruckend hier ist noch eine alte Tapetenverzierung wie es aussieht oder wurde es hier drauf gemalt sieht fast gemalt aus ne? ich glaube das ist eine Tapete wir würden uns sehr über einen Ausschlag freuen auf dem Gerät was Alex in der Hand hält du brauchst es lediglich zu berühren willst du uns vielleicht sagen in welchem Zimmer du hier damals gelebt hast? deine Zimmernummer wir brauchen eine Zahl von dir Wohnzimmer das ist schon wirklich wirklich akkurat also es war jetzt keine Zahl aber es war total passend auf alle Zahlen in welchem Zimmer sie gewohnt hat die Person okay Wohnzimmer ist vielleicht hier ein Wohnzimmer wir gucken mal dann werden wir jetzt mal schauen dass wir das Wohnzimmer finden ist natürlich schwierig den Raum auszumachen wenn es keine Einrichtung mehr gibt hier ist noch ein Schrank in der Wand dementsprechend vielleicht auch an der Stelle noch mal von uns wir wissen natürlich nicht welcher Raum für was genutzt wurde also kannst du uns damit ja vielleicht helfen indem du sobald wir in dem Raum ankommen noch mal auf dich aufmerksam machst über eines unserer Geräte oder Geräusche im Gebäude was ist denn das die Tür hat mich auch schon gerade bewundert die ist so schallisoliert da wo bin ich hier Wohnzimmer sieht seltsam aus das hier könnte halt auch so eine Art Wohnzimmer sein neben dir tja neben wem neben wem von uns neben wem von uns kannst du den Namen nennen von der Person also noch mal zur Wiederholung ich bin Alexander ich bin David und ich bin Leon neben wem befindest du dich schlafen schläfen Taco der ist oben und schläfst Taco ist halt wirklich oben und schläfst vielleicht schon ja klar er hat gesagt er geht hoch schlafen das wäre halt das wirklich ein bisschen gruselig das wäre Gefühl ey David ich habe die App noch nie so eskalieren gehabt ich denke halt wirklich also es klingt wirklich so ein bisschen danach als wären hier mehrere anstrengend ja denke ich auch wie viele seid ihr könnt ihr mir das vielleicht verraten oder uns was ist hier noch na ok oder oder sind wir hier im Wohnzimmer guck mal großer Raum sieht auch wieder cool aus hier das hier könnte ja schon eine Art Wohnzimmer gewesen sein ne das wäre aber wirklich ein krasses Wohnzimmer aber auch hier wieder überall diese komischen Bezüge ich habe hier wie von hier rechts so ein Geräusch gehört kannst du das nochmal machen kannst du mal ein Geräusch machen hier sieht es so schön aus hier mit dem Treppengeländer mit den Säulen auch hier oben wieder die Deckenverzierung schon heftig schön das Gebäude boah Leute hier guck mal hier wie meinst du das wie meinst du das also wenn das darauf bezogen war warum ich das schön finde also ich finde halt das Gebäude richtig schön die Architektur die Architektur den Stuck ey aber wir haben uns die ganze Zeit gefragt wo das Wohnzimmer ist ne eigentlich sind wir bescheuert das ist das Wohnzimmer das ist das Wohnzimmer Alex das würde passen bist du hier in dem Wohnzimmer gerade bei uns wir können ja einmal einen Moment leise sein und wir würden dich bitten jetzt einmal ganz klar und deutlich auf dich aufmerksam zu machen vielleicht mit Lichtern aus ja wir können auch mal die Lichter ausschalten auf jeden Fall wir werden jetzt die Lampen einmal ausschalten und sind einmal ganz leise und wir würden dich bitten einmal klar und deutlich auf dich aufmerksam zu machen verurteilt verurteilt verurteilst du uns von rechts habt ihr es nicht gehört das warst du das war ich nicht ach so von rechts von direkt da dann klang es wie ein Schritt der Augen ja das klang wie ein Schritt warst du das hast du mit diesem Schritt auf dich versucht aufmerksam zu machen also Daves Akku der Kamera ist jetzt gerade schon leer den habe ich aber vorhin erst gewechselt okay wir haben ja vorhin angeboten dass man auch Energie unserer Geräte nutzen kann nachdem wir jetzt durch das ganze Gebäude gegangen sind wollen wir uns jetzt noch einmal in den Keller wagen uns dort umschauen und noch mal ein anderes Experiment starten um zu gucken ob wir da noch andere Ergebnisse einfangen können also ich bin sehr gespannt aber die Atmosphäre hier ist wirklich wirklich unheimlich ja hier muss auch die Leichenhalle eigentlich gewesen sein wenn man davon ausgeht dass das hier ein Hospiz war das stimmt alles andere über den Fenster machen hier sieht es auch deutlich unheimlicher aus ja auf jeden Fall na gut dann würde ich sagen beginnen wir direkt mal hier ne alter was ist das denn hier keine ahnung was das ist aber es sieht echt unheimlich aus hier sind sie stellen wir uns das noch mal direkt vor oder wir stellen uns noch mal vor genau ich bin David ich bin Alexander und ich bin Leon und wir wollen einfach nur gerne in den Kontakt mit dir oder anderen Präsenzen treten um mehr über euch oder diesen Ort hier zu erfahren wir hoffen dass das in Ordnung ist und wir werden jetzt noch mal das ein oder andere Gerät hinzuziehen um die Kommunikation für uns zu erleichtern folge dir folge dir okay also bist du einverstanden nehmen wir mal an also wir werden jetzt unsere Sachen hier aufbauen und dann kannst du dich mit den Geräten die wir dir noch mal genauer erklären dich gern mit uns in Verbindung setzen und wie so oft passierte dann gerade in dem Moment in dem niemand filmt da wir unsere Technik vorbereiteten und besprechen wie es weitergeht etwas extrem unheimliches ey Leute es ist wieder so typisch alle Kameras sind aus weil wir gerade unser Equipment vorbereiten und da kommt auf einmal ihr werdet brennen und meine Kamera war eigentlich eingeschaltet als ich die da hingestellt habe und hat sich auch bin ich mir ziemlich sicher Alter und ich gucke auf die Kamera und die ist aus sowohl Daves Akku als auch meiner sind schon fast leer meinen habe ich schon gewechselt ich habe schon einen neuen drin es ist echt gut ich lasse die Kamera jetzt mitlaufen ihr werdet brennen das ist so gruselig ehrlich okay Freunde also Alex hat jetzt die Vollspektrum Kamera die eben auch ja in Dunkelheit filmen kann und man sagt eben dass darüber auch Präsenzen aufgezeichnet werden können wir haben da vorne die SLS Kamera stehen die auch die ganze Zeit mit aufzeichnet das K2 Meter natürlich wir haben Wildkameras da und da und auch Bewegungssensoren die Katzenbällchen natürlich Rampot also wirklich alles was man eigentlich haben kann wir lassen natürlich noch die Kommunikation über die GhostTube App weiterlaufen aber ziehen jetzt auch wieder ein neues Gerät hinzu nämlich hier das ja so gesagt digitale Ouija Brett das hat drei verschiedene Sensoren über Berührung über Temperatur und elektromagnetische Felder läuft er halt das Alphabet durch und so der hat jetzt direkt das A als Tab aufgefasst und so könnte eine Präsenz uns eben ja Wörter durchgeben jetzt hat er tatsächlich ein Wort das H über elektromagnetische jetzt über Temperatur T okay wo ist es? alter alter was ist denn hier wo ist es? hey als wir das das letzte Mal ausprobiert haben hat das gar nicht funktioniert stehen wir zu nah dran vielleicht sagen wir mal ja komm das mal ein bisschen weiter weg mein Handy ist aber auch Flugmodus ja Handy ist auch Flugmodus A T E R es eskaliert komplett das Ding oder ist es irgendwas tschechisches vielleicht also jetzt gerade ist es hart her es gibt halt wirklich keinen Sinn wir können halt jetzt auch nicht irgendwie Flugmodus ausmachen und mal nachschauen vielleicht eigentlich müsste man sich das aufschreiben es hat noch Buchstaben noch ein T oh das ist wegen Kamera wenn die zu nahe kommt kann halt sein ich kann die ich kann ja auch kurz die Ghost Tube App mal weg tun die spuckt ja gerade eh nichts aus ich lege die einfach mal hier mit auf diesen Schlitten drauf das ist ja echt heftig aber auch wieder auffällig dass die App gar nichts mehr sagt weil wir jetzt andere Geräte anbieten ja du hast recht Alex hat recht jetzt sind wir gerade hier mit etwas anderem beschäftigt und kommunizieren gar nicht mehr richtig und die App ist komplett still also wenn jemand wartet bis wir fertig sind damit es losgehen kann mit der Kommunikation voll komisch richtig komisch okay also wir hatten uns ja gerade noch einmal vorgestellt wir haben jetzt ein neues Gerät hinzugezogen dieses Gerät kannst du antippen du kannst aber auch in die Nähe davon kommen um ja direkt Buchstaben auszuwählen um uns Wörter oder ganze Sätze mitzuteilen ja wir hoffen dass du so noch besser mit uns kommunizieren kannst du kannst aber auch gerne andere Geräte die wir hier in der Nähe haben nutzen um mit uns zu sprechen wir würden vielleicht einfach mal damit anzufangen nach dem Namen zu fragen weil wir haben jetzt unseren Namen auch gesagt ja vielleicht möchtest du ja ja wir werden jetzt uns ein paar Meter entfernen und vielleicht möchtest du ja wenn wir dann ein bisschen weiter weg sind ja etwas auf das Gerät eintragen oder eben dich auf einem der Geräte die wir jetzt in der Hand halten zeigen oder bemerkbar machen das sieht schon unheimlich aus der Keller hier hier stinkt es halt auch so zum scheitern verurteilt was meinst du damit was ist zum scheitern verurteilt vielleicht unser Overnight diese PU keine Ahnung Achtung jetzt wird der Bewegungssensor ausschlagen blau blau ne blau 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 ist hier oben was blaues hier ist nur grün die Rohre sind grün das ist nicht was mit blau gemeint sein könnte was meinst du mit blau meinst du den Himmel oder meinst du ein bestimmtes Zimmer hier drin guck mal hier die Technik von dem ganzen Ding Heizkeller hier haben wir hier schon wieder so eine Gittertülle ja ja das ist komisch ich glaube ich habe die Leichenhalle aber schon gesehen am anderen Ende tatsächlich hier ist schon wieder so ein Zeichen könnte auch für Ratten oder so stehen ja ich wüsste jetzt aber auch nicht wofür sonst also hier mal in die andere Richtung ich kann nicht sprechen ich kann nicht sprechen vielleicht kannst du nicht sprechen aber du kannst dich andersweitig bemerkbar machen wir können jetzt auch nochmal einen Moment leise sein und du kannst ein Geräusch machen oder irgendeins der Geräte die wir hier im Keller haben zum ausschlagen bringen bitte jetzt wenn es für dich einfacher oder mehr nach deiner Gewohnheit ist kannst du auch gern Geräusche machen zum Beispiel auf Holz klopfen zum Beispiel an einer der Türen die SLS Kamera ist ausgegangen im Grunde ist die SLS Kamera ausgegangen die kann erst vor ein paar Sekunden ausgegangen weil ich habe eben noch ich habe eben noch von da vorne in die Richtung geleuchtet und da hat halt hier die Kamera das Infrarotsignal entdeckt okay also ja SLS Kamera ist raus geht auch nicht wieder an gerade keine Ahnung also die war voll geladen war auch nicht hatte keine Akku Anzeichen oder sonst was ist einfach aus Befehl ja zeig dich das Gerät ist auch noch ruhig ich kann auch versuchen die Sensoren hier wieder ja Leute ich glaube das hier könnte der Kühlraum gewesen sein in welchem damals zur aktiven Zeit dieses Hospiz Verstorbene gelagert wurden bevor sie dann vom Bestatter abgeholt wurden sind zumindest würde hier die Wand die Kachelung dafür sprechen die Größe vielleicht nicht aber das könnte gut passen ja ich denke dass hier hinten am Ende dieses langen Ganges mit diesen Fliesen ich glaube dass das hier die Leichenhalle gewesen ist kann ich nicht sagen aber es ist ein bisschen groß und hier ist eine Toilette es kam gerade was was kam wo kann ich denn das ansehen wie viele was die letzten Wörter waren aufs Wörterbuch ja Folterer gerahmt das ist komisch Folter Raum oder Folterer ja Folterer ja ok und die in Anführungszeichen Leichenhalle ist halt blau und hier gab es dort irgendein Geräusch echt? ja aus der Richtung Fluch 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 Soll ich mal mit der hier vorgehen? Ja machen wir Wir können aber die Lampen ausschalten wir müssen aufpassen auf die Löcher im Boden Soll ich das ausmachen? Ja Ok wir haben erstmal das Licht ausgeschaltet schon gerade noch ein Geräusch Joa das ist ja gerade so ein bisschen wie die Endszene von Blair Wedge Project wie ich hier um die Ecke guck Vorsicht mit dem Loch hier direkt an deinem Fuß Alter, also wir laufen hier gerade nicht. Wirklich komplett auf Finsternes durch. Hier hinter könnte halt auch noch was sein. Warte mal. Wo kam das Geräusch her? Von hier. Bist du hier? Hast du das Geräusch gemacht? Könntest du das bitte wiederholen? Bist du? Bist du das Geräusch. Bist du? Bist du so? Ja, aber Alex hat recht, ich denke, das hier wird die Küche gewesen sein und wirklich oder hier vielleicht, wegen dem Zeichen hier, weißt du. Schalter ist aus. Welcher Schalter? Schalter ist aus. Was sollen wir ausschalten? Wahrscheinlich die Geräte und so, ne? War das Alter hinter dir? Hast du das gehört? Da war richtig ein lautes Knacken. Sollen wir die Geräte ausschalten? Möchtest du die Kommunikation beenden? Ist irgendjemand hier? Sind wir alleine? Kannst du das hier imitieren? Kannst du das hier? Kannst du das hier? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann würden wir uns an dieser Stelle bedanken für deine Kommunikation und wir wünschen dir noch das allerbeste, bitten dich aber natürlich auch dann hier an diesem Ort zu bleiben. Wir werden heute noch die Nacht hier verbringen und morgen sind wir dann weg. Vielen Dank und Tschüss. Tschüss. Dann war es vorbei. Was sagt ihr? Haben wir hier eventuell wirklich Kontakt in Zienseits aufgebaut und mit übernatürlichen Präsenzen gesprochen? Diese Frage begleitete uns auf unserem Weg Stockwerk für Stockwerk weg vom Keller in Richtung des Dachbodens, wo uns Taco in unserem Schlaflager erwartete. Also machten wir es uns dort so gut es eben geht bequem. So, nach dieser wirklich unheimlichen Geisterjagd und paranormalen Untersuchung haben wir uns jetzt hier alle gerade, man sieht es irgendwie gar nicht, die Kamera bin nicht. Okay, irgendwie bin nur ich im Center. Haben wir uns jetzt hier gerade gemütlich gemacht, so viel wie es eben geht und werden die Augen zu machen, um noch ein bisschen Schlaf zu finden. Also, wir sehen uns morgen früh beim Sonnenaufgang wieder. Also, dort vorne geht es jetzt gerade die Wendeltreppe hinauf und wir sind schon sehr gespannt auf den Ausblick, denn dort oben ist der höchste Punkt dieses Gebäudes, welches ja ohnehin schon auf einem Berg steht. Und ja, ich nehme euch jetzt mal mit nach oben, die Jungs gehen gerade voraus und los geht's. Ja, an dieser Stelle mit völlig unausgeschlafenem müden Blick. Trotzdem ein herzliches Dankeschön für eure Zuschauerschaft, dass ihr uns unterstützt, bedeutet für uns alles. Genau solche Projekte ermöglicht ihr und ich bedanke mich an dieser Stelle einfach bei euch, dass ihr diese Videos verfolgt habt und unsere Tour begleitet habt. Es hat uns mega Spaß gemacht, euch damit zu unterhalten und ich hoffe natürlich in Zukunft, euch auch mit weiteren coolen Projekten unterhalten zu können. Also, wir machen uns jetzt gleich auf den Weg zum Auto, auf den langen Rückweg und ich bedanke mich bei euch. Und damit endet sie, die Tschechien-Tour. Eine Reise ins Unbekannte und durch ein unglaubliches Abenteuer. Ich hoffe sehr, euch haben die Videos gefallen und ihr hattet Spaß, uns auf dieser Tour zu begleiten. Für uns ist es auf jeden Fall ein absolutes Privileg, euch daran teilhaben lassen zu dürfen. Wir machten uns nun auf den Weg zurück zum Auto, um unsere lange Heimreise anzutreten und Tschechien hinter uns zu lassen. Beim Abschied merkten wir dann aber, wie sehr uns diese Tour zusammengeschweißt und verbunden hat. Und wir blickten zurück auf ein einmaliges Abenteuer. Was? Ja. Alter, er hat ein frügend uraltes Ouija-Brett gefunden. Alter Leute. Der Tisch ist förmlich noch gedeckt, in Richtung des Sofas, mit welchem sie angeblich verstorben sein soll. Die Polizei hat uns aus dem Gebäude rausgeholt. Rund hoch. Hallo? Rund hoch. Rund hoch. Nein, Spatz. Ey, das gibt's nicht. Da seht ihr mal, wie groß das Gebäude ist. Guckt euch an, wie das aussieht. Mit einem unglaublichen Ausblick. Wir sind absolut im Nichts. Warum ist da einfach ein Grab mit in den Wald? Wir sind immer noch unter Beobachtung. Wir haben hier einen Ort, der so viel Negatives und Unheimliches ausgestrahlt hat. Ich brech die Scheiße gleich ab, ich sag euch ehrlich. Du Bastard! Guck mal, da hängt noch ein Reh oder so. Es gibt überall Werktrophäen. Das wird der Waffenschrank des Jägers gewesen sein. Hier hört man jetzt gerade ein bisschen seltsame Geräusche. Hallo? Ist man hier? Jetzt wird's ernst. Boah, Leute, guckt euch das mal an. Hier ist ja noch alles da. Hier steht noch alles am Ort und Stelle. Das ist ja unglaublich. Allerdings wurden wir vom Haus gegenüber schon durchs Fenster beobachtet. Alter. Mit Gott für Kaiser und Reich. Das ist lange, dass es mit der Kundin so schwer ist, wie guckt man den Kühlschrank da rein, Mann. Das ist ja unvorstellbar. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Bis dann. Das ist ja gleich. Wir fahren und Five minutes left. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.